Guten Morgen, lieber Bundesparteitag. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Ich gehe davon aus, dass ihr genauso ausgeruht und gut gelaunt seid, wie ich das bin. Wir haben 9.06 Uhr, demnach eröffne ich demnächst pünktlich um 9 Uhr. So, hiermit eröffne ich die dritte Runde Bundesparteitag in Neumarkt. In guter alter Tradition eröffne ich diesen Bundesparteitag mit einem Geschäftsordnungsantrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Der Antrag ist gestellt von der Versammlungsleitung. Uns ist gestern Abend aufgefallen, dass wir den Fehler, den wir gestern Abend in der Geschäftsordnung korrigiert haben, noch besser korrigieren können. Hiermit beantrage ich, dass in den Paragrafen 13i, GO-Antrag auf Alternativantrag. Der Satz, wurde ein GO-Antrag gestellt, so kann jeder Pirat einen GO-Alternativantrag stellen. Geändert wird, in, wurde ein GO-Antrag gestellt, so kann jeder Pirat einen GO-Alternativantrag gleicher Art stellen. Diese Änderung verhindert, dass, wie gestern passiert, Äpfel mit Birnen, gegen Birnen abgestimmt werden, sondern untermöglicht es uns, diese Versammlung geregelter und mit hoffentlich etwas weniger GO-Schlachten zu Ende zu bekommen. Gibt es eine Gegenrede? Es gibt eine formelle Gegenrede, gibt es eine begründete Gegenrede? Ich sehe keine, dann bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Dann ist diese GO geändert. Vielen Dank. Jetzt kommen gleich ein paar Worte vom Bundesvorstand und währenddessen übergebe ich die Versammlungsleitung an die Tina. Ja, hallo Piraten. Wir wollen heute hier eine Entscheidung treffen, ob und wie wir das mit der SMV machen. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Entscheidung dann einfach treffen, dass wir sie sauber treffen. Ich glaube, die Versammlungsleitung hat sich da einen sehr guten Plan gemacht, mit dem wir arbeiten können, der funktionieren würde. Und ganz egal, wie es am Ende ausgeht, ich glaube, wir werden alle mit dem Ergebnis leben können. Auch wenn es eine SMV wird, ich kann damit leben. Lasst uns jetzt einfach diese Entscheidung treffen. Ahoi. Ich habe eine nautische Metapher benutzt. Ihr seht, es ist mir ernst. Diese Debatte über die SMV führen wir auch seit Jahren und auf diesem Parteitag seit Stunden. Und wir müssen hier eine Entscheidung treffen, sonst klebt uns das Thema im Wahlkampf am Schuh. Und wir kriegen es nicht los und können das mit den Inhalten nicht machen. Die Versammlungsleitung hat einen Plan entwickelt, wie wir diese Entscheidung herbeiführen. Den wird es euch gleich sagen. Vertraut denen bitte und macht nicht dasselbe wie gestern, indem ihr die Versammlung durch GO-Anträge und so etwas zerstört. Vertraut den Leuten. Und debattiert bitte diszipliniert. Lasst uns zu einer Entscheidung kommen, egal wie sie aussieht. Und wenn es am Ende keine SMV gibt, ist es auch in Ordnung. Es ist auch eine Entscheidung. Dankeschön. Hallo, Versammlung. Ich darf euch jetzt erklären, wie das funktioniert. Ich bitte euch dafür, echt aufzupassen und euch zu konzentrieren. Das ist verdammt wichtig, was ich euch jetzt erkläre. Wir haben uns die Nacht um die Ohren geschlagen, um uns ein Verfahren zu überlegen, womit wir sowohl die SMV als auch das Wahlprogramm heute schaffen. Wir haben nach TO genau eine Stunde für die SMV. Und das können wir genau dann schaffen, wenn die Antragsteller für ihre Vorstellungen je eine Minute haben und auch die ganzen Pro- und Kontra-Beiträge jeweils mit einer Minute dauern. Ich hätte gerne ein Meinungsbild, ob ihr mit diesen Redezeiten einverstanden seid. Ich teile mir selber mit, dass das überwiegend positiv ist. Mit anderen Worten, wir werden so verfahren. Zur Redeschlange. Wir werden mit 10 Pro- und 10 Kontra-Beiträgen anfangen und dann, so wie ihr es von gestern gewohnt seid, das 5 zu 5 machen, damit wir dann einfach diesen Cut mit der Stunde auch hinkriegen. Also wir werden dann einen angefangenen Debattenblock auch beenden, aber wir werden versuchen, diese Stunde dabei hinzukriegen. So. Wenn diese Stunde Diskussion über die SMV vorbei ist, wird es die erste Abstimmung geben. Alle Abstimmungen zur SMV werden heute per default geheim sein. Das können deshalb funktionieren, weil wir es in Blöcken abstimmen. Das heißt, es sind im Grunde nur drei Abstimmungen. Die sind dann wieder etwas komplizierter, aber das erklärt euch der Wahlleiter. Und wir können während der Wahlgänge nicht, aber während der Auszählungen die ganze Zeit Wahlprogramm machen. Ja, also wenn die erste Abstimmung vorbei ist, ihr eure Zettel abgegeben habt und die auszählen, können wir bereits anfangen, Wahlprogramm zu machen. Gut, dann können wir ja anfangen. Ich hätte gerne die Antragstelle hier. Nils Lohmann. Guten Morgen. Ich wurde von der Versammlungsleitung gebeten, mich kurz zu fassen. Das fällt mir leicht. Ich stelle hier Satzungsänderungsantrag 12 und 27 vor. Die setzen Meinungsbilder vom Freitag und die Umfrage vor dem BPT und auch das Meinungsbild der Teilnehmer der SMV kommen um. Die wollten nämlich alle etwas zwischen BPTs haben, das online tagt. Und dieser Antrag sieht vor, dass dieses online tagt nach den Prinzipien von Liquid Democracy. Die Anträge können verbindliche Stellungnahmen und Positionspapiere beschließen und die 27 kann auch Wahlprogramm. Online heißt dabei, dass wir geheime Abstimmungen ausschließen, denn das geht nicht. Für sowas gibt es aber immer noch den Bundesparteitag und die Offline-Verfahren, die auch gleich hier vorgestellt werden. Der Rest regelt dann die GO, die wir dann auf dem nächsten Parteitag beschließen. Nebenbei, ich komme vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern und wir haben bereits eine solche SMV. Wir haben etwas wie diesen Satzungsänderungsantrag 27, haben wir im letzten Sommer beschlossen. Und wir haben danach eine GO beschlossen und seit dem 20. März haben wir eine SMV. Wir sind im Flächenland und das ist für uns die einzige Möglichkeit, alle Mitglieder einzubringen. Und ich hätte gerne so etwas für den Bund, weil der Bund noch viel größer ist. Also, bitte wählt einen der SMV-Anträge. Ich persönlich schlage euch vor, nehmt die 12 oder die 27. Aber Hauptsache, wir haben hier eine SMV. Danke sehr. Antrag 21 bitte. Ja, hallo. Kann auch sehr schnell gehen. Der 21er ist im Prinzip eine Kopie des 12er ohne die Worte nach den Prinzipien der Liquid Democracy. Wenn wir noch über das Wie diskutieren wollen, dann muss auch noch diskutiert werden, was dieses Liquid Democracy eigentlich ist. Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, undefinierte Worte in die Satzung zu schreiben. Wir hatten schon viel zu viele Diskussionen, aber immer nur in unseren kleinen Filterbubbles. Da sehen die anderen immer aus wie entweder eine kleine Minderheit oder weit entfernte Spinner. Nein, das sind sie nicht. Wir brauchen, wenn wir das heute beschließen, dass wir das Ob machen, brauchen wir eine parteiweite Debatte über das Wie. Lasst sie uns im nächsten Jahr, im nächsten halben Jahr führen. Dass wir eine SMV brauchen, haben wir bei dem Kafkaesken-Schauspiel der letzten anderthalb Tage, denke ich, gesehen. Danke. Moment, Nils, die 27 ist mit vorgestellt worden? Gut, super. Dann haben wir jetzt die 29 Kombinationsmodelle anstelle einer ständigen Internetbeschlussfassung. Papp? Kann das jemand übernehmen, die Vorstellung? Ihr kennt euch doch die Anträge gegenseitig auch. Danke. Guten Morgen. Ich übernehme das mal spontan. Der Antrag 29 von Patrick Breyer sagt im Großen und Ganzen, dass wir in einem Online-Tool debattieren. Dieses arbeitet nach den Prinzipien von Liquid Democracy, aber die Beschlussfassung erfolgt weiterhin offline. Dieses Tool ist dann auch dem Parteitag ähnlich gestellt, aber die Beschlüsse werden offline passieren. Online wird dann so wie in Liquid Feedback debattiert. Ich hoffe, ich habe das jetzt direkt zusammengefasst. Und wenn Patrick dann da ist, kann er mich ja gerne noch zusammenfalten. So, kommen wir zur 35-SMV-Light von Andi Popp. Ja, vielen Dank. Einige werden sich fragen, warum stehe ich jetzt hier? Ich habe doch immer gegen die SMV opponiert. Der Grund ist recht simpel. Die Diskussion zur SMV ging immer so. Jemand sagt, wir brauchen SMV, aber jemand anders sagt, aber Liquid Feedback ist doch doof. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde Liquid Feedback auch doof. Aber ich finde Online-Mitbestimmung geil. Deswegen habe ich versucht, hier einen Konsensantrag zu stellen, der sich SMV-Light schimpft. Diese SMV-Light hat zwei Aspekte. Zum einen hat sie ausschließlich Positionspapiere und Stellungnahmen und Eingaben, so wie es quasi auch schon das Modell aus Mecklenburg-Vorpommern hat. Der Grund ist recht simpel. Ich bin der Meinung, die Piratenpartei ist die einzige Partei, die genug von Online-Mitbestimmungen versteht, um dieses Experiment SMV durchzuführen. Dieses Experiment SMV heißt aber auch, dass wir uns ständig weiterentwickeln müssen. Ich möchte nicht wie beim letzten Mal hier so einen Blankoscheck-Beschluss fassen, der dann zum Schluss irgendwie ein Tool etabliert, wo sich Tatsun und ich in der Kirche streiten, was jetzt besser ist. Und es wird nicht weiterentwickelt. Deswegen ist das entscheidende Argument für diesen Antrag, dass er vorsieht, dass nach zwei Jahren die SMV evaluiert und weiterentwickelt wird. Das heißt, sie läuft nach zwei Jahren aus und dieser Parteitag wird nach zwei Jahren darüber entscheiden, ob es gut lief oder schlecht. Denn dieser Parteitag ist das Organ, was das zu entscheiden hat. Ich bitte euch, in der anschließenden Diskussion jetzt nicht mehr darüber zu diskutieren, ob wir eine SMV brauchen oder nicht. Diese Entscheidung hat jeder für sich getroffen. Ansonsten, wir können über die Delegation diskutieren. In unserem Antrag ist die Delegation so, dass sie offen ist. Ich schließe mich auch dem Vorredner an. Bitte lasst uns das Wie am nächsten Parteitag entscheiden. Da wird noch genug Arbeit reingesteckt. Das Ob sollte heute entschieden werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr für unseren Antrag stimmt. Ich würde mich aber auch freuen, wenn ein anderer angenommen wird. Vielen Dank. Danke. Die 41, die Schnuffel-SMV. Edmund Pieper, Dennis Plage. Super. Na, dann los. Ja, also es geht um die Schnuffel-SMV. Das ist praktisch die konsensfähigste SMV ohne alle kritischen Punkte. Die kritischen Punkte sind das Delegiertensystem, das ist der Klarname und die Speicherfristen. Und wir lassen diese Fragen alle außen vor und sagen, wir lassen uns einfach mal beginnen. Aber diese drei Fragen sind die Elementarfragen, warum das ganze Thema scheitert, warum auch das Liquid bei uns nicht läuft. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass diese Fragen eigentlich erst geklärt werden, bevor wir einen Schritt weiter gehen. Und diese halben Krücken, die nicht mal funktionieren, auf den ganzen Weg mitschleppen müssen. Ich habe schon alles gesagt. Wir kommen zum letzten Antrag aus dem Block 3a, dem Satzungsänderungsantrag 40, Basisdemokratische ständige Mitgliederversammlung. Michael Renner, Holger Boerbach, Maik Große-Hering, Oliver Grube. Der ist zurückgezogen. Möchte den jemand übernehmen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum nächsten. Der erste aus Block 3b, Satzungsänderungsantrag 26, SDMV. Ingo Höf, Patrick Walter, Martin Super. Ja, guten Morgen. Also ich habe Riesenprobleme, euch das System, die ständige dezentrale Mitgliederversammlung in einer Minute vorzustellen. Ich hatte mich um fünf Minuten eingestellt, weil das verhältnismäßig junges System ist und doch ziemlich aus dem Rahmen fällt. Also deswegen ganz schnell. Es geht um ein dezentrales Abstimmungssystem nach klassischem Prinzip. Und zwar nach dem Urnenverfahren, um einfach diese Shitstorms und den Glaubenkriegen aus dem Weg zu gehen. Und einfach pragmatisch den Antragsstau abzuarbeiten. Wir haben uns einen Parteitag als Vorbild genommen. Ich nenne es mal das Vergleichsprinzip. Und wie funktioniert das Ganze? Das heißt, man akkreditiert sich zu einer Veranstaltung, die beginnt am 1.10., so schlagen wir das vor, und endet am 31.12.2014. Wir können also abstimmen später, ob wir es weitermachen wollen oder nicht. Man akkreditiert sich zu dieser Versammlung mit einer Stimmkarte wie diese hier. Also mein aus Rheinland-Pfalz ist genau diese. Beim Genseck wird man akkreditiert, ganz normal mit Lichtbild und Passbild. Dann geht man zu einer Urne seiner Wahl, wie hier auch, schmeißt seinen Stimmzettel ein. Der Abstimmungshelfer vor Ort quittiert es auf der Stimmkarte. Und damit ist es erledigt. Der einzige Unterschied ist nur, dass die Urnen dezentral im Land verteilt sind. Und ja, dann gibt es noch das Problem mit dem Parteitagsvorbehalt, wie wir das gelöst haben. Wir haben gesagt, die Stimmv ist eine Form des Parteitages und dazu sind dann etwas umfangreiche formale Änderungen in der Satzung erforderlich. Das heißt, wir müssen unterscheiden, gibt es einen Parteitag oder reden wir in der Satzung von einem Parteitag oder von der Stimmv. Und darum müssen wir die Stellen, wo Parteitag steht, genau spezifizieren, dass es eben die Bundesmitgliederversammlung ist, die dort gemeint ist. Zum Thema Aufwand, da setzen wir auf Selbstorganisation. Letzter Satz, bitte. Ja, die Selbstorganisation, die Paraden bilden vor Ort sogenannte Urnen. Und wie das geregelt ist, steht in der Geschäftsordnung. Danke. So, wir kommen zum Satzungsänderungsantrag 39. Mitgliederentscheid mittels dezentral aufgestellter Urnen. Das ist der letzte aus dem Block 3b. Ja, es wurde schon verschiedentlich erwähnt. Geheim, nachvollziehbar und mit Computer geht nicht gleichzeitig. Wenn wir geheime Abstimmungen machen wollen, dann geht das nur mit Urne. Und das ist jetzt hier ein Antrag, mit dem man das realisieren kann. Das kann eine SMV ergänzen, nämlich um die Möglichkeit, da auch geheim abzustimmen, dann halt offline. Es kann aber auch völlig eigenständig stehen, dass wir zum Beispiel irgendwelche Personalentscheidungen im Bundesverband eben mit so einem Tool machen. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. So, das war Block 3b. Wir kommen jetzt zu Block 4, Satzungsänderungsantrag 003. Das ist auch der einzige Antrag in diesem Block. Basisentscheidung, Basisbefragung. Beschlüsse außerhalb von Parteitagen. Hallo, der Satzungsänderungsantrag 3 ist nicht umsonst alleine im Block, weil er unabhängig ist von den SMV-Anträgen. Er ist auch grundsätzlich grundverschieden. Wer die Bestimmungsmittel der jungen Piraten kennt, wird hier sehr viele Ähnlichkeiten erkennen. Denn dieser Antrag ist eine moderne Form von Urabstimmung. Und Urabstimmung heißt nicht automatisch Urnen- oder Briefwahl. Es ist uns frei überlassen, wie wir das gestalten. Es ist so, dass das Parteiengesetz vorschreibt, dass wir eine solche Urabstimmung in unserer Satzung haben sollten. Und das ist die einzige Lösung hier. Sie ist also mit den anderen Lösungen, die vorgestellt wurden, kompatibel, ergänzt sie. Und in dieser Lösung, die zeichnet sich dadurch aus, dass die wesentlichen Eckpunkte in der Satzung stehen. Das heißt, eure Mitgliederrechte sind geschützt. Ihr werdet nicht als Berufspolitiker gesehen, sondern ihr seid als Basismitglieder. Müsst ihr nicht euren Namen veröffentlichen. Das ist hier gesichert. Ihr habt das Recht auf geheime Abstimmung. Und es ist auch prinzipiell möglich, zwar online abzustimmen, wenn man das in dieser Geschäftsordnung festlegt. Aber eine Minderheit kann immer eine geheime Abstimmung durchführen. Das heißt, dieser Antrag beinhaltet auch die zwei vorherigen Anträge zur Offline-Abstimmung. Die Urnenabstimmung ist hier mit berücksichtigt. Die ist möglich. In unserer Partei mit den klammen Mitteln ist es möglicherweise noch nicht immer möglich, das durchzuführen. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, dann die geheime Abstimmung erst am Parteitag durchzuführen. Also es berücksichtigt die Finanzlage unserer Partei, unsere Möglichkeiten und lässt uns Stück für Stück diese modernen Mitbestimmungsformen durchführen. Was hier konkret ausgeschlossen ist, ist die Delegation. Also wer Delegation will, dem würde ich auch empfehlen, zum Beispiel den Antrag Nummer 35 vorzustellen. Der schützt nämlich auch Minderheiten. Das könnte sich gut ergänzen. Und hier ist klar festgelegt, dass die Anträge mit einem Quorum ein Quorum erreichen müssen. Also wie bei der direkten Demokratie, wie wir Bürger entscheiden, wie das bereits alles funktioniert. Und es ist auch festgelegt, dass eine Debatte vor der Abstimmung stattfinden muss, weil reines Abstimmen reicht nicht. Die Abstimmungen müssen Mindestabstände stattfinden, können gebündelt stattfinden, weil wir als Basismitglieder können nicht jeden Tag abstimmen. Wir haben auch ein Leben dabei und deswegen bitte stimmt auch für diesen Antrag ihn als Zusatz zu den SMV-Anträgen. Danke. So, das war die Vorstellung der Anträge. Gibt es inhaltliche Fragen zu den Anträgen? Ja, also Verständnisfragen. Da sind Leute an den Schlangen. Redet mit denen, kommuniziert mit denen, die helfen euch bei der Sortierung. So, wer von denen, die jetzt vorne steht, ist eine Frage. Ihr habt viele Fragen. Okay. Denkt dran, ihr habt diese Minute, ihr seht die dort oben. Null Sekunden heißt nicht, dass dann der letzte Satz kommt, sondern null Sekunden heißt, dass ihr mit eurem letzten Satz fertig seid. Ich werde ein bisschen mit dem Knopf und so, ne? Okay. Und los. Eine Frage an den ersten Antrag. Sieht ihr dann vor, weil da heißen hat, ja für geheime Abstimmung gibt es den BPD. Sieht ihr in der GO einen Antrag auf geheime Abstimmung vor? Das ist nichts, was in der Satzung festgelegt ist. Das ist ein Satzungsantrag. So etwas kann man dann später in der Geschäftsordnung reinschreiben. Und da gehört es dann auch hin. Ich habe eine Frage zur 26 und 27. Das sind, glaube ich, die einzigen, die Programm mit beschließen wollen. Unterscheidet ihr zwischen Grundsatzprogramm und Wahlprogramm? Aber ich finde, das ist wirklich eine andere Klasse. Also die SDM vorunterscheidet eindeutig. Sie lässt zu. Positionspapiere und Wahlprogrammänderungen. Grundsatzprogramm nicht und Satzung nicht und Verschmelzung und diese ganzen anderen Dinge auch nicht. In der 27 steht im Antrag Parteiprogramm. Das ist in meiner Erachtens subsumiert das Wahlprogramm und Grundsatzprogramm. Okay, ich habe eine Frage zu Nummer 12 und zu Nummer 27 und hätte auch gerne eine kurze Stellungnahme von dem Antragsteller von Nummer 29. Und zwar ist hier die Rede von Prinzipien der Liquid Democracy. Und ich würde auch genau wissen, wie steht ihr zu Delegationen? Wie werden die eingebaut bei der SMV nach euren Vorstellungen? Die Prinzipien von Liquid Democracy ist eine Mischform zwischen direkter und repräsentativer Demokratie. Das heißt, da ist das Konzept der Delegation implizit mit drin. Liquid Democracy bedeutet, dass ich mein Stimmrecht delegiere. Alles weitere, ob jetzt da eine Kettendelegation vorgesehen ist oder ob man da irgendwelche Präferenzen macht, sind Dinge, die dann die Geschäftsordnung auskleiden muss. Nächste Frage. Ich habe eine Frage zum Verfahren. Und zwar sind wir uns ja weitgehend einig darin, dass wir eine SMV wollen. Es sind bloß noch ein paar Kleinigkeiten, wo wir uns noch nicht einigen können. Ich glaube, was am meisten polarisiert, das sind die Delegationen. Können wir deshalb die Delegationen in einem separaten Block machen, dass wir uns erst für ein Verfahren entscheiden und dann abstimmen, ob wir Delegationen wollen oder nicht? Die Frage klärt der Mann mit den lila Hauen mit dir. Nächste Frage, bitte. Ja, zur Nummer 35. Die Nummer 35 kommt ja erst dann zum Einsatz, wird erst dann vom Symbol zur echten Arbeitsplattform, wenn eine Geschäftsordnung da ist, die wir frühestens beim nächsten BPT entscheiden können. Ich sehe das sehr offen, was man dann damit machen kann. Gibt es denn schon eine Idee, wie der Prozess abläuft der Entscheidung? Also haben sich der Antragsteller Gedanken gemacht, wie dieser Prozess aussieht, wie man eine Geschäftsordnung entwickelt? Oder ist das völlig offen und muss erst noch evaluiert werden, wie man das tut? Also zum einen sehe ich das so, dass alle diese Plattformen oder alle diese Vorschläge erst dann zum Tragen kommen, wenn eine Geschäftsordnung beschlossen worden ist. Denn man muss viele Dinge regeln, die jetzt nicht in der Satzung stehen. Dahingehend ist das, glaube ich, eine Sache, die alle Anträge betrifft. Ich habe mit Micha aus Mecklenburg-Vorpommern, die Mecklenburger haben ja hier die meiste Erfahrung bisher, wir hatten ein Gespräch. Es ist angedacht, dass sich alle, die jetzt hier stehen, zusammensetzen und die Geschäftsordnung gemeinsam entwickeln, sodass wir zum nächsten Parteitag darüber diskutieren können. Also ja, es ist in der Mache. So, nächste Frage, bitte. Ich habe eine Frage zu Antrag 41. Ihr habt da drin stehen, dass ihr nach Prinzipien von Liquid Democracy das machen wollt. Und da haben wir eben schon gehört, das ist eine Mischform, wo auch Delegationen drin vorkommen. Gleichzeitig wollt ihr Delegationen ausschließen. Das ist für mich ein Widerspruch. Wie könnt ihr das erklären? Das liegt natürlich daran, dass wir uns dieser Definition von Liquid Feedback nicht anpassen und auch nicht sehen, warum das nicht geändert werden kann oder in Stein gemeißelt sein sollte. Also wir können uns auch ein Liquid Feedback ohne diese komische, wilde Delegation vorstellen. Nächste Frage. Eine Frage zur STM, Frau, weil ja gesagt worden ist, dass das da schon in manchen Landesverhältnissen auch, glaube ich, schon beschlossen worden ist. Gab es da schon erste fertige Durchläufe und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ja, gibt es. Wir haben das System ausprobiert in Rheinland-Pfalz. Wir haben erste Erfahrungen gemacht. Wir haben eine erste Abstimmung da durchgeführt. Ich hatte gebeten, bei meinem Vortrag das auf dem BIMA darzustellen. Das ist leider nicht gelungen. Vielleicht gelingt es irgendwann einmal, das zu zeigen. Da habe ich einen Link gezeigt, wo ihr nachschauen könnt, wie das Ergebnis unserer ersten Abstimmung nach diesem Verfahren aussieht. Also das Ergebnis, so wie wir es durchgeführt haben. Vielleicht gelingt es noch. Ich habe eine Frage zum Antrag 39. Da steht drin, dass antragsberechtigt sind Landesvorstände, die 25 Prozent der Gesamtmitgliederzahl repräsentieren oder Landesparteitage, die 10 Prozent der Gesamtmitgliederzahl repräsentieren. Heißt das im Klartext, dass jetzt zum Beispiel Saarland und Mecklenburg-Vorpommern zusammen keinen Antrag da reinstellen können, weil sie zu wenig Mitglieder repräsentieren? Aber Bayern im Alleingang kann einen Antrag reinstellen. Ich finde das ein bisschen künstlich. Ja, ich habe jetzt die Mitgliederzahl nicht im Kopf, aber wahrscheinlich ist es exakt so. Gut, nächste Frage bitte. Ich habe eine Frage zum 035 Absatz 12. Und zwar, wenn ich das richtig interpretiere, steht da drin, dass die SMV ihre eigene GO mit 50 Prozent Mehrheit ändern kann, der Bundesparteitag zur Änderung der GO allerdings zwei Drittel braucht. Ist das a korrekt und b warum? Ja, es ist korrekt. Es ist eine Form von Minderheitenschutz. Der Antrag sieht auch vor, dass bestimmte Teile der GO, dass die SMV die nicht selbst ändern kann. Nehmen wir zum Beispiel an, es gäbe einen bestimmten Passus, der vorsieht, dass eine, nur ein fiktives Beispiel, eine Minderheit kann eine geheime Abstimmung fordern und auf den Parteitag schieben. Dann könnte zum Beispiel eine einfache Mehrheit das aus der GO schreiben. So kann quasi dieser Minderheitenschutz nur vom Parteitag aufgehoben werden und auch nur mit der satzungsändernden Mehrheit, sodass diese besonders schützenswerten Teile der Geschäftsordnung nicht ad hoc im Schnelldurchlauf geändert werden können. Danke. So, meinen Informationen nach noch eine Frage. Nochmal eine Frage an den, wegen S041. Ihr habt da drin stehen, dass das nach den Prinzipien von Liquid Democracy funktioniert. Das hat vorhin der Antragsteller von S07 definiert als Mitdelegation. Gleichzeitig steht bei euch drin, ohne Delegation. Das finde ich jetzt schwierig abzustimmen, wenn dieser gleiche Begriff offensichtlich von Antragstellern unterschiedlich definiert wird. Könnt ihr da nochmal Stellung zu nehmen, wie ihr das meint, Prinzipien von Liquid Democracy? Ja, diese sogenannten Prinzipien von Liquid Democracy sind eine Hausdefinition von denen, die sie eben halt auch geschrieben haben. Wir benutzen dasselbe Wort Liquid Democracy für etwas ohne Delegation in diesem Stil. Und die Frage wurde vorhin schon mal aufgeworfen, bevor diese Begriffe nicht eindeutig definiert sind. Und für alle dasselbe sagen, ist es natürlich auch Augenwischerei, mit diesen Begriffen hier irgendwie zu argumentieren. Allein das Wort Liquid Democracy trifft auf dieses Sieft Software gar nicht zu, weil die mit Demokratie recht wenig zu tun hat. Du kannst gleich oben bleiben. Moment, Moment, Moment. Nils muss, glaube ich, auf diese Frage auch noch antworten, richtig? Ist der hier irgendwo? Möchte er? Ach so, alles schick. Gut, Nuttördach, deine Frage? Du hast ja gerade eine Antragstelle von SR-041. Du hast ja gerade gesagt, Liquid Feedback und Liquid Democracy seien das Gleiche. Kannst du mir erklären, wieso ein theoretisches Konzept und eine Software das Gleiche sein sollen? Habe ich jetzt keine Zeit für. Sorry. So, Fragen sind vorbei. Und bevor wir in die Pro-Contra-Runde gehen, dürfen wir jetzt ein bisschen Sport machen. Wir haben neun Meinungsbilder. Macht euch bereit, haltet beides hoch, damit wir da zackig durchkommen. Sollen von den SMV... Beides gleichzeitig nicht. Nein, beides gleichzeitig nicht. Leute, Konzentration. Okay, wir ziehen das jetzt zackig durch, okay? Weil wir wollen ja alle Pro und Kontras hören. So, sollen von der SMV Beschlüsse zum Wahl... Wow, Moment, erst konzentrieren, dann lesen. Sollen von der SMV Entschlüsse zum Wahl- und Grundsatzprogramm getroffen werden? Grün ja, lila nein. Teile Antragsteller mit, Meinungsbild überwiegend positiv. Sollen von der SMV... Ah ja, gut. Meinungsbild zwei. Sollen von der SMV Beschlüsse über die Satzung getroffen werden? Ja, nein. Leichte Tendenz zu nein. So, Meinungsbild drei. Sollen Personenwahlen durch die SMV möglich sein? Sehr überwiegend nein. Sollen Abstimmungen der SMV geheim sein? Sehr gemischt, leicht positiv. Meinungsbild fünf. Soll die SMV nach Prinzip des Liquid Democracy funktionieren? Dann lass die Karte unten, wenn du es nicht weißt. Leicht positiv. Das teile ich übrigens alles dem Antragsteller mit. Ich wiederhole es jetzt nicht immer. Meinungsbild sechs. Sollen die Abstimmungen online erfolgen? Das ist sehr positiv. Meinungsbild sieben. Ihr dürft am Ende einmal klatschen. Sollen die SMV ein mit dem BPT gleichgestelltes Organ sein? Leicht positiv. Oder? Leicht positiv. Meinungsbild acht. Sollen die Beschlussfassungen regelmäßig ja oder ständig nein stattfinden? Boah, Heck. Also, wenn ihr regelmäßig wollt, hebt ihr grün. Wenn ihr nein wollt, ständig wollt, hebt ihr lila. Okay? Macht mal. Regelmäßig ist ja, ständig ist nein. Überwiegend grün, also regelmäßig. Meinungsbild neun. Soll die Möglichkeit von Delegationen geschaffen werden? Karte reicht. Kommentierungen helfen nicht. Absolut gemischt. Wir können keine Mehrheit erkennen. Gut. Jetzt fangen wir mit Pro und Contra an. Wie immer Contra zuerst. Legt los. Ja, Piraten. Auch ich halte eine elektronische Abstimmmöglichkeit für absolut überfällig. Aber ich wehre mich dagegen, dass im Fahrwasser dieser berechtigten Forderung, dass hier im Grunde genommen der Sargnagel für die Basisdemokratie eingeschlagen wird. Und dieser Sargnagel heißt Delegation. Auch wir könnten hier... Applaus Auch wir könnten hier Delegation haben, in dem ganz einfach jemand, der rausgeht, dem anderen die Karte gibt. Auch wir könnten hier Delegation haben. Die einen Stimmen halten einen Waschkorb hoch mit ihren Stimmkarten und die anderen haben nur eine Stimme. Dann würde offensichtlich werden, dass Delegation mit elektronischer Abstimmung gar nichts zu tun hat. Ich bitte euch, lasst uns diese beiden Themen trennen. Lasst uns nur über elektronische Abstimmung abstimmen. Lasst uns nur diese Entscheidung fällen. Stimmt gegen alle Anträge, die Delegation beinhalten. Sorry. Ich muss es jetzt knallhart durchziehen, sonst kommen wir nicht durch. Ich habe es euch gesagt, da oben ist eure Uhr. Ich werde exakt bei Null immer ausmachen. Also seht zu, ihr könnt sie sehen. Gut, weiter. Pro. Ich möchte ein Plädoyer halten für die 12, aber viel lieber für die 21, vielleicht auch für die 35. Das Meinungsbild hier hat es gezeigt, wir wollen es elektronisch. Thema Delegation ist umstritten. Die 21 bezieht sich nicht auf Liquid Democracy. Das heißt, wir sind frei darin, ob wir es mit Pirate-Feedback machen wollen, mit den anderen Arten von Delegation, vielleicht sogar ohne Delegation. Wir können hiermit dann unsere Positionspapiere machen. Bei Satzung und Co. war es ja auch schon wieder so ein bisschen unentschieden. Das heißt also, die 21 ist eigentlich das ideale Tool, um danach dann wirklich festzulegen, wie wollen wir es machen und vor allen Dingen, wir können es auch ändern. Und sobald ich eben in der Schwange überzeugt wurde, die 35 scheint das auch zu können. Das heißt, das sind meine persönlichen beiden Präferenzen und ich würde euch empfehlen, dafür zu stimmen. Danke. Ich habe eine dringende, schnelle Durchsage. Ein schwarzer Pkw mit dem Kennzeichen NMV M12 muss dringend da weggefahren werden, wo er jetzt steht. Er steht auf dem Abwasserschlauch. Wir laufen voll. Wiederholt das Kennzeichen mal. Das Kennzeichen ist Neumarkt, also NMV M12. Bitte macht, dass wir nicht volllaufen. So, Contra. Nächster, bitte. Guten Morgen. Wir sollten alle wissen, wie wichtig die Möglichkeit zur geheimen Abstimmung ist. Das haben uns nicht erst die letzten zwei Tage gezeigt. Ich habe gestern Nacht alle, bitte keinen Applaus, Ich habe gestern Abend alle Anträge aus den Blöcken 3a bis 5 daraufhin kontrolliert. In Anträgen 12, 21 und 27 steht explizit drin, dass sie keine Möglichkeit zur geheimen, anonymen Abstimmung fordern oder beinhalten. Die Anträge 35 und 40 lassen sowohl das Tool als auch die Anonymität ungeklärt, jedenfalls für mich. Es sind für Leute, die auf anonyme Abstimmung Wert legen, ausschließlich aus 3a die Anträge 29 und eventuell 41 positiv abstimmbar. 29 ist das Urnensystem und 41 legt ausschließlich Anforderungen an eine mögliche SMV fest. Danke. Danke, Frau. Liebe Piraten, wir haben unter uns zwei verschiedene Gruppen. Wir haben die Skeptiker, die Angst haben, dass mit einer SMV ihre Partei kaputt geht. Und wir haben die Enthusiasten, die glauben, dass ihre Partei ohne eine SMV schon kaputt ist. Es wird nicht leicht, einen Kompromiss zu finden, der diese beiden Gruppen miteinander verbindet. Aber ich glaube, wir haben einen. Und das ist die SMV Light. Die SMV Light ändert nicht das Programm, sie ändert nicht die Satzung, sie wählt keine Vorstände. Und sie muss auch keine Delegationen haben. Das entscheiden wir erst noch beim nächsten Parteitag. Und deswegen möchte ich an die Skeptiker appellieren. Gebt euch einen Ruck und entscheidet euch für SE35. Und dasselbe möchte ich auch den Enthusiasten sagen. Bitte akzeptiert, dass nicht jeder so wahrgemutig ist, wie ihr es seid. Und nicht jeder so weit gehen möchte, wie ihr es heute tun wollt. Und gebt auch euch einen Ruck. Und akzeptiert den Kompromiss SMV Light. Denn wenn ihr das nicht tut, riskiert ihr, dass ihr gar nichts am Ende habt. Und wir kein Statement machen können, dass wir für Partizipation im Internet sind, aber uns nicht kopflos in Abenteuer stürzen. Danke. Kontra. Ich bin gegen alles, was nicht das Zweigkeimernsystem gewährleistet und die geheime Abstimmung gewährleistet. Wir sind eine Internetpartei. Wir sollten Richtungen festsetzen, wo weitergearbeitet werden kann. Und wir sollten auch die Sicherheitsstandards gewährleisten, die der Bund gewährleistet. Weil wir können nicht von irgendwann von Parteien überholt werden, die Dinge versprechen, die nicht realisierbar sind. Nämlich die Sicherheit im Internet. Ich möchte noch mal auf das Gegenargument und die Angst vor Manipulierbarkeit eingehen. Viele Leute haben halt Angst, dass ein Online-System sofort manipulierbar ist und nicht nachvollziehbar und so weiter. Und man muss noch mal festhalten, dass jede Wahl auch nicht 100 Prozent sicher ist. Und wir uns jetzt auch überlegen müssen, wie viel Sicherheit wir uns denn wichtig finden, dass wir die gewährleisten können. Und nicht den Anspruch, den ein Bundesverfassungsgericht an eine Wahl hat, an Abstimmungen stellt, die wir zusammen online treffen wollen. Und ich wette, wir können Umsetzungen finden, bei denen es ausreichend gewährleistet ist, dass wir eine Nachvollziehbarkeit für alle haben. Und deswegen bin ich für 27. Punktlandung Contra, bitte. Ja, natürlich sind Online-Abstimmungen manipulierbar. Auch, dass wir keine geheimen Abstimmungen machen, hilft uns bei der Sache wenig. Wir machen aktuell im Bundesliga auch keine geheimen Abstimmungen. Trotzdem haben wir das Problem, es gibt Leute mit Accounts, die die nicht haben dürften. Es gibt Leute mit mehreren Accounts. Vor zwei Jahren hat mal jemand einen Weg gefunden, wie man Accounts von anderen Leuten übernehmen kann. Das kann uns mit jeder Software immer wieder passieren und wir können nichts dagegen tun. Wir haben keine Möglichkeit zu erkennen, was manipuliert ist und was nicht, auch wenn wir da die Namen von den Leuten ranschreiben. Also ich bitte euch, verzichtet auf Online-Abstimmungen. Macht das mit Uhren-Abstimmungen, das ist um Welten sicherer. Was mich sehr ärgert ist, wir hatten in den letzten Monaten extrem viel seltsamen Internet-Pathos in dieser komischen Diskussion. Irgendwas mit, wir sind eine Internet-Partei und wir müssen jetzt unbedingt irgendwie über Internet abstimmen. Die Uhr ist kaputt, aber trotzdem dein letzter Satz. Okay, ja, also wir müssen nicht online abstimmen. Wir bleiben trotzdem eine Internet-Partei, wenn wir das nicht machen. Und bitte eskaliert diesen Konflikt jetzt nicht in den nächsten halben Jahr. Wir müssen die Tool-Debatte im nächsten halben Jahr führen. Fertig. Danke. Ich habe ein Meinungsbild. Also wieder Handrichtung Karte. Welcher der Anwesenden ist bereit, vier bis sechs Mal im Jahr ein Wochenende lang acht Stunden pro Tag eine Urne zu bewachen? Durchwachsen, aber eher positiv. Pei ich dem Antragsteller mit. So, jetzt ist Pro dran. Ahoi. Ahoi, ich bin der Romario aus Österreich. Wir haben in Österreich seit September ein verbindliches Liquid-Feedback. Wir hatten ungefähr vor einem Jahr circa dieselbe Diskussion. Auch ich war sehr skeptisch. Wir haben einige Probleme ausgeräumt. Wir hatten jetzt eine pseudonyme Abstimmung. Wir haben jetzt aber keine Probleme mehr mit Anträgen, die nicht behandelt werden auf Parteitagen. Wir haben eine höhere Qualität bei den Anträgen. Wir haben mehr Anträge, die durchkommen. Und wir haben als einzige in Österreich Online-Mitbestimmung. Also. Also ich möchte an euch appellieren, seid mutig. Mal als Tipp, ich glaube, ihr gebt den Rednern einen Gefallen, wenn ihr wirklich erst am Ende der Minute klatscht, dann können sie ihre 60 Sekunden nämlich voll nutzen. So, Contra, bitte. Wir haben neben Mitbestimmung auch Demokratie und Datenschutz im Programm. Wir müssen sicherstellen, dass wenn wir Abstimmungen machen, Abstimmungen überprüfbar sind, dass sie demokratisch sind, dass wir sie nachvollziehen können. Die Regeln dafür, die Mindestanforderungen für demokratische Abstimmungen, sollten wir in die Satzung schreiben. Wir sollten nicht darauf vertrauen, dass wir mit 50 Prozent Mehrheit eine SMV mit Hardcore-Regeln in die GO schreiben. Wir haben hier das Quorum von zwei Dritteln Mehrheit für die Satzung. Eine GO braucht nur noch 50 Prozent. Das heißt, wenn wir dann im nächsten Parteitag den weitestgehenden Antrag zuerst abstimmen, bekommen wir die härteste SMV, die 50 Prozent Mehrheit bekommt. Und keine SMV, die auf einer breiten Basis liegt. Danke. Pro, bitte. Jedes System schließt Menschen aus. Dieser Bundesparteitag schließt Leute aus, die dieses Wochenende nicht frei bekommen konnten. Zum Beispiel den Freitag auch nicht. Die einfach, weil es ein weiter Weg ist. Auch diese Online-Abstimmung, wenn wir die machen und die nicht anonym wäre zum Beispiel, dann würde sie auch bestimmte Leute ausschließen, weil sie es entweder nicht wollen oder weil sie tatsächlich mit Implikationen zu rechnen haben. Aber deswegen würde ich diese Versammlung bitten, sowohl eine Online- als auch eine Offline-Auswahl zu treffen, damit wir mit einer geschickten GO diese Verfahren kombinieren können, um möglichst viele zu beteiligen. Ich plädiere für die Satzungsänderungsanträge 12 und 27 und mit schweren Herzen 21 und 35 und die 39 nehme ich dann mit für die Offline-Abstimmung. Liebe Piraten, ich habe mich sehr gefreut, dass wir beim Meinungsbild gesehen haben, dass uns die anonyme Beteiligung an dem politischen Prozess sehr wichtig ist, dass ihr euch für eine anonyme Abstimmung ausgesprochen habt. Und ich bitte euch, euch noch einmal klarzumachen, das geht nicht mit einem elektronischen System. Ein elektronisches System für Wahlen oder Abstimmungen lässt sich nicht nachvollziehbar und geheim gleichzeitig machen. Deswegen können wir keine elektronische Abstimmung machen, wenn wir die geheime Beteiligung machen möchten. Und ich möchte noch einmal sagen, warum diese geheime, anonyme Beteiligung so wichtig ist. Anonymität schützt Minderheiten. Das schützt diejenigen, die Nachteile für ihre politische Meinung befürchten müssen und sich deswegen in so einem System nicht frei äußern können. Und das ist genau etwas, was wir als Piraten verhindern wollen. Wir wollen die freie Meinungsäußerung und dafür ist Anonymität in vielen Bereichen wichtig. Pro bitte. Ja, liebe Piraten, wir sind zu Recht stolz auf unser Menschenbild, das auf Vertrauen und Respekt für individuelle Freiheit aufgebaut ist. Und deshalb sollten wir zeigen, dass wir dieses Menschenbild ernst nehmen und dass wir uns auch gegenseitig vertrauen, dass wir unsere Stimmen in freier Entscheidung an andere Menschen weiter delegieren können und dass diese Menschen damit auch verantwortungsbewusst umgehen können. Ich bitte euch für den Vorschlag 027 oder 012 zu stimmen und dass wir uns eine SMV geben, die diesen Namen wirklich verdient. Kontra, bitte. Liquid Democracy ist das Prinzip, dass man entweder selber abstimmen oder delegieren kann. Das heißt, in Liquid Democracy sind Delegationen festgeschrieben. Delegationen sind undemokratisch. Es ist zwar schön, dass Leute sich über Delegationen repräsentieren können, aber diejenigen, die selber abstimmen, haben in einem Delegationssystem nichts zu sagen und sie spüren das auch. Es ist genauso, wie wenn wir hier auf dem Parteitag, Leute hätten die 20 Stimmkarten an der Latte hochhalten können. Das würde jeden demotivieren und genauso ist es auch in der Praxis in Liquid Democracy. Wir haben das schon mal ausprobiert. Das war gut, dass wir es ausprobiert haben, aber wir wissen jetzt, wozu es in der Praxis führt, nämlich Superdelegierte und Leute, die keinen Bock haben, mehr abzustimmen. Das haben wir im Bundesliquid gesehen. Liquid Democracy ist keine Basisdemokratie. Bitte lehnt alle Anträge, die Liquid Democracy festlegen, ab. Nehmt einen der anderen Anträge an. Egal, ob Papierwahl in der Urne oder elektronisch. Nehmt irgendwas an. Wir brauchen irgendwas, aber nicht mit Delegationen. Vielen Dank. Pro, bitte. Hallo, ich bin Erno Park, war mal Schatzmeister in einem Landesverband und bin vor einiger Zeit aus der Piratenpartei ausgetreten. Wegen vieler, vieler Trollangriffe. Und ein Freund von mir war in den USA, hat mit NGOs über die SMV geredet und die waren so begeistert, dass ich begriffen habe, dieses Ding ist viel größer als unsere kleine Partei. Wir tragen dafür Verantwortung. Wir dürfen das nicht verkacken. Bitte. Deswegen bin ich wieder eingetreten, bin heute Morgen um 3 Uhr losgefahren. Ich bin heute Morgen um 3 Uhr losgefahren, um für 12 oder 27 zu stimmen, weil wir ein System brauchen, an dem jeder teilnehmen kann, an dem Zeit ist, dass jeder es schafft, an dem jeder sein Stimmrecht entziehen kann und das ständig. Okay, so, ich sag mal, ich bin für Online-Mitbestimmung. Wieso ich jetzt an dieser Kontraschlange stehe, hat einen Grund. Ich bin nämlich gegen das ständig. Ich bin gegen 24-7. Ich möchte, dass auch die Leute mitbestimmen können, die vielleicht arbeiten müssen, Kinder erziehen, Alte pflegen oder sonst irgendwas machen müssen und die nicht, wie Christopher Lauer das gefordert hat, 23 Stunden am Tag vom Rechner hängen können. So, was mir gefällt und was in diesen Anträgen nicht berücksichtigt ist, sind Online-Parteitage. Online-Parteitage, die vielleicht, was weiß ich, drei Tage dauern, zwei Wochen, drei Wochen, die regelmäßig stattfinden und zu denen man dann lokal, Antragstreffen, Mammelsitzungen, Vorbereitungssachen, Diskussionen machen kann. Dafür wäre ich und diese Option fehlt mir. So, eine ständige Mitgliederversammlung führt nämlich meiner Meinung nach nur wieder dazu, dass dann diejenigen, die das sagen haben, die wahnsinnig viel Zeit haben, damit auch relativ viel Geld oder die, die am lautesten schreien. Deshalb würde ich sagen, wir diskutieren heute, wir nehmen Anregungen mit, wir nehmen... Sorry, Uhr, bitte achtet drauf. Ich will euch nicht das Wort abwürgen, aber ich muss den Zeitplan durchziehen. Pro bitte. Okay, nochmal zu 24-7. Wenn du eine Arzthelferin bist und eine Nachtschicht hast, dann kannst du um 6 Uhr abstimmen und dann gibt es einen Zeitraum und am Ende dieses Zeitraums wird geschaut, wie du abgestimmt hast. Du musst nicht die ganze Zeit dabei bleiben, sondern an einem Punkt innerhalb eines Zeitraums kannst du abstimmen. Kannst du wieder haben? So, dann noch zum Thema geheime Wahl. Wir beschließen jetzt hier eine SMV, hoffentlich. Und dann wird es einen Parteitag geben, wo nochmal abgeschlossen wird, welches Tool und welche konkreten Verfahren wir haben. Das heißt, das mit der geheimen Wahl können wir zur Not immer noch stopfen. Dass man sagt, ja, Dinge, wo dann eine Mehrheit dafür ist, dass geheim gewählt worden ist, wird dann vertagt auf einen lokal stattfindenden Parteitag. Also das können wir immer noch fixen. Das ist nicht das Problem. Deshalb bitte stimmt für 027. Es ist der einzige, der nicht geheime Wahl zulässt und bei dem Beschlüsse über Programm stattfinden kann. Anträge mit Positionspapiere sind Humbugse. Okay, da oben Uhr. Wenn ihr sie nicht gut sehen könnt, fragt irgendwie euren Hintermann, dass er euch zehn Sekunden vorher antippt. So, ich habe ein Meinungsbild. Ich brauche meine Karte. Okay, ich hoffe, das ist deine eigene und das ist jetzt keine Karte ausgeliehen. Wer hier im Raum ist bereit, 24-7 das ganze Jahr darauf zu achten, welche Anträge gerade online abgestimmt werden? Okay, wer hier im Raum ist bereit, 24-7, also die ganze Zeit, möchte der Antragsteller damit sagen, das ganze Jahr darauf zu achten, welche Anträge gerade online abgestimmt werden? Ich teile dem Antragsteller mit. Das Meinungsbild ist gemischt, leicht negativ. Ich habe gleich noch eins, Meinungsbild 11. Das ist genau dasselbe. Ich denke, ihr habt eure Meinung nicht geändert, dann kann ich das so lassen. So, wir sind bei Contra. Los bitte. Hallo, einige von euch werden sich wundern, warum ich hier in der Contraschlange stehe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Viele der Vorredner hier in dieser Schlange haben das auch schon angesprochen. Wir können uns schütteln, auf den Kopf stellen, mit den Füßen zappeln. Es gibt kein real existierendes System, online geheime Abstimmungen durchzuführen. Und die Aussichten, jemals eins bauen zu können, sind auch sehr, sehr gering. Das heißt, ich würde euch bitten, aus dem Block 3a alle Anträge außer 12 und 27 abzulehnen. Bei 12 und 27 haben wir saubere Anträge, die das ausschließen, dass wir uns hier nicht völlig zum Klops machen und uns irgendwie ein Wünschtevers beschließen, was nicht geht. Das Schöne ist, das hört sich jetzt erstmal nach einem Dilemma an. Das Dilemma ist auflösbar. Michael Ebner hat mit Antrag 39 eine Möglichkeit geschaffen, dass wir auch geheim außerhalb von Parteitagen abstimmen können. Das heißt, die beiden Anträge schließen sich nicht aus. Wir können eine Online-SMV machen für die Dinge, die unproblematisch sind. Und dann auch geheime Abstimmungen für die Dinge, wo wir es wichtig halten, offline machen. Pro bitte. Wir haben eine Online-Abstimmung versprochen. Das haben wir uns versprochen, Neupiraten, Spiegel Online und auch allen Menschen. Und das haben vielleicht nur einige von uns getan. Vielleicht auch nur einige besonders laut. Aber wir haben es versprochen, dass wir entscheidet. Und wir sollten hier jetzt ein Symbol beschließen. Damit meine ich dann keine Symbolpolitik. Symbolpolitik wäre es, wenn wir nicht danach weiterarbeiten und es entwickeln würden. Aber das wollen wir ja tun. Und deshalb bin ich dafür, dass alle ein Kreuzchen auch bei der 35 machen. Auch die, die ansonsten lieber vielleicht mehr wollen. 35 ermöglicht uns auch, ein Nicht-24-7-Projekt daraus zu machen. Und auch dafür zu sorgen, dass wir vielleicht nur in Zeiträumen, in bestimmten Zeiträumen die Abstimmung machen, aber ständig daran arbeiten. Und deshalb 35. So, jeweils noch ein Redebeitrag pro Schlange in dieser Debattenrunde. Kontra, bitte. Ja. Danke, Manuel, dass du eben erwähnt hast, dass online keine anonymen Abstimmungen möglich sind. Ich möchte das nochmal bekräftigen. Und dazu ergänzen, dass das mit der Ohnenwahl tatsächlich absoluter Blödsinn ist. Wenn ich das richtig sehe, hat Rheinland-Pfalz bereits versucht, ein System für eine Ohnenwahl einzuführen. Und in keinem, ich wiederhole, in keinem Landkreis genügend Leute zusammenbekommen, um diese Ohnen zu betreuen. Dasselbe Problem sehe ich hier auch. Zum 24-7-Prinzip. Mal ganz im Ernst, Leute. Glaubt ihr, dass nur, weil das Internet 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche an ist, dass ihr da permanent reingucken müsst? Der Content geht doch nicht in fünf Minuten weg. Ja, liebe Piraten, wir haben eine sehr kontroverse Debatte hier. Das ist auch gut so. Ich fürchte aber, dass es sein kann, dass wir am Ende ohne Konsens hier aus dieser sehr kontroversen Debatte gehen. Und deswegen möchte ich werben für einen Antrag, der versucht, beide Seiten zu versöhnen und eine Brücke zu bauen. Und das ist der Kombinationsantrag 29. Er versucht, ein Online-Beteiligungssystem einzuführen mit Liquid Democracy, in dem Anträge ausgearbeitet werden können. Er stellt aber auch sicher, dass alle Entscheidungen basisdemokratisch an der Urne oder per Briefwahl danach bestätigt werden müssen. Das heißt, das verhindert, dass wir eine ständige Abstimmung haben. Es ermöglicht geheime Abstimmungen. Und es ist auch genau das, was wir gestern hier bei unserem massiven Wahlprogrammantrag gemacht haben. Online partizipativ ausarbeiten und gemeinsam letztendlich darüber entscheiden. Ohne Delegationen. Jeder entscheidet mit gleicher Stimme. Ich glaube, das könnte ein Modell auch für die Zukunft unserer Demokratie sein. Okay, das war das Ende deines Satzes. Ja, das ist ganz putzig. Ich habe mittlerweile zum dritten Mal das gleiche Meinungsbild. Also, es sind irgendwie alle total neugierig darauf, ob ihr 24-7 auf die Anträge online achten wollt. Ich werde dieses Meinungsbild aber nicht dreimal machen. Ihr habt es einmal. Ergebnis könnt ihr da vorne erfragen. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. So. Folgendes. Es gab jetzt zehn Redner, jeweils bei Pro und Contra. Das ist die Stelle, an der ich euch gleich fragen werde, ob ihr die Debatte beenden oder ob ihr weiter diskutieren wollt. Jetzt haltet doch mal noch kurz die Karten unten, Leute. Es ist ja schon total toll, dass ihr motiviert seid. Und jetzt haltet nicht die Motiviert-Karten. Okay. Wir haben eine Stunde darüber geredet. Ja, wir haben einen Zeitplan. Es ist jetzt theoretisch sechs nach zehn. Ich werde euch die Frage stellen. Ihr könnt dann fünf weitere Pro- und Contra-Redebeiträge haben. Also, wollt ihr weiter diskutieren? Bitte halten. Wir holen uns die Ergebnisse von Ringsrum. Bitte haltet die Karten hoch. Gut, ihr dürft wieder runternehmen. Es ist leicht positiv. Es wird eine weitere Runde geben. So, Contra, bitte. Wir haben hier eine Reihe von Anträgen, die sagen, wir bestimmen jetzt, dass wir eine SMV haben. Und über die Geschäftsordnung entscheiden wir später. Womöglich entscheiden wir später sogar mit einer kleineren Mehrheit. Und ich möchte euch bitten, all diese Vorschläge abzulehnen. Denn der Teufel liegt im Detail. Und solange wir keinen praktikablen Vorschlag haben, wie es funktionieren wird, sollten wir uns nicht darauf festlegen, dass wir eine SMV haben wollen. Ja, ich bin für den Vorschlag 027, weil er der einzige ist, der elektronische Abstimmung über das Programm ermöglicht. Warum bin ich dafür? Weil gestern haben wir gesehen, wie hier in einem Rutsch etliche Anträge beschlossen werden. Unter diesen Anträgen sind hervorragende Anträge. Unter diesen Anträgen sind aber auch problematische Anträge. Und darüber haben wir nicht diskutiert. Und wir haben sie jetzt im Programm zu stehen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, auch online über das Programm abzustimmen, können wir solche Sachen fixen. Zu dem Argument, dass wir hier 24-7 online sein müssen, um abzustimmen und um nicht irgendeinen Mist zu beschließen. Also wenn wir irgendeinen Mist beschlossen haben, dann haben wir auch 24-7 wieder Zeit, den zu korrigieren. Gut, danke. Kontra. Ich halte das Thema Online-Abstimmung für ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Piratenpartei von ganz zentraler Bedeutung. Aber eins verstehe ich nicht. Warum müssen wir jetzt die Satzung ändern? Warum müssen wir es in die Satzung reinschreiben? Es gibt überhaupt gar keine zeitliche Notwendigkeit dafür. Man muss ja, bevor man überhaupt loslegen kann mit dem System, erstmal alle Parteimitglieder in der Bundeskiste gewissermaßen verifizieren. Das dauert halt mindestens bis Anfang, Mitte 2014. Das heißt, überhaupt erst dann kann man überhaupt anfangen, das zu nutzen. Das ist auch auf der SMV-Kon völlig unstrittig von Tat zu und so dargestellt worden. Wir haben bis dahin noch zwei Parteitage, auf denen wir Beschlüsse fassen können. Warum müssen wir jetzt in irgendetwas rein stolpern und etwas beschließen, wo wir eigentlich nicht wirklich wissen, wie das umgesetzt werden soll? Meiner Meinung nach müssen wir bei dem Thema Online-Beteiligung aus Fehlern lernen. Und wenn ich mir anschaue, wie aktuell der Einsatz von Liquid Feedback in der Piratenpartei aussieht, dann bin ich nicht davon überzeugt, dass das gut ist, hier so eine Entscheidung ins Blaue hinein zu treffen. Okay, Pro bitte. Ja, wir haben vielleicht noch ein paar Parteitage irgendwann, aber wir haben vorher noch eine Wahl. Und wir müssen uns natürlich dazu bekennen, dass wir das machen oder zumindest versuchen. Und die Probleme, die es da gibt, die sind lösbar. Deswegen sollten wir das machen. Wir brauchen aber auch mehr. Wir können heute beschließen, dass wir eine Online-Abstimmung machen. Nächstes Mal eine Satzung beschließen, aber wir brauchen auch schon jetzt was bis zur Bundestagswahl, das jetzt gleich funktioniert, weil wir in den nächsten vier Monaten auch noch Beschlüsse machen können. Deswegen plädiere ich dafür erstens, dass wir einen Antrag annehmen, der die Online-Abstimmung einführt, die wir dann ausprobieren, wo wir dann die GOA machen. Und dann aber auch gleich eines vielleicht dieser anderen Urnenwahlsysteme benutzen als Übergangslösung, dass wir auch in den nächsten Monaten noch Beschlüsse fassen können. Das wird nämlich nötig sein. Wir haben einen Wahlkampf die nächsten vier Monate und eine Bundestagswahl. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns zu diesen Dingen bekennen, zu der Online-Wahl für die Glaubwürdigkeit. Okay. Ich muss mich konzentrieren. Ihr müsst euch konzentrieren. Wir wollen das durchziehen. Bitte konzentriert euch. Kontra. Die wesentliche Aufgabe dieser SMV wird es sein, all denen, die nicht die Zeit oder das Geld haben, auf Bundesparteitagen teilzunehmen. Wenn sie dann angesetzt sind und wo sie angesetzt sind. Und ein Bundesparteitag enthält keine Delegationsmöglichkeit. Wenn wir jetzt die Möglichkeit geben wollen, in die Fläche verteilt, jedem Mitglied, was wir ja wollen, als Mitgliederversammlung und nicht als Delegiertenparteitag, jetzt auch über das Internet dort teilzuhaben, ist eine Delegation komplett unnötig. Deshalb bitte ich darum, dass ausschließlich Anträge unterstützt werden, die keine Delegation enthalten. Danke. Pro, bitte. Hallo. Ja, schön. Hi. Ich stehe hier am Pro-Mikrofon, weil ich euch dazu aufrufen will, für Anträge zu stimmen. Wenn ich das Verfahren nämlich richtig verstanden habe, werden wir im Endeffekt ein Approval-Voting machen. Und das kennen wir ja vielleicht auch von den Vorstandswahlen, dass es dort ganz wichtig ist, dass man sozusagen seine Stimme für alles abgibt, was man akzeptieren kann. Also, dass ihr die Argumente, die wir jetzt hier gehört habt, gut gegeneinander abwägt und sozusagen nur dort kein Kreuzchen macht, wo ihr sagt, das sind sozusagen für mich die absoluten No-Gos und dem anderen eine Stimme gibt. Weil wir müssen ja die Sachen dann auch entsprechend hinterher hochwoten. Das verwechselt man manchmal leicht, weil man das gewohnt ist, bei anderen Abstimmungen sein Kreuzchen da zu machen, wo man dafür ist. Wichtig ist hier, seine Kreuzchen quasi überall zu machen, wo man sagt, dem kann ich prinzipiell zustimmen, auch wenn es nicht mein Favorit ist. Danke. Okay, ich habe mein Meinungsbild, bevor wir weitermachen können. Meinungsbild 13, bereitet euch vor. Wer kann sich vorstellen, an einer Online-Abstimmung teilzunehmen, die zum Beispiel zwei Wochen lang dauert? Kartenzeichen bitte. Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild sehr positiv ausfällt. Kontra, bitte. Also keiner der Vorschläge sagt mir zu. Damit bin ich allerdings alleine und das finde ich auch gut so, damit wir heute irgendwas beschließen, damit ihr alle endlich zufrieden seid. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich es schon ein bisschen schizophren finde, dass wir drei Jahre lang darüber diskutieren, wie wir dieses Ding sicher machen können. Und als wir dann feststellen, dass wir nicht sagen können, ob wir es sicher machen können, geben wir nicht zu, dass wir es nicht sicher machen können, sondern sagen, lasst uns das erstmal beschließen und es uns danach sicher machen. Das finde ich ist unverantwortlich. Delegationen lehne ich auch ab, weil eine Stimme und ein Mitspracherecht zu haben, ist vor allem und zuallererst ein Privileg. Und dieses Privileg erarbeitet man sich, indem man den Diskussionsgegenstand bearbeitet. Ja, man kann nicht überall mitreden, muss man aber auch nicht. Und wir wollen, dass du selber denkst und nicht der, auf den du delegierst. Vielleicht hätten wir nicht etwas versprechen sollen. Sorry, du warst drüber. Pro bitte. Pro. Es ist egal, ob du was in ausgeschaltet ist, das Mikro erzählt. Und das mit der Redezeit wurde abgestimmt. Pro bitte. Ja, einen gesegneten guten Morgen. Ich bin der Datenschutzbeauftragte in Berlin gewesen. Aber das Tolle ist, heute stehe ich hier als Pirat. Mir sind die Sachverhalte bewusst. Aber mein Piratenherz sagt, ich will gestalten. Ich will gestalten, ich will schnell gestalten. Ich will nicht immer einmal im Jahr hier zu sowas hinfahren müssen, um dann Sachen zu verändern. Ich möchte immer gestalten können, weil ich Pirat bin. Und zum Thema Delegation. Ich sitze auf meinem Platz und wenn Bildungsfragen sind, gucke ich zu Maha, weil ich weiß, er ist ungefähr der, auf den ich delegiere. Ich vertraue. Wenn Satzungsfragen sind, gucke ich zu Simon Weiß, weil Simon Weiß ist der, der für mich die Sachen macht. Ich arbeite, ich kann gar nicht immer 24-7 selber Sachen machen. Delegation heißt für arbeitende Bevölkerung, dass ich entlastet bin und mein Stimmrecht wahren kann. Darum bin ich für 12 und 27. Danke. So, ich habe ein Meinungsbild. Wer von euch könnte sich, das ist die 14, wer von euch könnte sich vorstellen, dem Antrag Satzungsänderungs 35 SMV Leit zuzustimmen? Ich teile dem Antragsteller mit. Das Meinungsbild fällt gemischt, aber leicht positiv aus. Kontra, bitte. Ich stehe hier in der Kontra-Reihe, obwohl ich für die SMV bin, aber ich habe mit einigen von den Anträgen ein Problem. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen direkter Demokratie und direkter Partizipation. Wir sind auf jeden Fall dafür, dass alle Leute mitmachen können, aber das birgt die Gefahr des Populismus. Populismus hat das Problem, dass dort kein Minderheitenschutz besteht. Wenn also in der Schweiz beispielsweise die schweizer Bevölkerung über Minarette abstimmt, dann geht dir das eigentlich einen Scheißdreck an, weil das betrifft diejenigen, die die Minarette haben möchten, nämlich die Muslime, die das für ihre Religionsausübung brauchen. Und das heißt also, wenn dort ein populistischer Beschluss getroffen wird, dann werden diese Minderheiten nicht respektiert. Deswegen bin ich gegen alle Anträge, die fest Programmanträge ändern. Ich bin für Anträge, die Empfehlungen abgeben und deswegen bin ich für die Nummer 12. Danke. Pro, bitte. Also letzter Probeitrag. Okay, dann möchte ich das nochmal nutzen. Ich bin ganz klar für die SMV und wenn ich hier rumlaufe, habe ich auch das Gefühl, dass es eine Zweidrittelmehrheit gibt, die für die SMV ist. Das sind Satzungsanträge, die brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Und es gibt hier, hat man gesehen, schätzungsweise mindestens 20 Prozent, die gegen alles sind. Das heißt, es gibt viele, die für die SMV sind, die sich aber streiten um das Wie. Und ich kann nur sagen, schaut euch alle Anträge an, überlegt, ob ihr, wenn dieser Antrag angenommen wird, aus der Partei austretet, wenn ihr das nicht macht, stimmt dafür. Stimmt nicht nur für den Antrag, stimmt nicht nur für den Antrag, der euch am liebsten ist. Denkt nicht, dass ihr irgendwie strategisch sein könnt und irgendein Außenseiterantrag stimmt. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, ist es ganz hart. Für alle Anträge, mit denen ihr irgendwie leben könnt, stimmt dafür, weil wir brauchen diese SMV. So, dieser Teil der Debatte ist zu Ende. Es ist 10.18 Uhr. Das heißt, wir sind im Augenblick 18 Minuten hinter der TO. Möchtet ihr weiter diskutieren? Das ist deutlich nein. So, damit gebe ich an den Wahlleiter ab. Nein, Momentchen, Momentchen. Die Antragsteller haben ja noch ihr Abschlusswort. Dann kommt mal hoch. Kleinen Augenblick. Jochen möchte vorher noch was sagen. So, damit das alles reibungslos klappt. Ich habe acht Bereichsleiter da unten. Die würde ich jetzt sofort gerne rechts hinten aus der Halle raus haben, damit wir noch mal ganz kurz reden können. Habt ihr acht das verstanden? Frank, dich zum Beispiel. Jochen, Zeitplan. Also, bitte schnell. Gut, jetzt erzählen uns die Antragsteller was. Ja, weil wir wenig Zeit haben, sagen wir Antragsteller gemeinsam das, was gerade Frau Dissl gesagt hat. Es ist ein Approval-Voting. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Und wir rufen euch alle auf, allen Anträgen zuzustimmen, denen ihr zustimmen könnt. Fangt nicht an, euren Lieblingsantrag als einziges anzukreuzen. Das Schlimmste, was wir heute hier passieren können, ist, dass wir fünf oder sechs Anträge mit 65 Prozent haben und mit leeren Händen nach Hause gehen. Danke. Ich muss eine Falschbehauptung zur SDMV in Rheinland-Pfalz richtigstellen. Denn die wurde geheim und transparent nachvollziehbar für jeden erfolgreich durchgeführt. Überzeugt euch selber. Ja, zum Satzungsentrag 29 ist noch die Frage aufgekommen, warum ist er kein reines Online-Modell und SMV. Das liegt daran, dass ich keine, genau so wenig wie Abstimmungs-Wahlcomputer, Abstimmungskomputer möchte, weil die manipulierbar sind, ohne dass man nachvollziehen kann, dass eine Manipulation stattgefunden hat. Die zweite Frage, die an mich gerichtet worden ist, ist, worin unterscheidet sich die Geschäftsordnung im Antrag 29 von der Geschäftsordnung in den SMV-Anträgen? Mein Antrag sieht als einziger, meine ich, vor, dass die Geschäftsordnung auch eine zweidritte Mehrheit braucht, um angenommen zu werden. Das heißt, auch die Ausgestaltung des Systems soll von einer breiten Mehrheit von uns... Antragsteller, nur weil ich für euch keinen Knopf habe, heißt es nicht, dass ihr nach einem Satz weitermachen könnt. So, weiter. Ihr seid durch? Okay. Ja, wir plädieren natürlich für all die Anträge, diese kritischen Fragen erstmal aussparen. Meine letzte Frage ist, was glaubt ihr, warum der Gesetzgeber es vorgesehen hat, dass hier auf unserer Konferenz, wo hier die Basis entscheidet, keine Delegation zugelassen sind? Nicht, weil wir das nicht wollen, weil der Gesetzgeber es so vorgeschrieben hat. Ich empfehle euch, im letzten Block 4, der unabhängig abgestimmt wird, diese U-Abstimmung anzunehmen, also den Basisentscheid, den müssen wir laut Parteiengesetz ohnehin annehmen, einbauen. Und da sind alle Rechte, wie ihr hier auch am Parteitag habt, gewährleistet. Die stehen in der Satzung. Ihr könnt geheim abstimmen. Und es wird auch nicht geheim online abgestimmt. Nimmt es zur Sicherheit an. Es gibt sogar einen Zusatzantrag, mit dem wir sofort beginnen könnten, eine Entscheidungsordnung. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ihr gerade so rumgebrüht habt. Ihr müsst ja nichts wählen, was ihr nicht wollt. Also, ja, ihr müsst nicht akustisch meckern. Ihr könnt auf dem Zettel euren Willen kenntlich machen. So. Also, ich hätte dann gerne einen Wahll... Okay, wartet kurz. Wir suchen den Wahlleiter. Okay, wir können uns jetzt alle eine Minute entspannen. Ich erinnere euch auch nicht mit Meinungsbildern. Und wir haben dann bald einen Wahlleiter. Und der erklärt euch, wie das mit den Abstimmungen funktioniert. Was ich schon mal spoilern kann, ist, dass es drei Wahlgänge gibt. Und ihr die Blöcke halt abstimmt. So, liebe Versammlung. Es geht in einer Minute weiter. Und ich habe eine Bitte an euch. Hört jetzt zu. Also, genau jetzt. Und versucht zu verstehen, wie das Wahlsystem funktioniert. Das ist extrem wichtig. Und jetzt nicht zuhören und dann zehn Fragen stellen, ist wieder zeitlich ziemlich schwierig. Also, ich bitte euch um die allergrößte Konzentration, die ihr um diese Uhrzeit, nennen wir es mal, aufbringen könnt. Ruhe. Danke. Guten Morgen. Wir kommen jetzt zu einer weiteren Abstimmung. Es ist Wahlgang Nummer 7. Wir verwenden den Stimmzettel Nummer 7. Der ist grau. Wir verwenden wieder Approval Voting Wahl durch Zustimmung. Auf dem Beamer müsstet ihr jetzt sehen, wie die Nummern zugeordnet sind, wo ihr ein Kreuz machen müsst, wenn ihr etwas annehmen wollt. Wenn ihr nichts annehmen wollt, macht einfach kein Kreuz und werft euren leeren Zettel in die Urne. Noch ein kleiner praktischer Hinweis. Faltet den Zettel bitte einmal mit der weißen Seite nach außen. Und zwar am besten mittig. Denn wiedererkennbare Wahlzettel sind ungültig. Und wir haben hier gestern tatsächlich irgendwie Origami aus einer Wahlurne gefischt. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, Fragen zu diesem Wahlverfahren zu stellen. Gibt es Fragen zu dem Wahlverfahren? Oder Gibt es Fragen zu dem Wahlverfahren? Dann bitte zum Saalmikro. Und achtet bitte auf Wiederholungen. Also hört doch euren vorigen Fragestellern zu. Wolltet ihr jetzt alle nur rumlaufen oder läuft jetzt auch jemand zum Mikro? Also ich hätte eine Frage. Und zwar, wir haben eben auch noch andere Sattungs- und Änderungsanträge vorgestellt bekommen im gleichen Kontext. Nämlich die 003, die 026. Warum wählen wir jetzt nur über eine Teilmenge? Das ist mir nicht klar. Okay. Ich erkläre dir das mal kurz. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet, aber macht ja nichts. Wir stimmen die Blockweise ab und Blöcke kennzeichnen sich dadurch, dass sie miteinander konkurrieren. Also das, was in 3b kommt, schließt sich durch 3a nicht aus. Deshalb ist das ja so sortiert worden. Du kannst jetzt nur über 3a abstimmen. Das ist richtig. Und das meinte ich, als ich vorhin sagte, die Abstimmungen über die SMV werden jetzt die ganze Zeit parallel geheim laufen. Wir werden jetzt erst 3a machen. Wenn wir davon das Ergebnis haben, machen wir mit 3b weiter. Und am Ende mit 4. Und zwischendurch haben wir aber halt die Möglichkeit, das Wahlprogramm zu machen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn einer oder mehrere dieser Anträge angenommen würden, ersetzt das nicht die Abstimmung über die noch kommenden Blöcke. Diese werden also auf jeden Fall unabhängig vom Ausgang der Ergebnisse dieser Abstimmung noch abgestimmt werden. Ja. Danke. Hey, Vorsicht. Püt, gib uns mal Handzeichen. Püt, ich habe dich gehört. Folgendes. Diese Bändchen sind dazu da, sicherzustellen, dass ihr tatsächlich akkreditiert seid. Tragt diese Bändchen bitte an einem Körperteil. Nicht-Kleidungsstück. Ich werde jetzt gerade aufgefordert zu betonen, dass es ein sichtbares Körperteil sein soll. Falls ihr euer Bändchen irgendwo an einem Kleidungsstück habt, geht zur Akkreditierung, holt euch ein neues. Falls euer Bändchen unleserlich geworden ist, geht zur Akkreditierung, holt euch ein neues. Und zwar jetzt am besten schon. Liebe Akkreditierung, ihr werdet gleich viel zu tun bekommen. So, Pro-Mikro darf fragen. Navy, lenke ihn nicht ab. Er kriegt dort richtige Fragen. So mit Mikro und so. Ach, das warst du. Du auch nicht. So, die Pro-Frage bitte stellen. Bin ich das, ja. Ich denke, es ist klar geworden, dass wir ein hochpolarisiertes Thema hier behandeln gerade. Ich möchte wissen, wie ihr sicherstellt, dass ein Wahlzettel, wo zum Beispiel nichts angekreuzt ist, nicht manipuliert wird nachträglich. Meines Erachtens finde ich das hochproblematisch. Ruhe. Leute, bleibt mal ganz ruhig. Hier steht noch eine Antwort aus. Komm mal her zu mir und diskutiert das mit mir. Es ist ganz einfach. Wenn ihr hier akkreditiert werdet, dann bekommt ihr einen Satz, bestehend aus Stimmkarten, Stimmblock, Bändchen. Wenn ihr reakkreditiert werdet, werdet ihr das nur, wenn ihr diesen Satz zurückgeben könnt. Und in die Urne kann man nur einen Zettel einwerfen. Ich habe meine Wahlhelfer extra nochmal angewiesen, dass sie aufpassen sollen, dass niemand mit einem Briefumschlag kommt. Und bei der Auszählung könnt ihr alle meinen Helfern über die Schultern schauen und schauen, dass sie richtig zählen. Gibt es noch eine Frage? So, ich bin gebeten worden, noch einmal das BIMA-Bild vorzulesen. Stimmzettel 7 wird verwendet. Die 1 ist für Satzungsänderungsantrag 12. Die 2 ist für Satzungsänderungsantrag 21. Die 3 ist für Satzungsänderungsantrag 27. Die 4 ist für Satzungsänderungsantrag 29. Die 5 ist für Satzungsänderungsantrag 35. Die 6 ist für Satzungsänderungsantrag 41. Ich sehe, dass es keine Fragen mehr gibt. Ich bitte euch, jetzt mal ein bisschen ruhig zu sein. Gut. Wahlhelfer. Öffnet mal eure Urnen, hebt diese hoch, zeigt sie rum, dass sich jeder davon überzeugen kann, dass noch keine Stimmzettel drin sind. So, jetzt nehmt die Urnen wieder runter, macht sie zu, geht in die Ausgangsposition für geheime Abstimmungen. Dann nochmal ganz kurz der Hinweis an die Leute, die Kameras haben. Es ist eine geheime Abstimmung. Das Wahlgeheimnis, Abstimmungsgeheimnis ist wichtig. Bitte filmt, fotografiert oder sonst wie, dokumentiert nicht die Wahlhandlung, sprich das Ausfüllen des Stimmzettels oder einen ausgefüllten Stimmzettel vor der Auszählung. Gut. Ich hoffe, jetzt habe ich alles gesagt, was ich an dieser Stelle sagen muss und eröffne diese Abstimmung. Ich habe vor, sie zeitnah zu schließen. Das heißt, bevor ihr rauchen geht, gebt ihr eure Stimme ab. Ihr dürft jetzt Stimmen abgeben. Jetzt kommt mal wieder mein Loadbalancing-Sprüchlein. An den Urnen am Rand ist wieder wesentlich mehr los als an den Urnen in der Mitte. Schaut euch um. Ihr habt ein Recht darauf, in der Schlange zu stehen. Ihr müsst dies aber nicht. So, es sind ganz viele Urnen frei. Das heißt, wer noch wählen will, sucht sich jetzt möglichst schnell eine freie Urne. Ich sage euch jetzt, ich warte noch auf zwei Urnen, die hier im Haus unterwegs sind, damit der Pressebereich, das Catering und so weiter auch mit abstimmen könne. Sobald die wieder da sind, werde ich den Wahlgang schließen. Also, es ist ein bisschen vom Zufall abhängig, aber in sehr kurzer Zeit wird die Stimmabgabe abgeschlossen werden. Ich hatte es vorhin angekündigt, alle Urnen sind wieder im Saal. Ich schließe diese Stimmabgabe und bitte meine Helfer, mit der Auszählung zu beginnen. Das war jetzt. Markus Gerstl zur Bühne, bitte. Markus Gerstl zur Bühne, bitte. So, meine liebe Versammlung, ihr habt abgestimmt, der Wahlgang ist geschlossen. Ihr dürft euch wieder Sitzplätze suchen und beruhigen. So, ich habe ein paar Orga durchsagen an euch. Das Treffen der Leute, die ein neues Liquid Democracy Tool programmieren wollen, wird auf der Beschlussfassung zur SMV verschoben, dann Bekanntgabe von Ort und Uhrzeit. Die Landeswahlkampfkoordinatoren und Landesvorstände mögen sich um 12 Uhr draußen an einem Viehtheater zur Wahlkampfbesprechung treffen. Die Gäste des Nürnberger Hof, Christian Reidel und Heiko Schumann, werden dringend zur Erklärung... Das soll ich durchsagen? Ich möchte bitte einfach, dass Sie nur nach vorne kommen und das Frontoffice erklärt Ihnen, worum es geht. Ich sage die Namen nochmal. Christian Reidel und Heiko Schumann mögen bitte zum Frontoffice kommen. Die Beteiligungen am Kalenderfotoshooting treffen sich um 12 Uhr vor der Akkreditierung. Die Kinderbetreuung öffnet jetzt und die Kinder können abgegeben werden. Sie schließt 14.30 Uhr. 14.30 Uhr ist wirklich, wirklich Schluss. Also vielleicht lieber früher hin. Und bayerische Mitglieder sowie ein Vertreter der Piraten Rheinland-Pfalz können ihre Mitgliedsausweise beim Infostand abholen. Dann haben wir noch Gewinner. Einen Block haben wir von der 130938 und der 131451. Zur Technik vielleicht die Nummern wieder auch über den Beamer schicken. Wir haben Ja-Karten von der 131301 und der 130956. Außerdem eine Ja-Karte von der 130548. Und es ist ein Krawattenshirt Größe XL gefunden worden. Markus, bist du gerade auf dem Weg zu uns? Sei schneller auf dem Weg. Danke. Wir haben hier nämlich einen GO-Antrag. Zufällig von ihm. Ich sage selber kurz erst was dazu. Es ist ein GO-Antrag auf... Liebe Versammlung, wollen wir das mit der Konzentration nochmal machen? Das habt ihr doch vorhin so toll hinbekommen. Kann man einer eine Stecknadel fallen lassen? Danke. Stell deinen Antrag bitte vor. Bitte nachstehen mit mir. Das ist der einzige Antrag, den ich an diesen BPT stelle. Wir haben die letzten zwei Tage erlebt, wie die Versammlung am Ende immer feststellt, mein Antrag ist der wichtigste. Oder wie die letzten beiden Tage auch, ich habe keine Lust, andere Anträge zu behandeln, darum sabotiere ich den Parteitag. Könnte man so jedenfalls verstehen. Folgende Idee. Ab 12 Uhr ist die Tagesordnung fix. Die Versammlungsleitung darf gerne noch etwas ändern, wenn etwas Dringendes passiert. Oder sie es für richtig hält. Oder sie den Parteitag beenden will. Aber aus der Versammlung selber entscheiden wir vorher, wie die TO aussieht. Und anschließend arbeiten wir die ab. Haben wir Gegenrede? Begründet. Gibt es eine begründete Gegenrede? Bitte deutlich gen Mikro. Gut. Es gibt nur eine formale Gegenrede. Damit stimmen wir den Antrag jetzt ab. Wer ist für bzw. gegen die Annahme dieses GO-Antrages? Dieser Antrag ist eindeutig angenommen. Ich darf euch jetzt Bernd Schlömer und Amelia ankündigen, die eine Rede halten werden. Und übergebe die Versammlungsleitung hiermit an Marco. So, liebe Piraten, liebe Kollegen, liebe Zuhörer, lieber intersexuelle Menschen. Ja, ja, ja. Es gibt schlechte Zeiten. Wir werden alle sterben. Man kann sich daran abarbeiten, reflektieren und sich bemitleiden. Man kann Schuld zuweisen. Man kann schimpfen, nach Verfahrenslösungen suchen, Tools vorschlagen. Man kann so weitermachen, aber man sollte es nicht tun. Aufbrechen, klar machen, ändern. Es ist jetzt an der Zeit, Spaß zu haben, Freude zu zeigen, unbelastet aufzutreten. Greifen wir an. Was kann es denn Schöneres geben für mich als Vorsitzender der Piratenpartei, der sich im September endlich ohne Shitstorm zurücklehnen kann und sich sagt, tja, liebe Bundestagsparteien, die Piraten, die müsst ihr euch jetzt erst einmal nervlich leisten können. Die Piratenpartei wird es sein, die Nerven kosten wird. Sie wird nämlich einiges in Frage stellen. So ist auch das Motto des Parteitages. Wir stellen das mal in Frage. Und es gibt vieles in Frage zu stellen. In allen Parteien. Sie haben es sich zurecht gemacht im feinen Paul-Löbe-Haus, gleich neben dem Reichstag und genießen ihr Dasein. Was treiben sie? Fangen wir mal mit den Christdemokraten und ihrer bayerischen Horden an. Seien wir dabei ehrlich. Wann ist uns die CDU, CSU eigentlich in der letzten Zeit durch Innovation und Jobwunder aufgefallen? Wann haben es die Christsozialen in den letzten Tagen und Wochen einmal geschafft, uns deutlich zu machen, was Steigerung von Beschäftigung bedeutet? Was haben sie eigentlich getan, außer ein paar erfolgreiche Familienunternehmen zu führen in den eigenen Ministerien? Mit offensichtlicher Duldung der Opposition. Was ist dort geschehen, dort, wo Ehefrauen, Kinder, Parteifreunde und Ehegatten tätig sind? Es ist uns nicht viel aufgefallen. Nicht viel, aber genau dieses. Lieber Herr Ministerpräsident Seehofer, liebe Frau Dorothee Bär, lieber Minister Friedrich und ja, liebe Frau Bundeskanzlerin, auch Sie sitzen mit im Boot. Was erlauben Sie sich eigentlich? Was geht in Ihnen vor? Lieber Herr Ramsauer, was denken Sie sich eigentlich, Ihren Staatssekretär für die Katastrophenleistung beim Großflughafen Berlin mit einem Chefposten bei der Deutschen Flugsicherung zu belohnen? Wer gibt Ihnen das Recht, sich über das Recht zu stellen? Wer gibt Ihnen das Recht, sich über Eignung, Leistung und Befähigung und damit Chancengerechtigkeit hinwegzusetzen? Soll der Ehrliche der Dumme sein? Ich stelle diese Praktiken in Frage, liebe Parteien. Ich stelle Sie in Frage. Das muss sich jetzt ändern. Bereiten wir diesem Treiben ein Ende. Vielfalt soll herrschen und nicht vettern Wirtschaft. Und ja, man muss es leider auch sagen, lieber kleiner Partner in der Bundesregierung, was Hänschen nicht lernt, lernt Philipp Rösler nimmermehr. Liebe FDP, FDP könnte auch stehen, finde deinen Vorteil. Liebe Partei der Möwenpicker und Hotellobbyisten, was machen wir mit Ihnen? Beinahe hätten wir Sie ja vergessen. Aber ich mache es auch kurz. Das Ziel politischer Arbeit, liebe FDP, besteht nicht darin, seinen eigenen politischen Einfluss bestmöglich an Interessengruppen und Lobbyisten zu verkaufen. Regierungsverantwortung besteht eben nicht darin, Herr Niebel, diese als Chance zu sehen, dutzendfach Parteifreunde in eigenem Ministerium zu beschäftigen. In diesem Zusammenhang sei einmal erwähnt, und ich nehme mal die Worten von meinem Freund Christopher Lauer, wie verstrahlt müssen Sie eigentlich sein, Herr Niebel. Sie gehören einer Partei an, die wie keine andere das Recht auf sichere Existenz ablehnt, die in Fragen der Altersarmut nichts anderes vorsieht, als Eigenverantwortung und Privatfürsorge. Und gleichzeitig führen Sie Ihr eigenes Klientel in den warmen Schuss der öffentlichen Beschäftigung und sicheren Pensionen. Sie trauen wohl Ihren eigenen Hosenträger nicht, Herr Niebel. Am 22. September um 18 Uhr ist Ihr Job beendet, Herr Niebel. Im Übrigen gilt, es gibt in Deutschland kaum eine Partei wie die FDP, bei der unklarer ist, wofür Sie stehen. Denken wir einmal darüber nach. So, liebe Grünen, wild und stürmisch sollt ihr sein, netzaffin und basisdemokratisch. Das stelle ich sehr in Frage. Denn Tonsteine, Erben, Scherben ist nicht mehr. Alt seid ihr geworden. Ich bleibe beim Sie. Ich sehe bei Ihren Parteitagen keine Basisdemokratie. Es sind Versammlungen von Delegierten mit abnehmender demokratischer Tendenz. Und wenn es Ihnen, liebe Parteispitze der Grünen, wirklich wichtig wird, bleibt die Basis draußen. Staatstragend wollen Sie nunmehr sein. Diskussionen unerwünscht. Ob nun bei Kriegseinsätzen der Bundeswehr, Hartz IV oder in der Euro-Frage, gefallen Sie sich in der Wohlfühlblase des Delegierten-Systems. Nur so ist es auch wohl nur zu erklären, dass die letztlich aus Verzweiflung getroffene Entscheidung zur Urwahl zu viele Köpfe für zu wenig Spitzenplätze keine basisdemokratische Fortsetzung findet. Zu anstrengend, liebe Grünen, was. Wir piraten. Mache weiter so. Auch in der Netzpolitik fehlt es an überzeugenden Impulsen. Auch bei Ihnen ist das Thema nur schmückendes Beiwerk. Oder wie ist es zu erklären, dass Sie wieder einmal einer schädlichen Entscheidung im Bundesrat zur Bestandsdatenauskunft im Bundesrat über die Bundesländer mit grüner Regierungsbeteiligung zugestimmt haben? Und, liebe Grünen, in der Familien- und Geschlechterpolitik bedeutet Ihnen wohl nicht viel. Wer Wein predigt, aber nur Wasser ausschenkt, den glaubt man nicht mehr. Oder wie muss ich mir das ansonsten erklären, dass familienfreundliche Arbeitszeiten in Ihrer Regierungsverantwortung in Ihren Behörden und in den Ministerien keinen hohen Stellenwert besitzen. Besprechungen nach 15 Uhr. Männer und Frauen mit Kindern sollen wohl nicht teilnehmen dürfen. In der politischen Praxis zeigen Sie beim familiegerechten Arbeiten eine Bruchlandung. Die Zukunft, liebe Grünen, sieht anders aus. Auch mal an Details denken, nicht nur das Grobe machen. Und schließlich, liebe Sozialdemokraten, mal ganz abgesehen davon, dass es mit dem Ideenwunder Mr. 120 kmh Sigmar Gabriel und dem Vortragsreisenden Steinbrück nicht wirklich einfacher geworden ist. Ein Alleinstellungsmerkmal, eine Leistung haben Sie allemal errungen, liebe SPD. Kaum eine Partei in Deutschland vermag es besser, als netzpolitischer Geisterfahrer aufzutreten, als Sie es getan haben. Es gibt im Bereich der Netzpolitik kaum schädliche Gesetze in Deutschland, denen Sie frei von jeglichem Wissen zugestimmt haben oder die Sie initiiert haben. Egal, ob es von der Koalition kommt oder nicht. Nicht nur die aktuelle Bestandsdatenauskunft haben Sie abgenickt, sondern auch die bereits vom Verfassungsgericht einkassierte alte Regelung noch unter Hört, hört, Rot, Grün entwickelt und angeschoben wurden. Das Leistungsschutzrecht kommt Ihnen recht und die Vorratsdatenspeicherung stammt von Ihnen. Der Reigen ist schmerzlich lang, liebe SPD. Ganz davon zu schweigen, dass Sie eigene Initiativen wie zum Jugendmedienstaatvertrag selbst stoppen müssen, weil erhebliche inhaltliche Fehler entstanden sind. Sie arbeiten substanzlos, liebe SPD. Hören Sie auf damit. Lassen Sie es einfach sein. Liebe Frau Joost, liebe Frau Joost, Sie sind ja jetzt da als Kompetenzkraft der SPD. Ich glaube, es steht viel Arbeit für Sie an. Aber ich wünsche Ihnen erst mal alles Gute. Liebe SPD, Ihre Bekenntnisse zur Netzneutralität sind Nebelkerzen. Ihre sozialen Forderungen zugleich nur Lippenbekenntnisse. Sie stehen in Deutschland für die Ausweitung der Zeitarbeit, für eine unsichere berufliche Zukunft junger Menschen. Sie stehen für nicht existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse. Und Hartz IV ist das Ergebnis Ihrer rot-grünen Schröder-Jahre. Ich muss zum Schluss kommen und möchte noch einen Hinweis geben. Liebe Bundestagsparteien, liebe Bundestagsabgeordneten, die Piraten werden eine neue, eine andere politische Kultur in den Deutschen Bundestag einbringen. Sie werden ohne Fraktionszwang arbeiten. Das ist ein anderer, meiner Meinung nach, ein besserer Weg. Schauen wir uns beispielsweise die Entscheidung des Deutschen Bundestages für die Einführung der Frauenquote an. Trotz anderer persönlicher Meinung stimmten zahlreiche Politikerinnen gegen ihre Überzeugung, gegen ihr Gewissen. Sie mussten sich dem Fraktionsproport und der Parteiraison unterwerfen. Nun, liebe Piraten, was soll ich dazu sagen? Liebe Abgeordnete, im Deutschen Bundestag, um als tadelloses Schaf in einer Schafsherde bestehen zu können, muss man vor allen Dingen eins sein, man muss ein Schaf sein. Entlassen wir diese Schafe der Demokratie auf ihre wohlverdiente grüne Wiese. Wagen wir es mit der Piratenpartei. Piraten, auf in den Bundestag! Es geht jetzt los! Dankeschön! Applaus 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 Moin Moin erstmal. Der Bernd hat ja schon ganz viel zu Deutschland gesagt, aber die Piraten sind vor allen Dingen halt auch eine internationale Bewegung. Und wir sitzen ja auch schon mit zwei schwedischen Piraten im Europaparlament. Und nächstes Jahr werden wir dann vielleicht sogar noch ein paar mehr da drin, irgendwie mit Piraten aus allen europäischen Ländern. Und eine von denen, die jetzt schon drin ist, die ist jetzt auch auf diesem Parteitag hier, das ist die Amelia von den schwedischen Piraten. Und die wird jetzt ein paar Worte zu euch sagen. Geht ihr einen richtig fetten Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. In all of these three cases, data protection, net neutrality and web standards, we have examples of times in society when politics and technology are not appropriately separated and the result is bad politics, bad technology and a society which increasingly loses trust and faith in the systems used to govern it. This is what it lies on us, the pirates, to fix. It's a problem of technology not being regulated enough and it's a problem of technology being far too regulated. For some reason, the idea that the Internet should be free and therefore also completely unregulated has now become a popular political idea also with political parties that are not the pirate party. But the idea is obviously quite wrong. Legislation and government is how we as societies self-organize to minimize conflicts and to help ourselves with the resolution of conflicts when conflicts do arise. And we tried to make our legislation in such a way that the risk of conflict is minimized and that the scope of the conflict, if it does arise, is as small as possible. Many pieces of our legislation do not do this at all. Copyright law, for instance, creates conflicts between people who needn't be in conflict and it makes the resolution of those conflicts incredibly difficult. We are looking at a situation in Europe now where the need to reform copyright has been plainly obvious for over a decade, but where entrenched political positions makes it impossible for any useful action. After 2014, we're looking towards a new commission in the European Union and our publicly elected institutions at all levels, regional, local, European, national, need to push this reform forward. We can do it in the local government, in the regional government and from the European Parliament. We need the copyright reform not only so that our children can visit the library, have teachers that don't habitually violate the law and access to culture for the visually impaired. We need it also to connect with our common history. Would you believe that despite the wealth of German television, actually the only thing I know from it is Schnappi das kleine Krokodil. We need copyright reform to not incentivize the development of technologies that control and lock in users and the public when we digitalize our public sector materials. It is possible after 2014 and we need it. A society needs a moral compass and our industries need a moral compass. There is a political vacuum that we need to fill in terms of establishing this moral compass. From my time in Brussels, it's been obvious that pirates are more needed than ever. We have ICT discussions in transport, automobiles, electricity, city planning, water management, healthcare and all associated industry sectors to any of these fields. We need a stable set of values based on culture as a tool to build communities in Europe and the world. And we need privacy as a fundamental right that we need to shape our identities and to participate on a non-discriminatory basis in our democratic systems. It's important that none of the stages in the legislative process is forgotten. Often the moral frameworks are codified at the European level and refined in national and local settings. But national and local policies can and must be strong growing grounds for the values that we want our societies to uphold. I believe strongly also in the cooperation between the local levels of European pirate parties. So being here has encouraged me. I see a Piraten Partei open to collaboration with others and one where the political debate thrives. You will have an important election coming up this autumn and next year we will campaign together for the European elections. Things are moving. We have the data protection reform now and we can make it. We can make it good. The copyright reform will come and we will have to push it forward. With these words I wish you a good rest of the Congress. And I'm sure that many of you will leave this place with as many positive impressions and new ideas as I have had. Thank you. Thank you Amelia. Damit hört mein Englisch aber auch schon wieder auf. Dazu passend zu Amelias Rede habe ich hier einen Antrag, nämlich den X004, Ratifizierung der Paris Declaration, Gründung PPEU. Du? Alios? Bist du an... Ach du? Mir egal. Kommt hoch. Erzählt uns was, was ihr machen wollt. Fangen wir mal an. Okay. Finde ich großartig. Ich will mich zugehörigen. Amelias, liebe Piraten. First of all, I'd like to thank Amelias for her rousing and thought-provoking speech. I'm sure that I speak for all the German Pirates here when I say that I'm very happy that there are so many Pirates from other Pirate parties this weekend. And I'd also like to thank all those hard-working German Pirates who are supporting the international coordination of the German Pirate party and usually remain in the background. Some of them are here behind me in the background, but there are lots of people more who are not on the stage at the moment. Mit den Europa-Verhandlungen ist es wie mit dem Liebesspiel der Elefanten. Alles spielt sich auf hoher Ebene ab, wirbelt viel Staub auf und es dauert sehr lange, bis etwas dabei herauskommt. Dieses Zitat unseres Ex-Bundeskanzlers Willy Brandt trifft auch auf die Verhandlungen für die Gründung einer europäischen Piratenpartei zu. Leider. Letztes Jahr in Neumünster haben wir uns mit der Verabschiedung der sogenannten Prager-Erklärung dafür entschieden, eine solche PPEU aufzubauen. Viele andere europäische Piratenparteien haben es uns gleich getan. Seitdem wurde auf Konferenzen und Veranstaltungen in Aarau, Potsdam, Barcelona, Rom, Manchester, Hannover, Paris und Zagreb an einer engeren Kooperation der Piratenparteien Europas gearbeitet. Um uns nicht im Kreis zu drehen, sondern voranzuschreiten, haben wir in Paris beschlossen, die Grundsatzfragen bei der Gründung einer europäischen Piratenpartei häppchenweise von den nationalen Parteien absegnen zu lassen. Deswegen stehe ich heute hier und versuche euch zu überzeugen, den von allen teilnehmenden Vertretern der europäischen Piratenparteien in Paris abgestimmten Zweck dieser Partei, also die sogenannte Pariser Erklärung, anzunehmen. Gerade im Hinblick auf die Europawahl nächstes Jahr, aber auch deswegen, weil das Haus Europa nur gemeinsam herausgeputzt werden kann, müssen wir Piraten Europas zusammenarbeiten. Wir sind eine transnationale Bewegung, was sich auch an unseren Strukturen zeigen soll. Damit Europapolitik keine Außenpolitik für uns ist, müssen wir mit unseren Schwesterparteien im europäischen Ausland zusammen Ziele definieren und gemeinsam dafür kämpfen. Und zum Abschluss nochmal, um zum Abschluss nochmal unseren Ex-Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zu zitieren, zu zitieren, nicht ein Europa der Mauern kann sich über Grenzen hinweg versöhnen, sondern ein Kontinent, der seine Grenzen das Trennende nimmt. Und jetzt seid ihr dran. Dankeschön. Ich mache, alle, die Verständnisfragen haben, dürfen jetzt schon mal aufspringen und zum Saalmikro gehen. Bis das geschehen ist, habe ich ein, zwei Durchsagen. Ganz wichtig, alle Kandidaten treffen sich bitte jetzt im Pressebereich. Bundestagskandidaten wird mir gerade von der Seite gesagt. Olaf Finkbeiner sollte doch bitte zum Frontoffice kommen. Und noch einen Gewinner. Das ist die 130478. Die 130478. Am Pro-Mikrofon sich eine Person, ist das eine Frage? Frage, ja oder nein? Gut, eine Verständnisfrage, bitteschön. In dem Antrag wird was von einem Pirate Manifesto erklärt. Auf welche Art und Weise wird dieses Manifest beschlossen werden? Das Manifest wird natürlich dann auch auf dem Parteitag beschlossen werden. Wir haben es noch nicht ausgearbeitet. Wir haben jetzt acht Themen konkretisiert, die alle Piratenparteien gemeinsam haben. Denn viele der Piratenparteien in Europa haben halt bisher nur Positionen zu den Kernthemen entwickelt. Das heißt, wir werden natürlich nicht darüber hinausgehen können als Kernthemen, um den Zusammenhalt halt nicht zu gefährden. Aber das wird auf jeden Fall auch von einem Parteitag noch verabschiedet werden. Bisher besteht noch kein Text, aber wir brauchen einen Text, wenn wir später als Partei auf europäischer Ebene anerkannt werden wollen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall ein solches Manifesto. Das heißt von einem Parteitag der Piratenpartei EU auf Basis des Konsens zwischen den Parteien? Nein, auf jedem nationalen Parteitag, also hier auch auf dem deutschen nationalen Parteitag. Das ist jetzt erstmal nur ein erster Happen. Wir werden weiterarbeiten, also in Warschau, Ende Juli ist die nächste Konferenz zur Satzung. Aber schon in Kiew Mitte Juni werden wir an diesem Manifest arbeiten. Das heißt, entweder in der SMV, falls wir sie beschließen, könnte man überlegen, ob man dann diese Sachen annimmt. Oder eben auf dem nächsten Bundesparteitag hoffentlich. Sind das Verständnisfragen? Alles drei? Ja? Okay. Verstehe ich nur nicht, was nicht? Oder warum höre ich Parteitag, wo wir doch gerade jetzt hier den Bug beheben wollen, dass man dafür anreisen muss und dass das nicht über Internet geht? Ich habe eben extra gesagt, falls wir die SMV beschließen, können wir das auch in einer SMV ratifizieren. Eine Sekunde, eine ganz dringende Durchsage. Daniel ist unterwegs, hat sich erledigt. Gut, danke. Die nächste Verständnisfrage. Gibt es den Antragstext auch in deutscher Übersetzung? In der Begründung steht die deutsche Übersetzung drin. Gut. Gibt es Pro, Contra? Bist du Pro? Soll ich jetzt? Ja. Okay. Ich möchte euch nochmal darauf, möchte euch nochmal sagen, dass ihr diesen Text annehmen sollt. Es geht darum, dass wir gemeinsam an einer internationalen, also an einer europäischen Piratenpartei arbeiten. Das ist richtig wichtig. Und wenn sich Leute an dem Wort manifest oder manifesto stören, manifesto, die englische Übersetzung von manifesto ist nicht manifest, sondern eher Programm. Ich bitte euch auch, diesen Antrag zuzustimmen. Denn wir wollen Europa verändern. Und ich denke, mit einer PPU, mit einer europäischen Piratenpartei, Entschuldigung, schaffen wir das. Und wir müssen es schaffen. Und bitte, bitte, interpretiert da nicht wieder irgendwas rein. Stimmt dem einfach zu. Und dann wäre ich extrem stolz auf euch. Ich möchte betonen, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Das sieht man vielleicht nicht. Das sind wenige Zahlen. Da sind viele Leute weiter für gereist. Und es lohnt sich wirklich, diesen Antrag zu unterstützen. Ja, ich möchte nochmal von hier unten sagen, dass es sich um einen minimalen Konsens handelt, den wir hier in Paris beschlossen haben. Also ich glaube, dem könnt ihr wirklich zustimmen. Die Frage, was ins Manifest kommen soll, so was wir in Zagreb besprochen haben, möchte ich noch ergänzen. Dass wir klare Prinzipien festgelegt haben, dass eben in diesem Manifest nur solche Themen auftreten, drinstehen sollen, für Lösungen, die wir auf europäischer Ebene finden müssen. Und das sind vor allem auch die Kernthemen, also Vorratsdatenspeicherung etc. Ich habe da eine Verständnisfrage. Wenn die Übersetzung von Manifesto eher Programm ist, dann braucht das eine Zweidrittelmehrheit, oder? Herr Morlang, Sie wissen, dass das ein sonstiger Antrag ist. Und was steht über sonstige Anträge in der Satzung? Ich glaube, das können Sie selbst nachlesen. So, Pro Contra ist erschöpft. Deine Verständnis. Frage Nummer zwei. Wenn es Satzung, nicht Satzung, wenn es programmatisch ist, wieso ist es dann unter Sonstiges? Das ist nicht programmatisch, sondern es wird nur darauf hingewiesen, dass es ein Manifesto geben wird. Dieses selbst ist dann natürlich programmatisch. Bisher ist hier aber noch kein Inhalt drin in dem Antrag. So, die Rednerliste ist... Willst du noch was sagen, Pro? Was? Ein Meinungsbild, oder kommen wir schon zur Abstimmung? Jetzt käme das Schlussstatement dran, weil es steht ja so die Masse nimmer im Pro Contra. Und danach wäre die Abstimmung. Okay, gut. Euer Schlussstatement. Also, ich lasse es bei dem, was gesagt wurde. Ich möchte nur einmal noch hinzufügen, in Bremen und Bayern wurde dieser Antrag auf den Landesparteitagen schon angenommen. Und ich hoffe, dass ihr hier auch eure Zustimmung findet. Gut, dann möchte ich mal, ja, ihr kennt das Spiel, ein bisschen Sport, Arme nach oben. So, und die Abstimmung verläuft sehr positiv aus, ist angenommen mit weit über 50%. Also, weil mir gerade zugerufen wurde, nein, es war nicht ganz einstimmig. Danke. So, ich übergebe mal das Wort an Flo Bokor. Liebe Versammlung, eine Bitte. Wenn ihr Kritik an meinem Team, an Einzelnen, an dem Verfahren, an irgendetwas habt, kommt zu mir. Beschimpft mich, beschimpft nicht mein Team. Dankeschön. Danke, Flo. Und jetzt übergebe ich mal an unseren Wahlleiter. Ich glaube, er möchte euch da was erzählen. Ich glaube, da haben wir mal was gemacht, wo er zuständig ist. So, wir haben abgestimmt über den Block 3a. Das waren sechs Satzungsänderungsanträge. Satzungsänderungsanträge brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Es wurden 939 Stimmen abgegeben, 930 davon waren gültig. Kein Antrag hat die Zweidrittelmehrheit erreicht. Nach dem gestern und heute festgelegten Verfahren kommen wir jetzt unmittelbar zur Abstimmung über den Block 3b. So, beim Auszählen ist uns aufgefallen, dass etliche von euch nicht in der Lage sind, das hier sauber zu machen. Deshalb bitte ich euch alle, den Stimmzettel Nummer 8, falls ihr ihn noch habt, denn etliche davon habe ich schon. Abzutrennen und zu zerreißen. Zur Abstimmung stehen Satzungsänderungsantrag 026 und Satzungsänderungsantrag 039. Wir verwenden Stimmzettel Nummer 9 in blau. Es ist wieder Approval. Die 1 ist der Satzungsänderungsantrag 026, die 2 ist der Satzungsänderungsantrag 039. Gibt es Fragen? Ich sehe keine Fragen. Wo sind meine Wahlhelfer? Gut. Dann bitte ich meine Wahlhelfer, die Urnen zu öffnen, hochzuheben, zu zeigen, dass sie leer sind. Ah, ich habe doch eine Frage. Hallo? Ah, gut. Also der Bratwurst stand draußen, die können leider nicht weg. Die wünschen sich seit langem eine Wahlurne. Es wurde ihnen auch eine Versprochen. Ist bekannt. Vielen Dank. Okay. Ich habe eine Frage. Könntet ihr die Titel der beiden Anträge bitte noch mal verlesen? Satzungsänderungsantrag 036, SDMV, die ständige dezentrale Mitgliederversammlung für geheime, basisdemokratische Urnen, Abstimmungen ohne Delegation an dezentralen Orten. Satzungsänderungsantrag 039, Mitgliederentscheid mittels dezentral aufgestellter Urnen. So, ihr habt jetzt alle sehr lange gesehen, dass die Urnen leer sind. Tut mir leid, liebe Wahlhelfer. Ihr könnt die Urnen jetzt runternehmen, in Ausgangsposition gehen. Eine kleine Erinnerung. Keine Wanderurne startet, ohne dass ich ihr es sage, bitte. Und damit eröffne ich diese Abstimmung. Ihr könnt Stimmen abgeben. Ich habe schon mal gesagt, es ist Approval. Es ist Approval. Es ist Approval. Ich kann auch den ganzen Wahlgang hier oben bleiben, aber dann wird es nur ein Punkt trocken. Last Call, Last Call. Die erste Wanderurne ist zurück zu ihrem Platz. Wenn die zweite Wanderurne wieder da ist, werde ich diesen Wahlgang schließen. So, alle Unnen sind wieder an ihren Plätzen angekommen. Das heißt, wenn jetzt nicht... Ah, da hinten wird noch ein bisschen Zeit gebraucht. Gut. Wenn jetzt nicht irgendjemand winkt, schreit, sonst was, habt ihr noch Stimmabgaben dort hinten? Gut. Nochmal. Winken, wenn noch irgendwo Stimmabgaben stattfinden oder stattfinden sollen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit schließe ich die Stimmabgabe und bitte meine Helfer auszuzählen. Und ich soll von Michael sagen, das System ist scharf geschaltet. Also, mir wurde gesagt, wir können weitermachen. Wollt ihr das auch? Also, das sind irgendwie wenige. Wollt ihr weitermachen? Ja, das ist eindeutig. Dankeschön. Also, wir haben erst noch zwei Durchsagen. Einmal das Liquid Democracy Tool Erarbeitungstreffen ist um 12 Uhr, also in neun Minuten beim Gecko Squad. Und die Models für den Piratelli-Kalender mögen sich bitte um 12 Uhr, also auch in neun Minuten, bei der Akkreditierung einfinden. Das Fotoshooting findet drinnen statt. Regnet es schon wieder, oder was? Und ich habe einen Antrag. Ihr könnt euch vorstellen, was es sein könnte? Genau, ein GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Ich lese vor, ersatzlose Streichung des TO-Punktes, Themenblock Gesundheit. Gibt es Gegenrede? Formell begründet? Gibt es? Danke. Gibt es einen Begründeten? Ich habe irgendwo ein Ja gehört. Wo? Renn? Zack, zack. Bitte ans Kontramikrofon. Begründete Gegenrede. Mehrere Anträge aus dem Block Gesundheit wurden bereits ein- oder mehrfach verschoben. Ich bitte deshalb, den Antrag abzulehnen. Wir können uns nicht noch eine Verschiebung leisten. Danke für die Gegenrede. Wir kommen zur Abstimmung. Die Ja-Karten, also grün hoch. Wer dafür ist, die Tagesordnung zu ändern und zu streichen? Nein, oben die Karten hoch, dass es nicht geändert wird und der Tagesordnungspunkt drinnen bleibt. Das ist ein ganz klares Votum, dass der GO-Antrag abgelehnt wurde. Aber gut. So, wir können weitermachen mit Wahlprogramm. Und zwar, wir kommen jetzt zum Block Familie und Gesellschaft. So, ich habe den WP 054 für die Vielfalt in der Gesellschaft. Gibt es einen Antragsteller? Wenn ja, wedel derjenige, bitte mal mit den Armen. Gut, da kommt eine angerannt. So, dein... Liebe Piraten, wie wir vorhin schon gehört haben, eindrucksvoll in der Rede und auch mit der Erklärung, die wir abgestimmt haben, wir sind eine internationale Bewegung. Internationale Kommunikation, bei der es unwichtig wird, an welchem Ort man sich gerade befindet und wo man herkommt, ist Teil unserer Lebenswirklichkeit. Dabei setzen wir uns auch für Demokratisierung, für Grundrechte und für die Teilhabe aller Menschen ein. Und eben auch gerade unabhängig von ihrer Herkunft. Wir wollen eine plattformneutrale Gesellschaft. Auf dem Bundespolitischen Plenum für Migration und Asyl haben wir einen Wahlprogrammantrag zu diesem Thema erarbeitet, der heißt, für die Vielfalt in der Gesellschaft. Damit wollen wir auch für den Bereich Migration und Inklusion diese Grundsätze der Piratenpartei ausdrücklich klarstellen. Wir wollen sagen, dass wir Migranten als Menschen sehen und nicht als Probleme, nicht als Gefahr und erst recht nicht als ein Mittel, mit dem man Angstpolitik betreiben kann. Migrationspolitik handelt von Menschen, die in alle Prozesse eingebunden werden sollen, die ihre Möglichkeiten, ihre Rechte und Pflichten betreffen. Migration bereichert unsere Gesellschaft. Deshalb bitte ich euch, diesen Antrag mit all seinen Modulen anzunehmen. Wir setzen uns eben für die Teilhabe aller Menschen ein und gerade auch für die Grundrechte der Menschen, die jetzt gerade noch offenbar diese Grundrechte nicht im vollen Umfang haben. Danke. Vielen Dank. So, danke schön. Gibt es Verständnisfragen zu dem Antrag? Eine? Gibt es mehrere noch? Einmal die Hand hoch und wedeln oder so? Gut, dann haben wir eine Verständnisfrage. Bitte schön. Okay, ich kam jetzt erst ein bisschen später rein. Deswegen entschuldige, falls du es vielleicht schon gesagt hast. Aber kannst du kurz noch mal dazu sagen, war das schon im Liquid? Ja, wie wurde dort darüber befunden? Es war im Liquid der gesamte Antrag. Der hat dort der Gesamtantrag 79 Prozent bekommen. Wir hatten auch die Module einzeln abstimmen lassen. Das sah so ein bisschen anders aus. Da hatten die meisten Module über 90 Prozent. Leider nur das Modul 3 hatte die mit Zweidrittelmehrheit nicht erreicht. Also das zum kommunalen Wahlrecht. Da haben wir jetzt allerdings die Fristen, die wir im Liquid noch drin haben, herausgenommen. Weil wir dachten, dass es eben möglicherweise zu Verwirrung führt, da eine konkrete Frist festzuschreiben. Sondern wir fordern nur, dass das entsprechend analog dem kommunalen Wahlrecht für EU-Staatsangehörige ausgestaltet werden soll. So, wir kommen zur Debatte. Bist du Debattierer am Pro? Ja oder nein? Gut. Also bei Contra steht keiner. Dann gebe ich mal bei Pro Mikro frei. Bitte schön. Ja, hallo. Ich heiße Mustafa Akpola. Ich bitte davon, diesen Antrag zu stimmen. Weil wir brauchen eine vielfältige Gesellschaft. Ich hoffe es. Ungaria? ер пять, dieющie Stietend werden, gegen flour addiction sind aufgebull九いて, die Schweiz, der Landkage von Flak человек, und die Schweiz bis zum Beispiel, wir die Schultz her. und alle Tiere Regularien verg sipigen, gibt es auch die G ting Having, von der Er wird uns ça, die Unternehmen ist tatsächlich überzeugt. Danke! Also, ich hoffe, du hast jetzt nichts gesagt, wo ich dir hätte das Mikro abdrehen müssen. Passt schon. Ich vertraue dir da mal. Wir machen bei Contra weiter, okay? Der Antrag ist inhaltlich gut, aber leider gegendert. Wir machen weiter bei Pro. Bitte ein bisschen mehr Ruhe. Zeugt ein bisschen von Respekt von den Leuten, die hier was sagen wollen. Ja, ich bin gerade mittelschwer geschockt. Deswegen möchte ich gerne dazu sagen, ich unterstütze diesen Antrag ausdrücklich, egal ob er gegendert ist oder nicht. Aber ich finde es positiv, wenn inkluierende Sprachformen verwendet werden. Nochmal zu den Modulen. Ich möchte auch dafür werben, Modul 3 zuzustimmen, weil ich es auch ganz wichtig finde, dass Leute in ihrer Kommune, wo sie wohnen beziehungsweise dauerhaft aufhalten, auch Wahlrecht ausüben können. Danke. Bei Contra ist wieder niemand. Weiter mit Pro. Ja, ich war beteiligt bei der Erarbeitung von diesem Antrag. Das war der Arbeitskreis Asyl und Migration, der sich mit ungefähr 30 Leuten in Frankfurt getroffen hat. Ich denke, wir haben da was sehr Gutes zusammengebastelt. Die Highlights für mich sind außer einer mobilitätsfreundlichen Politik. Das haben wir von der EU abgeschrieben. Was bedeutet, keine Außengrenzen mit Frontex bewachten, Leute in Booten im Mittelmeer untergehen lassen. Das heißt, wir brauchen Mobilität in Europa. Wir haben die Legalisierung von Papierlosen und auch eine gesundheitliche Versorgung für Menschen, die sich papierlos in Deutschland aufhalten. Wir haben die doppelte Staatsbürgerschaft drin, was ich sehr fortschrittlich finde. Wir haben Diversität in der Verwaltung. Das heißt also, dass auch die Verwaltung die Bevölkerung abbildet und von daher dort eine Diskriminierungsfreiheit besteht. Wir haben ein Kapitel zur Bildung mit dabei, wo unter anderem drinsteht, dass Mehrsprachigkeit von Kindern respektiert und als Wert begriffen werden soll und dass insofern auch in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern dieser Aspekt viel mehr betont werden soll. Denn nicht nur Englisch und Französisch sind tolle Sprachkenntnisse, sondern auch Türkisch und Italienisch und Persisch. So, danke schön. Da steht Nati beim Kontra. Das ist übrigens... Okay, dann machen wir weiter bei Pro. Also, ja. Ich möchte euch auch bitten, für diesen Antrag zu stimmen. Ich bin, wie man vielleicht sieht, Südländer, Ausländer. Also, ich habe mich eingebürgert und ich verstehe es einfach nicht, warum meine Schwester beispielsweise, die genauso lange da ist in Deutschland, genauso arbeitet, genauso viele Steuern zahlt und all dies macht, was ich mache, aber nicht wählen darf und in vielen Punkten benachteiligt ist. Darum, also vertraut mir, ich kenne das aus erster Hand. Bitte wählt dafür. Danke. So, jetzt haben wir einmal Kontra und dann kommt noch einmal Pro und dann stimmen wir ab. Bitte schön. Ja, guten Tag. Also, ich bin Ausländer und ich bin dafür, dass... Also, für eine Erleichterung, aber diesem Antrag kann ich nicht zustimmen. Warum? Weil es ist, dieser Antrag dann ganz alles offen für Ausländer legt und ich finde, das ist auch nicht gut. Also, ich persönlich, ja, habe ich auch ausländische Freunde hier und nicht alle passen sich so schnell an. Und, also, ich sehe das sehr problematisch. Also, ihr sollt ganz genau überlegen, weil andere Länder ganz andere Art, wie die, wie Dinge machen. Also, die haben andere Meinungen, andere Kultur und es ist nicht so einfach. Also, ich sage ja für Leute, die schon lange hier wohnen und schon angepasst sind zu dieser, ja, deutschen Mentalität. Also, aber viele Vorteile, die Deutschland hat, werden dann verloren, wenn sie so ganz, ganz offen die Tür aufmachen für alle auf einmal. Also, ich finde den Antrag nur nicht gut. Also, für eine Erleiterung, ja. Also, es gibt viele Probleme gegen Ausländer hier. Das sehe ich genauso. Aber für diesen Antrag kann ich nicht zustimmen. Ich verstehe es nicht. So, danke. Und der letzte Pro. Okay, also, die Piratenpartei ist die Partei der Inklusion, die Partei der Menschenrechte. Wir sehen alle Menschen universell, einzigartig in ihrer Kultur, in ihrer eigenständigen Ausprägung. Und darum soll jeder Mensch in diesem Land so leben können, wie er immer er will. Solange er nicht andere durch seine Art zu leben gefährdet. Das heißt, wenn ein Ausländer sich nicht anpassen will, dann ist das versammt nochmal sein gutes Recht. Er darf nicht so leben, wie er möchte. Wir können ihm keine Vorschriften machen, wie er zu leben hat. Wir sind nicht für Anpassung, wir sind für Inklusion. Wir wollen uns bereichern durch das Leben anderer Menschen. Wir wollen nicht, dass Menschen so, es gibt für uns keine Leitkultur, weil wir diesen Begriff ablehnen. Es gibt für uns so ein Gemisch aus verschiedensten Kulturen. Es wird auch nicht so sein, dass nach der Annahme oder dem Werben für diesen Antrag alle Menschen auf dieser Erde plötzlich nach Deutschland wollen. Die haben überhaupt kein Interesse daran, hier hinzukommen. Es ist einfach nicht so. Wir überschätzen uns maßlos. Wäre es nämlich so, dass alle Menschen auf dieser Erde nur ein einziges Ziel hätten, hier hinzukommen, dann wären wir schon längst überflutet von Rumänen, Bulgaren, Polen, denen es deutlich schlechter geht in ihren Hibertländern, die aber schon lange, lange kommen können, aber hier nicht hin wollen. Wir müssen uns klar machen, dass die Menschen da hingehen, wo sie vernünftig leben können und wo ihnen ein sicheres Leben geboten wird, aber eben nicht unbedingt alle hier hin wollen. Ich danke euch. So, danke schön. Jetzt frage ich euch, wollt ihr weiter debattieren? Ja, nein? Bitte Stimmkarten hoch. Das ist ein ganz klartes Rotom dagegen. Dankeschön. Dein Schlussstatement? Ich danke Peter noch einmal, dass er betont hat, dass die Piraten gegen eine Politik der Anpassung sind. Wir sind nicht dafür, dass Menschen hierher kommen müssen und sich anpassen an irgendeine vorgestellte Normalität. Zweiter Punkt. Die Legalisierung, die Förderung nach Initiativen für Legalisierung von Papierlosen wurde auch schon in diversen anderen europäischen Staaten erfolgreich durchgeführt. Und mein dritter Punkt soll besonders noch einmal auf das Modul 3 nach der Förderung des kommunalen Wahlrechts für alle eingehen. Demokratie ist historisch immer schon die Frage auch danach gewesen, wer daran beteiligt ist, wer sich beteiligen konnte. Es war natürlich nicht immer eine Selbstverständlichkeit, dass es alle Menschen war und auch heute sind es nicht alle Menschen. Früher war es keine Selbstverständlichkeit, dass Frauen wählen können. Früher war oft das Wahlrecht auch an so etwas wie Einkommen unter Besitz gebunden. Und machen wir es jetzt so, dass es in Zukunft eine Selbstverständlichkeit wird, dass jeder, der an einem Ort lebt und von der Politik, die dort gemacht wird, betroffen ist, dass jeder, der dort lebt und von der Politik betroffen ist, auch mitbestimmen kann und diese Politik mitentscheiden kann. Dankeschön. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wollt ihr diesen Antrag so abnehmen? Die Zweidrittelmehrheit wurde bei Weitem übertroffen. Der Antrag ist angenommen. Dankeschön. Danke. So, wir machen weiter mit dem WP 074 für eine solidarische Asylpolitik. Menschenrechte gelten für alle. Ich bin auch klein, aber nicht ganz so klein. Ich bin gerade jetzt erst dran. Ja, das wurde mir auch gesagt. Ja, das wurde mir auch gesagt. Willst du? Ja. Ja, dann darfst du. Liebe Piraten, wir sind eine Partei, die die Grundrechte schützen möchte und sich gegen die Aushöhlung des Grundgesetzes wehrt. Es gibt Menschen, für die ist aber bereits in den 90er Jahren das Grundgesetz ausgehöhlt worden und sie haben keinen Zugang zu ganz weitreichenden Grundrechten. Und das sind Leute, die Geflüchtete sind, die immer noch auf der Flucht sind, die ungeklärten Asylstatus hier haben. Die Asylpolitik ist heute vor allem geprägt von Abschreckung und Isolation. Das widersprecht allen rechtsstaatlichen Grundprinzipien, die wir haben. Menschen werden mit Gewalt daran gehindert, überhaupt ihr Recht in Anspruch zu nehmen, einen Antrag überhaupt erst stellen zu können. Mit der Unschuldsvermutung hält man sich damit gar nicht erst auf an dieser Stelle. Wer in Deutschland im laufenden Asylverfahren lebt, wird isoliert, in unterüberfüllten Sammelunterkünften, wird daran gehindert, am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren, sich zu vernetzen, sich zu bilden, zu arbeiten, für sich selbst zu sprechen. In dieser Situation leben Traumatisierte, Verletzte, Kranke, Alte, Kinder, Schwangere, Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Oftmals jahrelang. Wir kämpfen für Grundrechte. Leider dürfen wir nicht vergessen, dass wir immer noch in Deutschland oder gerade erst jetzt auch für Menschenrechte kämpfen müssen. Wir haben versucht, in dem Antrag alle Aspekte von der Grenzsicherung bis zur Abschiebepraxis abzudecken. Über die europäischen Abkommen und die Gewährleistung eines gefährlichen Asylverfahrens selbst. Wir wollen die Asylgründe ausweiten, zum Beispiel auf die Verfolgung aufgrund von sexuellen Identität oder Orientierung oder die Verfolgung wegen ethnischer Zugehörigkeit zum Beispiel. Dem Antrag ist ein Modul vorgestellt, das so nicht im Antrag drinstehen soll, im Wahlprogramm, sondern der dazu dient, die Asylpolitik in Freiheit und Grundrechte zu verschieben von Familie und Gesellschaft. Denn genau da gehört es hin. Das ist Freiheit und Grundrechte im ganz klassischen Sinne, im engsten Sinne, wie es gefasst wird. Und wir müssen die Leute mitnehmen und ihnen Grundrechte gewährleisten, die nicht die Möglichkeit haben, für sich selber zu sprechen, weil ihnen noch nicht mal dieses Grundrecht gewährleistet wird. Applaus So, Dankeschön. Wir kommen zu Verständnisfragen. Wer hat noch? Bitte mal Hand hoch und wedeln. Gut, damit haben wir zwei Verständnisfragen. Bitteschön. Soweit ich das sehe, wird eine komplette Einstellung der Abschiebung befürwortet. Wie soll das der Antrag will ja das Asylrecht stark erweitern, aber es kann immer noch Fälle geben, wo Leute kein Asyl bekommen. Was soll mit denen geschehen, die selbst nach den erweiterten Regelungen kein Recht auf Asyl haben, aber sich trotzdem in Deutschland befinden, wenn Abschiebungen komplett und ausnahmslos verboten sind? Es gibt andere Formen, wie man Ausweisungen bewerkstelligen kann. Die sind hier nicht ausformuliert, denn wir haben bereits in der jetzigen Asylpolitik dafür andere Formen und wir verzichten nur auf die gewaltsame Abschiebung. Gut, und die zweite Verständnisfrage? In dem Antrag steht, dass wir Artikel 16 des Grundgesetzes ändern sollen. Jetzt bin ich aber der Meinung, gehört zu haben, dass man Artikel 1 bis 20 des Grundgesetzes nicht ändern kann. Da wirst du, das ist ein Irrtum von dir, dieser Artikel ist geändert worden in den 90er Jahren. Wir wollen ihn zurück auf das Grundrecht auf Asyl, so wie es dort früher ursprünglich stand. Dein Missverständnis kommt vielleicht daher, dass 1 und 20 nicht geändert werden können, nicht 1 bis 20. Ist das noch eine Verständnisfrage? Ja, kannst du bitte von diesen alternativen Möglichkeiten, die wir haben, ein paar Beispiele nennen, weil du hast jetzt so pauschal gesagt, es gibt sie. Kannst du da bitte ein paar Beispiele noch nennen? Ja, es gibt zum Beispiel die finanzielle Rückführungsunterstützung. Gut, danke schön. Dann kommen wir zur Pro-Kontra-Debatte. Normal fangen wir mit Kontra an. Gibt es niemanden? Dann der erste Pro. Bitte schön. Wir haben uns auch hier abgesprochen bisher. Doch, eine Kontra. Kontra habe ich gerade schon aufgerufen gehabt. Bitte dann Pro-Beitrag. Genau, ich möchte dazu aufrufen, diesen Antrag anzunehmen, einfach weil es bei diesem Antrag um mehr geht als eigentlich Asylpolitik. Um diesen Antrag geht es letzten Endes um ein Bekenntnis zur Universalität der Menschenwürde. Wie aktuell, ich glaube, vielen ist die Problematik in ihrer Extremheit, in ihrer Krassheit nicht bewusst, unter welchen Bedingungen Asylbewerber in Deutschland aktuell leben und was für Fälle in Deutschland schon als nicht asylwürdig erachtet werden. Es ist einfach unmenschlich. Es ist eine Praxis, die einfach wirklich nicht davon ausgeht, dass die Menschenwürde universell ist. Und gerade wir Piraten, die wir so sehr auf das Grundgesetz und Paragraph 1 des Grundgesetzes pochen, sollten diesen Antrag unbedingt annehmen. Ganz wichtige Durchsage, Incredible soll sofort hier vorne zum Front Office kommen. Incredible, bitte. Kontra darf weitermachen. So, bin ich dran? Okay. Grundsätzlich ja zu diesem Antrag, aber ich habe Probleme mit Modul 2. Zum einen bedeutet das eine Ausweitung in der Tat des Grundgesetzes auch, denn im Grundgesetz steht klipp und klar politisch verfolgte genießen Asylrecht und wer aus Umweltgründen oder aus Armutsgründen flieht, genießt nun mal nach unserem Grundgesetz kein Asylrecht. Es bedeutet also eine Grundgesetzänderung. Meine Bedenken gehen aber dahin, dass Armut in den Heimatländern einen Grund hat und wir lösen dieses Problem nicht dadurch, dass wir den Flüchtlingen überall bei uns sagen, okay, ihr könnt ja zu uns kommen und dann Asyl bekommen. Man muss sich klar machen, die Menschen fliehen dort nicht freiwillig. Das heißt, was viel wichtiger wäre, wäre unsere Unterstützung in diesen Ländern, damit der Fluchtgrund wegfällt. Und ich fürchte, dass genau dieses Problem mit der Annahme solcher Module wie Modul 2 weggeschoben wird. Also wir müssen mehr international agieren, auch vielfach sind es antidemokratische Regime, die dort missliebige Menschen in Armut lassen oder die einfach wie der Nestle-Boss sagte, ja die brauchen wir nicht für die Produktion, kann wegfallen, sollen sehen, wo sie bleiben. Wir müssen in erster Linie dafür sorgen, dass diese Zustände geändert werden und dort die Menschen unterstützen, die darauf aussehen und wir müssen auch klar machen, wenn Bangladesch im Meer versinkt, wir können nicht Millionen Bangladeschs aufnehmen. Das ist, es geht nicht, es geht definitiv nicht, wir müssen dafür sorgen, dass Bangladesch nicht im Meer versinkt. Wir müssen die Ursachen angreifen und das verwässern wir, wenn wir hier sagen, wir geben ja allen Asyl. So, ich bitte, ich bitte, ich glaube, wir beraten, stehen doch alle für Meinungsfreiheit. Ich bitte, solche Zwischenrufe in dieser Lautstärke zu unterlassen, verkneift es euch doch einfach. Ihr könnt es euch einfach denken. Ok? Ich es geht weiter bei Pro So, ganz kurz, ich bin nach Deutschland in die alte Bundesrepublik als Flüchtling und ich nehme bewusst diesen Ausdruck gekommen. Ich bin hier gut und vorurteilsfrei aufgenommen worden und dieses Recht sollen alle jetzt auch haben. Ende. Eine kleine Nebenbemerkung. Es gibt unendlich viele Straftaten, die nur Asylbewerber begehen können, weil sie irgendwelche imaginären Grenzen hier innerhalb der Bundesrepublik überscheiden, Freunde besuchen wollen oder sonst was oder vielleicht auch tatsächlich mal die Möglichkeit haben, einen Euro irgendwo zu verdienen und das bläht unsere Statistik zugunsten irgendwelcher Obscura Menschen, die daraus irgendwelche Vorurteile speisen wollen, auf. Und das ist auch menschenunwürdig und das gehört auch weg. Ich danke euch für den Antrag. Weiter geht's bei Contra. Ich kann der Contra-Rednerin vor mir nur zustimmen. Wir gehen das Problem an der falschen Sache an. Wir können nicht unser Land immer attraktiver machen und damit im Endeffekt die Auslandspolitik und autoritären Regimen stützen. Indem wir Geschäfte mit Diktaturen machen, um unsere Wirtschaft zu stärken, um unser Erdöl zu generieren, stützen wir auch diese Politik in diesen Ländern, die zu Flüchtlingen führt. Wir machen unser Land attraktiv für Asylsuchende und stützen damit genau diese Wirtschaftspolitik. Ja, Menschenrechte für alle und ja, gegen Diskriminierung, ganz klar. Aber wir müssen viel mehr das Problem an der Wurzel anpacken. Wir dürfen nicht dieses ganze System einfach so weitermachen und die Flüchtlinge als gegeben hinnehmen und akzeptieren. Wir müssen das Problem der Flüchtlinge angehen und nicht die Flüchtlinge akzeptieren. weiter geht's bei Pro. Also ich muss mich ja schon sehr wundern, dass wir jetzt hier über grundlegende Menschenrechte diskutieren müssen. Aber falls ich kann jedem, der in der Pro-Schlange stand und steht, nur anbieten, ich habe noch einen Keller übrig, der hat leider ein bisschen mehr, als euch zustehen würde, nämlich ungefähr zehn Quadratmeter. Aber den dürft ihr euch gerne mit mehreren tausend Leuten aus Bangladesch teilen, falls es untergeht. Ich bitte darum, diesen Antrag zunächst bei der ersten Abstimmung, wo er als Ganzes abgestimmt wird, abzulehnen und ihn modular abzustimmen. Ich persönlich finde die Module 1 bis 5 sehr gut. Die schützen Menschenrechte, die sind wichtig, die sind nötig, diese sollten wir annehmen. Das Modul 6, welches eine vollständige und ausnahmslose Verbot oder Ende von Abschiebungen fordert, finde ich übertrieben. Denn zusammen mit den Forderungen aus Modulen 1 bis 5 haben wir bereits einen sehr starken und guten Schutz für Asylbewerber, den wir auch haben sollen. Aber wir sollten für die Fälle, die von diesen Modulen nicht gedeckt sind und die nicht ausreisen wollen, die Möglichkeit haben, sich aus dem Land zu verweisen und zwar notfalls auch, indem sie mit Polizeibegleitung ins Flugzeug gesetzt werden. Genau so werden Leute, die gegen Gesetze verstoßen, auch deutsche Staatsbürger werden auch in Deutschland von der Polizei zwangsweise zu irgendetwas gezwungen, zum Beispiel zu Schule zu gehen oder in ein Gefängnis gesteckt. Ich bin gerne dafür offen für einen Antrag, der Abschiebungen sehr stark einschränkt. Die derzeitige Abschiebepraxis ist nicht akzeptabel, aber dieser Antrag, das Modul 6, geht zu weit, denn er sagt, wir setzen uns für ein generelles Ende von Abschiebungen Abschiebehaft ein und das geht meiner Meinung nach leider einen Schritt zu weit, das heißt, bitte erst mal ablehnen, Module 1 bis 5 in der modularen Abstimmung annehmen, Modul 6 ablehnen und wir können gerne irgendwann ein Modul, was eine etwas schwächere Einschränkung der Abschiebepraxis fordert, annehmen. Vielen Dank. Gut, wir kommen zu Pro. Liebe Leute, wir befinden uns im Jahr 20 nach dem sogenannten Asylkompromiss. Dieser Asylkompromiss hat dafür gesorgt, dass das Recht auf Asyl in Deutschland faktisch abgeschafft wurde. All die Propaganda von CDU und SPD, die wir uns seitdem anhören müssen, ist genau das, was hier aus der Kontra-Reihe gekommen ist. Wir müssten den Leuten doch in ihren Heimatländern helfen. Wir können hier nicht alle reinlassen. Und was ist passiert? In 20 Jahren ist genau nichts passiert. Es gibt keine vernünftige Entwicklungspolitik, die dazu führt, dass Menschen nicht nach Deutschland kommen müssen. All diese Argumente höre ich im Abgeordnetenhaus in Berlin auch immer wieder, wenn es darum geht, dass wir die Situation für Flüchtlinge in Berlin und in Deutschland insgesamt verbessern müssen. Man müsse den Leuten doch zu Hause helfen. Und es passiert nichts. Nur wenn wir dafür sorgen, dass Menschen, die in Not geraten sind, nach Deutschland kommen können und denen hier geholfen wird, nur dann sorgen wir auch dafür, dass die Bundesregierung auch den Druck erfährt und weitergibt, dass in den Herkunftsländern den Menschen geholfen wird. Und das müssen wir erreichen. Danke. Zum Hinweis, das sehen wir ab, ob die Debatte weitergeführt wird. Bitte schön, Contra. Ich stehe hier in der Contraschlange, aber eigentlich wäre ich die Neutralschlange lieber. Es geht um Folgendes. Wir dürfen nicht nur national denken, sondern auch nicht nur europäisch, sondern international. Menschenrechte sollen für alle Menschen weltweit gelten. Und wenn wir einen bestimmten Betrag zur Verfügung haben, sollten wir ihn am besten so nutzen, dass am meisten Menschen etwas davon haben. Ich finde es skandalös, ohne jetzt groß wieder den Bereich Euro-Rettung, Euro-Thematik, Euro-Krise zu bedienen, aber wir geben dort Milliarden, Hunderte von Milliarden, sogar Billionen aus und für andere wichtige Dinge ist kein Geld da oder wenig Geld da und es wird ewig rum diskutiert und wir führen Spardebatten, aber für die Banken und die Finanzinvestoren ist das Geld da, für die Rettungen. Nach dem Prinzip der Verantwortungsethik, die unter anderem von Max Weber in seinem Buch Politik als Beruf beschrieben wird, sollte man eben immer stets versuchen, die naturgemäß beschränkten zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal zu nutzen. Mein Vorschlag wäre, dass die internationale Staatengemeinschaft oder OECD oder auch Deutschland allein oder mit anderen, also wie auch immer, mit Staaten in Verhandlungen tritt, die viel Land haben und dort sozusagen von denen Land kauft und dort einen autonomen Staat gründet, der nach Grundrechts und Menschenrechts Prinzipien aufgebaut wird. Dieser Staat könnte mit weitaus geringeren Kosten funktionieren als die Bundesrepublik Deutschland und dort könnte man dann nicht nur politisch Verfolgte aufnehmen, sondern generell alle Menschen, die in ihren Ursprungsländern unter schwersten Bedingungen zu kämpfen haben und ihnen dadurch ein besseres Leben geben. Das heißt, anstelle, also wenn wir hier Menschen aufnehmen, hat es sehr hohe Kosten im Vergleich, wir könnten viel mehr Menschen helfen mit dieser anderen Lösung, wenn man zum Beispiel einen neuen Staat gründet. Dankeschön. So, ich bitte weiterhin um Ruhe. Also ich mache weiter, wenn es mir ruhig genug ist. Also ich kann warten, ich habe Zeit heute, den ganzen Tag habe ich nichts mehr vor. Ich finde es toll, wie das immer wieder wirkt. So, der nächste Pro-Beitrag, danach kommen wir zur Abstimmung. Peter. Okay, natürlich wollen wir unter allen Umständen die Lebensbedingungen von Menschen in ihren Heimatländern verbessern und wir wollen auch unter allen Umständen in allen Ländern dieser Erde ein demokratisches Regime sehen, ganz klar. Sonst werden wir keine Piraten, weil wir treten ein für Menschenrechte. Unser Problem ist nur, wenn wir darauf warten, bis sich die Gesellschaften in anderen Ländern verändert haben, werden Tausende von Schwulen und Lesben weiterhin wegen ihrer sexuellen Orientierung getötet werden. Es werden Millionen von Menschen in Gulags, Konzentrationslagern und Haftlagern wegen ihrer politischen Überzeugung gegen den Kampf für Menschenrechte verrecken. Wir können natürlich das tun, was Ottla will, unmenschlich sein und darauf warten, bis irgendwann einmal der Iran ein demokratisches Regime wird. Das bedeutet nur, wir müssen uns Tag für Tag anschauen, wie im Iran Schwule an Kränen aufgehängt werden und wir als Freunde von der Hamas auch Schwule und Lesben töten. Wenn wir das wollen, dann stimmen wir gegen den Antrag. Wenn wir das nicht wollen, dann stimmen wir für den Antrag. Danke. Ich möchte noch was sagen zu den Ausweitungen der Asylgründe. Flucht ist immer politisch. Hunger ist ein politisch gemachtes Problem. Wir wollen dagegen kämpfen. Wir sind bereit, dagegen zu kämpfen. Es ist unsere Verantwortung, das zu tun. Aber wir haben noch großartige entwicklungspolitische Punkte auf der Tagesordnung. Wir haben Punkte zu Spekulationen mit Lebensmitteln. Wir kämpfen gemeinsam gegen Export von Waffen und Überwachungssoftware an Regime. Das machen wir gemeinsam und wir sind solidarisch und deswegen brauchen wir gleichzeitig eine Asylpolitik, die es auch ist. Des Weiteren wurden hier in Redebeiträgen immer wieder Flüchtlinge mit Verbrechern verglichen. Flucht ist kein Verbrechen. Es wird zum Verbrechen gemacht. Es wird kriminalisiert. Außerdem soll ich der Versammlung liebe Grüße unserer vier großartigen Landtagsfraktionen bestellen. Sie haben sich untereinander auf einen Konsens geeinigt, dass sie eine Bundesratsinitiative anstreben wollen oder dass sie selbst politisch vertreten, das Grundgesetzartikel 10 zu ändern, dahingehend auf ein Recht auf Leben in Deutschland. Und ich befürworte das sehr und ich finde, sie machen eine großartige Arbeit. Danke dafür. Achso, eins will ich noch sagen. Hier sind mehrmals mit Beträgen rumgespielt worden und der ethnischen Verpflichtung, die Beträge möglichst so einzusetzen, dass sie weitestgehend sind. Fragt mich bitte, wie viel Geld mir Menschenrechte wert sind. Ich weigere mich darauf, eine Antwort zu geben. Und wenn wir uns keine Asylpolitik, keine solidarische leisten müssen, dann müssen wir eine Außenpolitik machen, die es überflüssig macht. Dankeschön. War das gerade ein GO-Antrag? Aufgrund der Tatsache, dass es hier heißt, Leute, die gegen den Antrag stimmen, stimmen auch für das Aufhängen von Schwulen, möchte ich den GO-Antrag auf geheime Abstimmung stellen. Gut, so, ich möchte bitte Ruhe. Diejenigen, die gerade am Po stehen, die Debatte ist beendet, nur mal so. Das haben wir gerade schon abgehakt gehabt. Für die geheime Abstimmung brauche ich jetzt, damit es durchkommen würde, 20 hatten. Wer befürwortet eine geheime Abstimmung? stimmen. Das sind ganz klar mehr als 20 Stimmkarten, damit wird dieser Antrag geheim abgestimmt. Ich gleich, wir sind gerade, gleich, ich habe dich auf dem Schirm, keine Angst. Als Info, Leute, das ist wichtig, das ist richtig wichtig jetzt, damit ihr nachher nicht alle zu uns rennt und fragt, hä? Denn das sehe ich nämlich kommen. Zuhören. So wie ihr es vorhin bei Tini auch gemacht habt, möchte ich das, dass ihr bei mir jetzt auch mal macht. Erstmal Ruhe und Zuhören und Konzentration diese Abstimmung wird hinten angehängt. Die wird jetzt nicht durchgeführt. Die wird erst gemacht, wenn wir mit den SMV-Abstimmungen fertig sind. Die waren zuerst dran. First serve, first come. Wer zuerst kommt, mal zuerst Punkt. Es gibt keine Regelung, es ist nirgends festgesetzt, in welcher Reihenfolge Abstimmungen geheim durchgeführt werden müssen. Daher haben wir uns auf dieses Verfahren so geeinigt gehabt. Ja? Ich glaube, dass ihr das alle versteht. Ich hoffe es. Also, dann müssen wir das jetzt nach hinten anstellen. Gut. Da war noch ein GO-Antrag am Pro. Ich möchte zur gleichen Wahl den Alternativantrag stellen, dass der Antrag gleich in Modulen abgestimmt wird, geheim, weil wenn wir den Gesamt nicht annehmen, müssen wir die Module eh noch geheim abstimmen, da gehe ich von aus. Gut, also, dein Vorschlag, ich revidiere ihn noch mal kurz. Du willst die geheime Abstimmung gleich in Modulen haben. Nick mal oder einen schüttelnden Kopf? Gut. Gegenrede? Ja, begründete Gegenrede. Wir haben diesen Antrag in der Komplettheit so eingestellt aus Gründen. Wir wollen, dass er genauso angenommen wird und wenn wir den so nicht durchkriegen, dann stimmen wir in Modulen ab. Das hat seinen Sinn, dass wir das so gemacht haben. Ich bitte, das die Versammlung auch zu respektieren. Dann stimmen wir über den GO-Alternativantrag ab. Bitte Stimmkarten hoch. Wer will Grün für modulare Abstimmung in der geheimen Abstimmung und Lila für die Komplettabstimmung in der geheimen Abstimmung. Bitte die Karten hoch halten und da links von der Bühne bitte ein wenig mehr Ruhe. Man kann hier euch ganz gut Schwätzer hören. So, Stimmkarten runter. Der GO-Alternativantrag ist knapp angenommen, aber angenommen. So, jetzt habe ich noch ein paar Durchsagen. Kulturpiraten treffen sich um 13 Uhr unterm Dach vor der Halle und so, dann habe ich hier eine Liste mit einigen Autokennzeichen. Die werde ich jetzt vorlesen, zweimal. Mir wurde vor fünf Minuten gesagt, wenn die in einer Viertelstunde nicht weg sind, dann werden sie abgeschleppt. Also, wenn ihr dieses Kennzeichen kennt, hört, seht oder sonst irgendwas oder es euch gehört, flitzt. Also, Heinrich, Heinrich, Cäsar Otto, 8, 2, 5, 4. Nächstes. Frieder, Richard, Georg, Peter Otto, 8. Dora, Dora, Anton Dora, 8, 5, 9, Bertha, Emil Jota, 7, 1, 9, 9, Anton, Konrad, Ludwig Siegfried, 6, 5, Theodor Siegfried, Y, Y, 100, EBE, Georg, Entschuldigung, EBE, Georg, 394, WI, ET, 1, 0, 1, Nochmal, HCO, 8254, FRG, PO, 8, DD, AD, 859, BEJ, 7199, AK, LS, 65, TS, Y, Y, 100, EBE, G, 394, WI, ET, 101, Ich hoffe, ihr rettet eure Autos irgendwie. Gut, ich habe noch eine dringende Durchsage. Es gab eine Beschwerde, dass Äußerungen am Pro-Contra-Mikro zum aktuellen Thema als Verleumdungen aufgefasst wurden. Es wird gebeten, dass sämtliche Diskussionsteilnehmer keine falschen Behauptungen und Verleumdungen oder Beleidigungen zu äußern haben. So, und wenn ich jetzt nur das Mikro an meinen Wahlleiter abgebe, dann schmeißt er mich von der Bühne. Gut, wir haben ein Ergebnis. Gegeben wurden 925 Stimmzettel, 905 davon waren gültig. Und etwas ist das erste Mal auf diesem Parteitag vorgekommen, habe ich noch nie zuvor erlebt, Geldscheine. Vielen Dank. Im Ergebnis wurde keiner der beiden Satzungsänderungsanträge angenommen. Achso, die 20 Euro gehen natürlich als Spende an die Partei. Bevor wir den nächsten Wahlgang machen, übergebe ich die Versammlungsleitung an Flo Bokor. So, wir kommen jetzt zunächst einmal zum dritten Wahlgang aus der SMV-Blog. Wir haben uns gestern Abend mit dem Thema unterhalten, was passiert bei geheimen Abstimmungen bei Programmanträgen. Ich bin hier ein Dienstleister für die Versammlung. Ich kann nicht mehr abarbeiten und ich werde das First in, First out abarbeiten. Jetzt also. Wahlhelfer. Bitte in Position gehen. Wahlhelfer. Wahlhelfer. Ich sehe, dass die Wahlhelfer bereitstehen. Also kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag 3. Basisentscheid und Basisbefragung. Beschlüsse außerhalb von Parteitagen. Wir stimmen wieder Approval ab. Eigentlich könnt ihr nur das Feld 1 ankreuzen oder leer lassen. Aber ich gebe auch das Feld 2 frei für die notorischen Neinsager. Das ist eine Ausnahme, weil wir diesmal nur über einen Antrag abstimmen. Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Es tut mir schrecklich leid. Es ist kein Approval. Es ist Ja, Nein, Enthaltung, weil es sich um eine einzige Option handelt. Gibt es Fragen? Ich sehe keine Fragen. Ah, Entschuldigung. Der Saalmikro ist an, an dem du stehst. Gut. Mir wurde auch mitgeteilt, dass mal wieder sehr viele Menschen oder mehrere Menschen nicht wirklich in der Lage sind, Stimmzettel sauber zu trennen. Bitte achtet darauf, dass ihr nur einen Zettel abreißt. Stimmzettel 10 ist für die Tonne. Wir nehmen Stimmzettel 11. Ich glaube, das nennt sich Fliederfarben. So, gibt es weitere Fragen? Ich habe nur eine Verständnisfrage. Wir stimmen jetzt über einen Antrag aus dem SMV-Blog ab. Ist das richtig? Genau. Ich habe die Frage, wo abgestimmt wird, weil es gibt sonst Symbole für Online oder für Urnen. Hier ist aber gar nichts angegeben. Das ist eine Frage an den Antragsteller. Ich mache hier Wahlen und Abstimmungen. Tut mir schrecklich leid. Ich habe dazu keine Idee. So, Wahlhelfer. Bitte Urnen öffnen, hochheben, herzeigen. Super, ich sehe viele leere Urnen. Und runter, schließen, Grundstellung einnehmen. Auch hier vorne könnt ihr, bitte. Nein, es sind nicht die Programmanträge, die wir jetzt abstimmen. Nochmal. Wir stimmen jetzt über Satzungsänderungsantrag 3 ab. Die Asylanträge werden wir dann abstimmen, wenn ich hiermit fertig bin. Gut. Jetzt also, ich sehe, dass die Stimmabgabe bereit ist. Eröffne ich diese Abstimmung. Ihr könnt Stimmen abgeben. Bitte tut dies in einer halbwegs zügigen Art und Weise. Geht danach erst rauchen. Wenn mir jemand einen Algorithmus entwickelt für Loadbalancing von Menschenmassen. Ich wäre so glücklich. Es funktioniert nämlich nicht. Ich sehe Schlange und leere Urnen gleichzeitig. So, ich sehe lauter unbeschäftigte Urnen. Sind die Wanderurnen schon wieder da? Noch nicht? Also habt ihr noch ein bisschen Zeit. Ich warte nur noch auf eine Wanderurne. Wenn ich die wieder sehe, werde ich den Wahlgang schließen. Also alle hier in der Halle. Stimmt ab. Okay. Eine dringende Bitte an die Main Orga. Könnt ihr die Oberlichter zumachen? Es regnet rein. Main Orga. Könnt ihr bitte die Oberlichter zumachen? Es regnet rein. Dankeschön. Also ganz besonders die Oberlichter hier über dem Versammlungsleitungs-Office. Sind die Wanderunen wieder da? Immer noch nicht. Ah, sie kommt. Sobald die Wanderurne die letzten 5 Meter zurückgeschritten hat, werde ich den Wahlgang schließen. Also behaltet euch auffällig, wenn ihr jetzt noch Stimmen abgeben wollt. Die letzten beiden müssen sich wirklich nicht hintereinander anstellen. Also das ist wirklich ein Load-Balancing-Fail. Gut. Keine Stimmabgaben mehr am Gange. Damit schließe ich die Stimmabgabe und bitte meine Helfer auszuzählen. Und wieder weiter in der Versammlung. So, als erstes mal durchsagen. Die Oberpfalz braucht bis morgen noch Unterstützerunterschriften für die Landtagswahl. Wer jetzt mithelfen will zu sammeln, bitte zur Akkreditierung oder zum BDA-Stand oder wo auch immer Kungler gerade ist. Ah, Kungler ist hier vorne und wedelt mit einem Unterstützerunterschriften-Clipboard. Er hat sicherlich noch viele, viele davon. Also wer jetzt mit Kungler zusammen Unterstützerunterschriften für die Oberpfalz sammeln will und einmal sehen will, wie das mit Profis geht. Kungler erteilt jetzt Unterstützerunterschriften-Sammelunterricht. Kungler, bitte zur Presse-Akkreditierung, bitte zur Presse-Akkreditierung. Und es wäre nicht Sonntagnachmittag auf einem Bundesparteitag der Piratenpartei, wenn wir uns nicht die ganze Zeit mit unserer Geschäftsordnung beschäftigen würden. So, der Henning und der Markus möchten euch jetzt ein Problem schildern. Henning und Markus, kommt ihr bitte mal hoch auf die Bühne und schildert das Problem, das ihr habt. Henning und Markus vertreten nämlich eine andere Meinung als die Versammlungs- und Wahlleitung zu der Abstimmung, die wir heute früh zu den Anträgen im Antragsblock 3a durchgeführt haben. Hallo, ich würde euch bitten, mir kurz zuzuhören, weil das ist eine Entscheidung, die ihr gleich treffen müsst, die eine gewisse Wichtigkeit hat. Und ich weiß, ich werde mich vermutlich mit dem, was ich euch jetzt erzählen werde, auch ein Stück weit unbeliebt machen bei dem einen oder anderen. Es ist so, wir haben heute über die ständige Mitgliederversammlung abgestimmt. Ein sehr umstrittenes Thema mit vielen Optionen, und wir haben das im Approval-Voting gemacht, ohne einen Bestätigungswahlgang. Approval-Voting ohne Bestätigungswahlgang bei einer solchen Abstimmung ist aber nicht nur entgegen dem, was die GO zum Thema sagt, sondern es ist auch ein todsicherer Weg, wie man bei einem derartigen Thema sicherstellen kann, dass eine hinreichende Mehrheit gar nicht erreicht werden kann. Und so unliebsam das Thema dem einen oder anderen sein wird, höchstwahrscheinlich, müsst ihr euch jetzt entscheiden, wie ihr damit umgehen wollt, und ob wir die Abstimmung an der Stelle korrigieren wollen und sicherstellen wollen, dass da was Funktionierendes und Haltbares rauskommt. Also, ihr habt mich vorhin gesehen in der Kontraschlange gegen SMV-Anträge. Ich habe gesehen, dass die GO nicht eingehalten wurde, dass das Verfahren zur Wahl eines Vorschlages dazu geeignet war, die Stimmen auf viele verschiedene Vorschläge zu verteilen und so eine Zwei-Drittel-Mehrheit erfolgreich zu verhindern. Ich möchte, dass das Ganze wiederholt wird. Ob wir das auf diesem Parteitag machen oder auf dem nächsten, ist mir egal. Das solltet ihr entscheiden, ob wir das jetzt machen. Aber ich finde es wichtig, dass wir bei so einem wichtigen Thema, wo es harte Fronten gibt und starke Kämpfe, dass wir das klar und deutlich machen, damit es nicht nachher irgendwie Gerüchte oder Zankereien um Dinge gibt, die anfechtbar sind oder nicht nichtig und dass wir uns dann jetzt die nächsten Monate und Jahre dann mit so einem Schiedsgerichtsverfahren streiten. Also, die Frage ist jetzt. Wollt ihr mit den geheimen Abstimmungen so weiter fortfahren wie in... wie in § 11 der Geschäftsordnung beschrieben, also dass wir jetzt noch mal eine Stichwahl machen und dann noch mal eine Abstimmung über den Gewinner oder seid ihr der Meinung, dass das von uns gewählte Abstimmungsverfahren ausreichend war? Ich bitte jetzt. Gibt es Fragen zu dem... Ja, nein. Okay. Die Frage ist, haltet ihr das von der Versammlungs- und Wahlleitung gewählte Abstimmungsverfahren von heute Vormittag korrekt? Dann stimmt mit Ja. Wenn ihr anders verfahren wollt, stimmt bitte mit Nein. Okay, das ist ein Nein. Dann folgt hier die Frage. Ihr habt euch jetzt entschieden, ein dreistufiges Abstimmungsverfahren zu machen. Es gibt jetzt keine GO-Anträge. Dankeschön. Man könnte die heute Vormittag durchgeführte Approval-Wahl als die Einschrumpfungswahl auf zwei Anträge verstehen. Nach § 11 Absatz 1. Wollt ihr das so machen? Ja oder nein? In Ordnung. Das wären jetzt zwei weitere geheime Abstimmungen. Wir würden diese beiden geheimen Abstimmungen einfach hinten drauf werfen auf den Stack. Seid ihr damit einverstandene? Ich sehe einen GO-Antrag. Verfahrensfrage. Das war jetzt nicht die einzige Abstimmung, die wir auf diese Art gemacht haben, sondern wir hatten auch noch andere. Müssen die auch wiederholt werden oder weiter abgestimmt werden? Bei den anderen ging es immer nur um Programmmodule und nicht um einen Einzelgewinner. Da ging es nicht darum, Anträge zu reduzieren, sondern da ging es darum, Module aus Anträgen rausfallen zu lassen. Und der andere über die dezentrale Mitgliederversammlung, das waren auch zwei Anträge. Da würde dann noch der dritte, die Bestätigungswahl, fehlen. Die Bestätigungswahl für die SDMV kommt dann auch noch drauf auf den Stack. Mann, 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 das wird der Bundesparteitag mit den meisten geheimen Abstimmungen ever. Und es ist kein Wahlparteitag. Und ich muss für das nächste halbe Jahr mir dann vielleicht doch mal Einkaufszettelchen kaufen. Das ist schade. So, wir haben noch von vor 12 Uhr drei konkurrierende Geschäftsordnungsanträge auf Änderung der Tagesordnung. Der erste hat den Titel Hotfix Wirtschaftsprogramme Geo-Alternative TU 17 TU 18 und der lautet Ich weiß jetzt nicht, warum ihr da hinten am Seilmikro rumsteht. Ah, Geo-Anträge. Okay. Ja, das Seilmikro ist auf. Ja, sag mal, es geht mir grundsätzlich um die Frage, inwiefern es legitim ist, die Verfahrensweise jetzt nach einer erfolgten Geschichte rückwirkend noch mal zu ändern. Und zwar auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass einige Leute wirklich sich darauf verlassen haben, dass es so passiert, wie es ist, diesbezüglich abgestimmt haben. Und wir stehen draußen zum Beispiel mit gepackten Koffern und wollten jetzt zurückfahren. Denn wir haben viel zu tun und müssen morgen arbeiten. Wir sind nicht... Das ist kein Geo-Antrag. Ja, wenn ich euch das Mikro ausmache und ihr dann brüllt, höre ich euch trotzdem nicht. Dein Mikro ist immer noch aus. Könnt ihr bitte am Mikro zur Ruhe kommen, dann mache ich euch das Mikro an und ihr könnt einen Geo-Antrag machen. Und wenn du jetzt hier vorkommst und mich auf der Bühne anbrüllst, werde ich ernsthaft sauer mit dir. So. Dann. Sind am Saal-Mikro noch Geschäftsordnungsanträge? Okay. Das Mikro ist wieder auf das rechte von mir aus. Ich habe noch einen Geschäftsordnungsantrag auf ein Meinungsbild. Und ich möchte das ganz vor kurz erklären. Wir haben eben abgestimmt, ob wir das Wahlverfahren richtig finden. Aber daraus wurde jetzt geschlussvoll, aber dass wir es wiederholen wollen. Das halte ich für nicht richtig. Deswegen möchte ich hier ein Meinungsbild einholen. Möchte die Versammlung die Wahlen zur SMV wiederholen, ja oder nein? Du hast es zwar nicht verstanden, aber ich gebe dir zur Kenntnis, dass die Frage nach deinem Meinungsbild sehr positiv ausgeht. Dann kommen wir jetzt zu den Geschäftsordnungsanträgen. Ihr habt auch noch Pro-Mikro-Geschäftsordnungsanträge, bitte. Nein, ich habe keinen Geschäftsordnungsantrag. Ja, wilde Redebeiträge sind nicht. Frage! Okay, es gibt eine begründete Gegenrede gegen ein Meinungsbild oder gegen was? Ich sehe gerade keinen Punkt gegen den, als er eine begründete Gegenrede geben kann. Es tut mir leid. Wo ist denn der Mike Nolte? Ob der Mike Nolte bitte zum Saalmikro gehen könnte? So, wir machen jetzt Geschäftsordnungsanträge auf Änderung der Tagesordnung. Okay, eine Verfahrensfrage. Ich mache Verfahrensfrage am Kontra-Mikro. Das Kontra-Mikro ist offen. Das Kontra-Mikro ist offen für die Verfahrensfrage. Dann mache ich mal kurz eine Verfahrensfrage zur Orientierung. Wir haben noch eine Abstimmung in der Pipeline. Wann plant denn die Wahlleitung die beschlossene Fortsetzung der Wahl als Orientierung? Es wird immer gewählt, sobald es Gelegenheit gibt. Der Wahlleiter und die Wahlhelfer sind den ganzen Tag schon am Abstimmung auszählen, Abstimmung auszählen, Abstimmung auszählen. Der Prozess ist leider nicht ganz so schnell, aber das ist das von euch gewählte Verfahren. Gibt es eine weitere Verfahrensfrage oder Geo-Antrag? Eine Verfahrensfrage. Und zwar habt ihr jetzt gesagt, dass wir ein Approval-Voting machen wollen. Wir haben das ja auch abgestimmt. Bei einem echten Approval-Voting werden wir ja die Module reduzieren auf einen Antrag und der wird angenommen oder abgelehnt. Ich hatte jetzt deine Frage so verstanden, dass du dann die einzelnen Module gegeneinander abstimmen willst und dann am Ende kommt nur ein Antrag raus. Da wäre ich sehr dafür, dass wir das nicht tun, sondern einen Antrag aus jedem Modul bestimmen und den dann abstimmen, ob wir den annehmen oder nicht. Wir sind gerade nicht bei modularen Anträgen, wir sind gerade bei den SMV-Anträgen. Ja genau, bei den SMV. Ihr habt die in verschiedene Bereiche eingeteilt, in Blöcke. Ja. Und in jedem Block ist es so, dass in jedem Block am Ende nur ein Antrag rauskommt und der nochmal abgestimmt wird. Wir hatten die in verschiedene Blöcke eingeteilt, weil die Anträge aus den verschiedenen Blöcken nicht miteinander konkurrierend sind. Ist dann das Verfahren so, wie ich gerade eben gefragt habe? Das Verfahren ist so, dass wir jetzt eine Stichabstimmung machen zwischen den beiden erfolgreichsten Anträgen des Approval-Verfahrens heute Morgen und dann den Gewinner aus dieser Abstimmung erneut zur Abstimmung stellen. Ja, dann stimmt ihr aber doch zwei Blöcke, also zwei verschiedene Anträge aus zwei verschiedenen Blöcken gegeneinander. Nein, machen wir nicht. Ihr wollt die beiden auch vollkreisend aus jedem Block gegeneinander nochmal abstimmen. Dann ist es kein echtes Improofel, Leute. Wir stimmen die... Okay, gut. Lass dir das bitte von Mike oder hier wem anders erklären. Ich glaube, ein Großteil der Versammlung hat verstanden, wie wir weitermachen. Der Herr Lauer hat auch noch einen Geohantrag. Ich habe eine Verfahrensfrage. Könnte die Versammlungsleitung nochmal erklären, was das jetzt konkret bedeutet? Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob ich die Wahl- und Geschäftsordnung richtig im Kopf habe. Aber wenn wir jetzt sagen, dass dieser Wahlgang weitergehen soll mit der Stichwahl, dann ist der ja noch nicht abgeschlossen. Das heißt, der muss durchgeführt werden. Inwieweit würden sich dann Geschäftsordnungsanträge auf Änderung der Tagesordnung darauf auswirken? Würden wir den Wahlgang auf jeden Fall abschließen, bevor ein anderer Tagesordnungsantrag dann behandelt wird, weil wir ja jetzt im Grunde genommen dann noch in diesem Wahlgang zu sein scheinen? Wir haben gesagt, dass wir diese Abstimmung einfach weiterführen und währenddessen andere Dinge machen. So, wie wir das heute schon den ganzen Tag machen. Gibt es noch weitere Verfahrensfragen oder andere Beiträge? Ja, meine Verfahrensfrage ist, wie oft die Versammlungsleitung die SMV-Anträge, die eigentlich abgelehnt worden sind und die eigentlich anders erklärt worden sind vom Wahlverfahren, noch abstimmen möchte. Das hier ist Wahlbetrug. Das ist kein Wahlbetrug. Das ist einfach GO-Gefrickel, wie wir das bei Piratens immer machen. Die Versammlungsleitung... Des Weiteren weise ich den Vorwurf der Nicht-Neutralität an die Versammlungsleitung entschieden zurück. Wir haben mit diesem Verfahren nichts zu tun. Ja, wir haben mit den Leuten, die dieses GO-Gefrickel gemacht haben, im Vorfeld gesprochen. Wir haben sogar probiert, sie davon abzuhalten, das zu machen. So. Mir macht das gerade auch keinen gesteigerten Spaß. Wir können aber jetzt noch bitte ein bisschen weiter über Geschäftsordnungsdinge reden, weil dann bekommen wir heute gar keine Programmanträge mehr durch. Und heute früh, also wenn es hier kam, wiederholt die Frage, warum wir das geheim machen, weil wir das heute früh zusammen mit der Versammlung davon ausgehen, dass zu jedem SMV-Antrag ein Antrag auf geheime Abstimmung gestellt werden wird. Und das haben wir heute früh mit der Versammlung vereinbart, dass wir das geheim machen, die ganzen SMV-Sachen. So. Die nächste Frage am Kontra-Mikro, bitte. Okay, es ist offen. Jo, meine Frage ist also, vielleicht wird es auch schon beantwortet, aber es ist leider sehr laut hier im Saal. Meine Frage ist, wurde oder wird jetzt zwischen all den Verlierern, die die Wahl zur SMV, also diese Anträge, die verloren haben, jetzt einen Gewinner bestimmt oder wie ist das? Okay, ich bitte den Saal jetzt zur Ruhe zu kommen. Bitte seid jetzt mal alle ganz, ganz ruhig, weil ich jetzt zum dritten Mal das Verfahren erkläre, in der Hoffnung, dass danach jeder weiß, wie es geht. Wir haben heute früh in einem Approval-Verfahren zu dem Block der Satzungsänderungsanträge, der in der Tagesordnung 3a heißt, zwei erfolgreichste Anträge gehabt. Diese werden nun bei zu geeigneter Zeit in einer Stichwahl, die geheim stattfindet, gegeneinander abgestimmt. Der Sieger aus dieser Stichwahl wird einzeln nochmals abgestimmt und dann angenommen oder abgelehnt. Diese beiden Wahlgänge werden hinten auf dem Stack der bereits vorliegenden Geheimabstimmungen, die wir heute noch durchführen müssen, angestellt. Beim Satzungsänderungsantrag 3b verfahren wir genauso. Beziehungsweise nachdem 3b zwei Anträge waren, frage ich jetzt die Versammlung, können wir die Abstimmung, die wir zu 3b gemacht haben, als die Stichwahl zwischen diesen beiden Anträgen verstehen. Ich bitte um das Kartenzeichen. Gut. Dann kommt der Gewinnerantrag aus 3b ebenfalls nochmals zu einer geheimen Abstimmung. Jetzt mal das Pro-Mikro. Ich möchte von meinem von meinem GO-Recht auf begründete Gegenrede Gebrauch machen. Wir haben leider gerade keinen Antrag in der Besprechung, zu dem es eine begründete Gegenrede geben kann. Das Kontra-Mikro, bitte. Ich habe eine Frage. In dem Antragsblock 3a war auch der Satzungsänderungsantrag 40 mit aufgeführt, der aber in dieser Abstimmung überhaupt gar nicht mit zur Abstimmung gestellt wurde. Weil der Antrag... Okay. Jetzt bitte ich den Saal nochmals um Ruhe, weil es schon wieder zu einer Wiederholung einer sehr einfachen Tatsache kommt. Der Satzungsänderungsantrag 40 wurde heute früh vom Antragsteller zurückgezogen und nicht von keinem anderen Teilnehmer der Versammlung übernommen. Deshalb ist der Satzungsänderungsantrag 40 nicht mehr in der Tagesordnung. Gibt es noch weitere Fragen zum Verfahren? Soll ich noch andere Dinge wiederholen? Ja, das Mikro ist offen. Ich würde die Versammlungsleitung bitten, dass sie uns doch mal einen Überblick gibt, wie viele geheime Wahlgänge wir denn noch anstehen haben, weil die Versammlung endet ja heute irgendwann. Und wir machen ja sicherlich auch noch Programanträge. Fünf. 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 Es stehen derzeit noch fünf geheime Abstimmungen an. Die nächste Frage, bitte. Nochmal Verfahrensfrage. Sie haben mehrmals gesagt, dass die Blöcke gegeneinander nicht konkurrieren sind und am Ende folglich auch nicht gegeneinander abgestimmt werden können. Konsequenz wäre dann drei SMVs. Ja. Können wir so machen. Okay. Ich würde einfach gerne mal wissen, an welchem Punkt der Tagesordnung wir eigentlich gerade sind. Einfach aus dem einfachen Grund, weil wir eben beschlossen haben, dass wir keine Tagungsänderung mehr zulassen wollen, keinen Geschäftsordnungsantrag auf Tagungsänderung mehr zulassen wollen. Jetzt können wir natürlich die Geschäftsordnung wiederum zurück. Ja, können wir. Die Frage war, an welchem Punkt in der Tagesordnung wir sind. Wir sind für die nächsten sieben Minuten noch im Tagesordnungspunkt Wahlprogrammanträge im Themenbereich Innen- und Rechtspolitik. In sieben Minuten beginnt der Tagesordnungspunkt Wahlprogrammanträge im Themenbereich Europa. Wenn wir jetzt also noch sieben Minuten hier Verfahrensfragen machen, ganz besonders, weil ich hier noch drei bereits aufgerufene GO-Anträge zur Änderung der Tagesordnung habe, können wir es ganz erfolgreich schaffen, zu Innen- und Rechtspolitik gar keine Anträge mehr zu behandeln. Das Kontra-Mikro, bitte. Okay, dann stelle ich den zweiten Satz auch gerne noch mal als Frage. Wenn wir die Tagesordnung nur mit Geschäftsordnungsänderung ändern können, dann gehe ich jetzt davon aus, dass wir erst einmal einen Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung bekommen, jetzt erst mal, oder? Das kann passieren, dass der kommt, jawohl. Kurze Frage, was ist mit den beiden Anträgen zur Hardcore-SMV? Stimme die auch noch mal ab oder falle die raus? Der fällt raus. Halt was, warte mal, nee, ich hatte dich gerade nicht verstanden. Ich war abgelenkt, weil hier auch auf mich eingeredet wird. Der ist in der Queue drin, oder so. Der nächste, bitte. Ja, eigentlich keine Frage, sondern ein Vorschlag hier an Bayern. Danke, keine Vorschläge. Ich habe den Verdacht, dass wir hier vorne als Versammlungsleitung halbwegs wissen, was wir tun. Ich kann da natürlich auch total falsch liegen. Ja, Frage zum zeitlichen Ablauf. Viele von uns fahren nach Hause, vollkommen klar. Wir mit dem Wochenenticket. Der zeitliche Ablauf ist in der Tagesordnung, die wir am Freitag beschlossen haben, bestimmt. Und es tut mir leid, das ist so jetzt. Okay, ein GO-Antrag am Pro-Mikro. Ich möchte ein Meinungsbild. Ist die Versammlung der Meinung, dass es besser ist, dass diejenigen, die Verfahrensfragen haben, diese versuchen, selbst privat zu klären, zum Beispiel, indem sie vorne fragen oder was auch immer, oder ist es besser, hier für die ganze Versammlung aufzuhalten? Ich teile dem Antragsteller mit. Dieses Meinungsbild geht sehr positiv aus. Danke. Von mir folgt nun der Hinweis. Ihr könnt gerne jederzeit mit allen Fragen, die ihr zu dieser Versammlung, zu den angewandten Verfahren, zur Geschäftsordnung, zur Tagesordnung, zu sonstigen Sachen habt, euch hier vorne wenden. Da sitzen Leute extra dafür da, um Fragen zu beantworten. Da steht immer noch jemand am Pro-Mikro. Das ist offen. Stehst du da nur rum? Okay. Darf ich dich dann bitten, vielleicht nicht direkt hinterm Mikro rumzustehen? Dankeschön. Das sieht ein bisschen verwirrend aus von hier oben. Es sieht so aus, als ob du was von mir willst. So, wir kommen zu Geschäftsordnungsanträgen auf Änderung der Tagesordnung. Diese wurden alle bereits vor 12 Uhr eingereicht. Der erste hat den Titel Hotfix Wirtschaftsprogramm GO-Alternative TO 17, TO 18. Der Wirtschaftsblock wird als nächster Themenblock behandelt. Begründung, der Wirtschaftsblock ist durch die SMV-Diskussion ersatzlos entfallen. Wir hätten sonst keine Aussagen zum Informationsfreiheit, Wirtschaftspolitik oder Antikorruption im Wahlkampf. Nein, das sind drei Konkurrierende. Wir kommen jetzt noch nicht zur Abstimmung. Der zweite heißt Sammelantrag Wirtschaft für FIN-GO-Alternativantrag TO 17, TO 19. Wir haben noch kein Wahlprogramm zur Wirtschaft und Finanzen. Deswegen soll der Wirtschaftssammelantrag WP 171 direkt nach dem Block Familie und Gesellschaft behandelt werden. Nachdem der Block Familie und Gesellschaft bereits länger vorbei ist, würde ich diesen so auffassen, dass er sofort behandelt werden soll. Dann Wirtschaftsprogrammantrag, nein, Wirtschaft im Wahlprogramm, Konkurrenzantrag. Es wird beantragt, über folgende Anträge abzustimmen. Aus WP 108, Modul 5 und PA 444. Ja, kein Meinungsbild, während ich irgendwie im GO-Antrag bin. So, wir machen jetzt das mit dem Approval. Wer will den gesamten Wirtschafts... Während eines GO-Antrags gibt es auch keine GO-Anträge. Okay, Gegenrede. Mikro ist offen. Kontra ist, Mikro ist offen. Ja, begründete Gegenrede gegen alle GO-Anträge. Je mehr wir unsere Tagesordnung, die die Weisheit der Piraten, der vielen Piraten in der Antragskommission, im Liquid und so alle vorbereitet haben, je mehr ihr die... Ich approve die Weisheit der Piraten und will, dass hier nichts gehemmt wird, sondern dass wir noch ein rechtspolitisches... in Rechtspolitik noch jetzt noch machen. Also, ich bin dagegen, alle GO-Anträge... Ich bin dafür, alle GO-Anträge einfach mit der lila Karte abzulehnen. Gut. Ich sehe hier schon einige gehobene lila Karten, aber noch ist leider lange nicht die Zeit, weil wir machen jetzt erstmal das mit dem Approval. Wer findet den ersten TO-Änderungsantrag, dass wir über den abstimmen sollen? Der hebe die grüne Karte. Wer will, dass wir über den zweiten abstimmen? Achso, Verzeihung. Zum Ersten die grünen Karten hoch, nur die grünen. Wir sind im Approval. Das ist der ganze Wirtschaftsblock jetzt behandeln. Dann kommen wir zum zweiten. Das ist WP171 jetzt behandeln. Dann kommen wir zum dritten. Modul 5 aus WP108 und PA444 jetzt behandeln. Dann stimmen wir jetzt als Stichwahl den ersten und den zweiten gegeneinander ab. Ich hätte gerne die grüne Karte für den gesamten Wirtschaftsblock und die violette Karte für WP171. Dann stimmen wir jetzt darüber ab, ob wir den gesamten Wirtschaftsblock vorziehen und ich bitte um das Kartenzeichen. Nein, für wir ziehen den Wirtschaftsblock nicht vor. Ja, für wir ziehen den Wirtschaftsblock vor. Der Antrag ist abgelehnt. Ein Meinungsbild ist die Versammlung der Meinung, dass die am Freitag angenommene TO feste Zeitslots für den heutigen Sonntag festgelegt hat. Ich teile dem Antragsteller mit. Das Meinungsbild geht stark positiv aus. Wir kommen zu den Wahlprogrammanträgen im Themenbereich Europa. Okay, davor haben wir noch ein Ergebnis, dass wir den nächsten Wahlgang machen können, beziehungsweise in die nächste geheime Abstimmung. Jochen, verkünde bitte das Ergebnis. Gut, bei der Abstimmung, Übersatzungsänderungsantrag 3 wurden 843 Stimmzettel abgegeben, 829 davon waren gültig. Der Antrag ist angenommen worden, auch wenn das gerade auf der Folie ein wenig fehlerhaft dargestellt wird. Es gibt 547 Ja-Stimmen und 255 Nein-Stimmen. Das heißt, wir haben mehr als doppelt so viele Ja-Stimmen als Nein-Stimmen. Damit hat dieser Antrag zwei Drittel erreicht. Okay, wir kommen zur nächsten Abstimmung. Ich übergebe an den Wahlleiter. Des Weiteren für das Protokoll. Wir haben uns in der Versammlungsleitung dazu gezwungen gesehen, Jan Leutert damit zu beauftragen, gegen einen Teilnehmer dieser Versammlung ein Hausverbot auszusprechen. Einfach nur so zum Protokoll. Ich möchte das jetzt hier nicht weiter erläutern. So, Jochen. Jochen, Abstimmung. So, als nächstes in der Queue ist die Abstimmung modular über den Antrag zum Asylrecht. Ich hoffe, der steht jetzt auf dem Beamer. Wir kommen jetzt also zur Abstimmung über den Wahlprogramm Antrag 074. Gut, jetzt ist er auf dem Beamer. Dieser Antrag besteht aus acht Modulen. Okay, es sind sechs Module, wird mir mitgeteilt. Entschuldigung, also sechs Module. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Felder 1 bis 6. Stimmzettel Nummer 12. Der ist irgendwie so grünlich. Ich bitte jetzt die Wahlhelfer, Wahlhelfer. Es kommt gleich zur Aktion und zwar sofort. Gibt es Fragen zum Wahlverfahren? Ich habe eine Frage und zwar, der Antrag enthielt ein Modul 0. Wird darüber auch abgestimmt? Nachdem das Modul 0 nur ein Erklärbeatext zu dem Gesamtantrag ist? Nein, das Modul 0 enthielt die Aufforderung, den Programmantrag in ein anderes Themengebiet im Wahlprogramm zu schieben. Verzeihung, dann hatten wir das Modul 0 nicht ausreichend gelesen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich möchte eine Frage stellen. Nein, ich möchte das öffentlich machen. Ich frage, am Beamer steht die ganze Zeit Modul 1 bis Modul 8. Das hat zur Konsequenz, dass bereits unter Umständen Stimmzettel ausgefüllt sind. Ist bekannt, ist bekannt. Vielen Dank. Aber was ist die Reaktion drauf? Wir nehmen einfach die nächsten Stimmzettel. Das ist ja nicht die erste Abstimmung heute, bei der wir einen Stimmzettel überspringen. Ihr dürft die Nummer 12 auch wegschmeißen. Jetzt müsst ihr eine Rechenaufgabe lösen. Und zwar müsst ihr immer plus 1 rechnen. Also Modul 0 ist 1, Modul 1 ist die 2 und so weiter und so fort. Bekommt ihr das hin? Wir können das Modul einfach ans Ende nehmen. Können wir Modul nicht einfach als letzten nehmen, dass Modul 0 quasi die 9 ist? Noch verwirrender. Wir wissen, dass der Beamer falsch ist. Ja, wir fixen das Beamer-Bild. Ich weiß, dass 8 und 9 keine Optionen sind, obwohl sie jetzt gerade noch am Beamer stehen. Wir arbeiten dran. Sasa Raber, bitte zur Versammlungsleitung. Sasa Raber, bitte zur Versammlungsleitung. Es ist dringend. Gut, dann hoffe ich jetzt mit dieser Abstimmung weitermachen zu können. Ich sehe keine Fragen mehr. Wunderbar. Ich hoffe, ihr wisst wirklich, was ihr tut. Wahlhelfer, bitte öffnet die Urnen, hebt sie hoch, zeigt allen, dass sie leer sind. Vielen Dank. Nehmt die Urnen runter, verschließt sie. Zettel 13, ja, ich wiederhole. Zettel 13, der ist so orange. Andere Zettel sind ungültig. Ich sehe, dass alles bereit ist. Und ich bitte euch, einigermaßen zügig Stimmen abzugeben. Und zwar ab jetzt. Die Abstimmung ist eröffnet. Kommt schon mal zu einem Ende. Gebt eure Stimmen ab. Wenn meine Wanderuhren wieder da sind, mache ich dicht. So, meine Wanderuhren sind wieder da. Also, verhaltet euch bitte auffällig, wenn ihr jetzt noch Stimmen abgeben wollt. Winkt am besten oder schreit laut. So, allerletzter Aufruf. Wenn die dort angekommen sind, ist Schluss. Warum winkt ihr? Finden da noch Wahlhandlungen statt? Gut. Okay, auch die hinten sind fertig. Vielen Dank. Ich schließe damit die Abstimmung und bitte meine Helfer auszuzählen. Florian Bokor, bitte. Und die Antragsteller des Wahlprogrammantrags 111 aus dem Bereich Europa zur Transparenz und demokratische Kontrolle des ESM bitte auf die Bühne. Annelia Otto, FJ, GBW und so weiter. Fürs Protokoll, ich übergebe die Versammlungsleitung an den Fabio. Ja, vielen Dank. Während jetzt ausgezählt wird, kommen wir jetzt zu dem nächsten Block. Das ist der Block Europa. Und vorher noch ein paar Durchsagen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen MTW NM 207 soll bitte zum Frontoffice kommen. Dann noch der Hinweis, Fragen wegen der GO. So wie immer, bitte erst ans Frontoffice. Und es wird noch ein Abstreicher an der Pro-Contra-Schlange gebraucht. Also wenn ihr euch noch ein bisschen beteiligen wollt an der Pro-Contra-Schlange, wird noch ein freiwilliger Helfer gebraucht. So, dann kommen wir jetzt zur Besprechung des ersten Antrags. Das ist der Wahlprogrammsantrag 111, Transparenz und demokratische Kontrolle des ESM. Ich bitte jetzt, die Antragsteller den Antrag zu begründen. Ja, vielen Dank. Ich stelle diesen Antrag im Namen von Cornelia Otto vor und aber auch dem Squad-Finanzenhaushalt steuern, das sich in Berlin mit dem Thema länger beschäftigt hat. Es gibt dazu auch eine Position des Landesverbands Berlins. Und dieser Antrag ist aber auch weiterentwickelt worden und richtet sich im Wesentlichen gegen bestimmte Strukturen des ESM. Das hat bitte nichts zu tun mit der Befürwortung einer grundsätzlichen wechselseitigen Unterstützung in Europa. Es geht konkret um den ESM und der ESM ist im Wesentlichen eine Struktur, die aus einem Gouverneursrat besteht und aus einem Direktorium, also die Personenstruktur und ihre Entscheidungsbefugnisse. Es werden im Einzelnen sechs Dinge gefordert, nämlich einmal, dass die Entscheidung des Europäischen Gouverneursrats zur Verwendung der Mittel und zur Vergrößerung der Rettungsschirme durch demokratisch gewählte Volksvertreter des Europäischen Parlaments beschlossen und kontrolliert werden sollen. Das heißt, es muss nicht unbedingt im Vorfeld passieren, aber es soll zumindest seines Europäischen Parlaments einen Beschluss dazu geben, wenn der ESM vergrößert wird. Das ist im Moment nicht der Fall. Alle Kreditvergaben, Punkt 2, sollen transparent sein. Der Jahresabschluss und der Jahresbericht des ESM sollen öffentlich und maschinenlesbar zugänglich gemacht werden. Dieser Teil richtet sich dahin, dass der Jahresbericht und Jahresabschluss leicht verfügbar sein soll, also auch im Internet lesbar. Auch die Prüfungsberichte des Ausschusses sollen öffentlich gemacht werden. Jede Erhöhung des Stammkapitals soll von den demokratisch gewählten Volksvertretern der jeweiligen nationalen Parlamente beschlossen werden. Punkt 5, das Europäische Parlament soll die Befugnis erhalten, die Immunität der Mittelgeber des Europäischen Gouverneursrats und des Direktoriums aufheben zu können. Und Punkt 6, die Gehälter der Mitglieder des Gouverneursrates und des Direktoriums sind offen zu legen. Dazu noch zwei begründende Punkte. Einmal zu Punkt 5. Es ist so, dass im Sinne einer Immunitätsregelung auch die Mitglieder des ESM Immunität besitzen. Im Gegensatz zu den Parlamentsmitgliedern in nationalen Parlamenten kann hier aber nur der Gouverneursrat selbst die Immunität aufheben, quasi seine einzelnen eigenen Mitglieder. Auch hier wäre es möglich, dem Europäischen Parlament zuzugestehen, das zu tun. Und es geht unter Punkt 6. Es gibt durchaus Veröffentlichungen zu den Gehältern. Der Vorsitzende des Direktoriums verdient beispielsweise 350.000 Euro etwa oder 320.000. Das ist also deutlich mehr als zum Beispiel das Gehalt von der Frau Merkel. Das kann man gut oder schlecht finden. Aber es wäre uns doch sehr daran gelegen, dass auch solche Punkte einfach offengelegt werden, insbesondere weitergehende Zulagen oder eben auch Steuersätze, die im Moment vom ESM selber erhoben werden und teilweise undurchsichtig oder gar nicht bekannt sind. Gut, ich denke, weiterführende Begründung zu diesen Punkten würde ich mir dann auch aufheben, wenn Fragen kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Gut, vielen Dank. Das war die Forschung des Antrags. Jetzt kommen wir erst mal zu Verständnisfragen bezüglich des Antrags WP 111, Transparenz und demokratische Kontrolle des ESM. Bitte geht jetzt an die Mikrofone, wenn ihr dazu noch Verständnisfragen habt. Das scheint erst mal augenscheinlich nicht der Fall zu sein. Falls ihr gerade auf dem Weg zum Mikro seid, wedelt mit den Händen. Ja, bitte gehen wir ans Pro-Mikrofon. Einigt euch einfach, wer jetzt zuerst da war. Ihr seid ein bisschen zu höflich, bitte. Einer von beiden. Bitte jetzt die Frage stellen. Ja, okay. Kurze Fragestellung. ESM, ist es richtig, dass der ESM eine GmbH nach Luxemburger recht ist? Soweit mir bekannt ist, ist er zumindest so strukturiert. Er ist nicht von der Rechtsform so eingetragen, aber er ist quasi äquivalent von der Rechtsform. Okay, das heißt auf Deutschland, eine GmbH kontrolliert Staaten. Danke. Vielen Dank. Nächste Verständnisfrage. Warum bist du nicht dafür, den ESM ganz abzuschaffen? Ja, es ist meiner Meinung nach eine sehr stark inhaltliche Frage. Ich kann es trotzdem gerne beantworten, natürlich. Ich bin gegen eine Kritik an der europäischen Struktur an sich und ich sehe das Problem, dass wir Staaten besitzen, die aus welchen Gründen auch immer in eine Krise gestürzt wurden, die sie selber nicht stemmen können. Der ESM ist sicherlich kein Konstrukt, der das besonders clever löst. Aber wenn wir ihn jetzt abschaffen, haben wir erstmal keinen Ersatzmechanismus, der Staaten, die in die Insolvenz geführt werden, dann oder in die Insolvenz kommen, irgendwie auffängt. Bedeutet, dass wir dann mehr oder weniger zusehen müssten, wie Europa zerbricht. Ich würde mich deswegen dagegen aussprechen, den ESM einfach nur komplett abzulehnen, sondern wir wollen bei der Linie bleiben, meiner Ansicht nach, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, was wir wollen, dann soll daran keiner einen Haufen Geld verdienen, dann soll daran nicht irgendwie irgendwas rumgeschoben werden können, sondern dann sollen alle offen und transparent zusammenhalten. Der ESM ist in meinen Augen zu sowas zu befähigen, ist im Moment noch nicht so strukturiert, aber ich bin nicht grundsätzlich gegen eine Art Länderfinanzausgleich, zum Beispiel in Europa, meine persönliche Ansicht jetzt allerdings auch. Du hast noch eine weitere Frage, bitte. Okay, ein bisschen vom Mikrofon dann weg. So, das waren die Fragen. Dann bitte reiht euch jetzt in die Pro-Contra-Schlangen ein, wenn ihr euch zu dem Antrag äußern wollt. So, dann fangen wir an mit dem ersten Kontra-Beitrag. Du hast drei Minuten Zeit. Ja, ich habe eine Anmerkung. Prinzipiell finde ich den Antrag gut. Nur im Absatz 1 wird von demokratisch gewählten Europaabgeordneten gesprochen. Ich denke, wir alle wissen, dass es demokratische Defizite in der EU gibt und dass die Verteilung der Abgeordneten bei Weitem nicht demokratisch ist. Deswegen stört mich dieser erste Absatz sehr deutlich. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt ein Pro-Beitrag. Bitte. Ja, in Offenbach war das, habe ich ja noch sehr gegen diesen Anti-ESM-Antrag gewettert, weil mir das damals zu pauschal war. Ich finde, das hier ist ein sehr schöner Antrag, der einfach zeitgags zeigt, dass wir uns ja eben differenziert mit diesem Instrument auseinandersetzen, dass wir es kritisieren, dass wir auch genau sagen wollen, was sich daran ändern muss. Das ist konstruktiv und ich würde deswegen die Versammlung bitten, diesem Antrag zuzustimmen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Ich weise nochmal darauf hin, dass immer noch die Geschäftsordnung gilt, nach der diejenigen mit den wenigsten Redestrichen vorne stehen. Ich bitte die Pro-Schlange, das selbsttätig zu regeln, ansonsten hilfsweise einen Versammlungshelfer, das als Aufgabe zu übernehmen. Jetzt bitte einen Konterbeitrag. Ich habe mir das nicht leicht gemacht mit der Frage des ESM, nicht ESM. Das Killer-Argument, stirbt der Euro, dann stirbt Europa und die Träne von Frau Merkel können mich allerdings jedenfalls nicht umreißen. Das ist das erste Mal, dass der Europäische Rat, sprich die Regierungschefs, hinter dem Rücken der Öffentlichkeit etwas verabredet haben. Ihre Finanzminister haben sich zusammengesetzt, haben es zusammengenietet, genagelt in einer Nacht- und Nebelaktion und herausgekommen ist, eine GmbH nach Luxemburger Recht, die darüber befindet, wie demokratisch gewählte Abgeordnete in Zukunft zu handeln haben. Und das finde ich mehr als fragwürdig. Die ganzen Fragen, die dort stehen, mehr Transparenz im ESM, maschinenlesbare Daten, pipapo, ist ja alles wunderschön, haben nur einen einzigen und erheblichen Geburtsfehler. Der Geburtsfehler bestimmt sich daraus, dass der ESM selber undemokratisch in höchstem Maße ist, dass dort Geld verbraten wird und zwar nicht Geld verbraten wird nach dem Motto, im Moment ist ja noch nichts geflossen, sondern ganz konkret sind bereits Milliarden der Bundesrepublik und der bundesdeutschen Steuerzahler in diesen ESM hineingeflossen. Und wozu werden sie benutzt? Wir kennen das Wort und ich will das gar nicht lange machen, Bankenrettung. Und deshalb würde ich sagen, wunderschöner Antrag, tolle Idee, aber wenn wir undemokratische Institutionen einfach nur mit ein bisschen Zuckerguss versehen und Demokratiespray drüber sprehen, dann wird es immer noch nicht demokratisch. Deshalb der ESM hat zu verschwinden und der Antrag ist abzulehnen. Danke. Vielen Dank. Und jetzt bitte eine Pro-Rede. Der ESM ist sicher von der Konstruktion her ein Fehler gewesen. Wenn Mist schon mal existiert, dann sollte man wenigstens dafür sorgen, dass dieser Mist auch demokratisch kontrolliert wird. Dieser Antrag fordert nichts anderes als die Rückgewinnung der demokratischen Hoheit, des Souveräns über den ESM. Und das heißt nicht, dass man den ESM nicht auch insgesamt ablehnen kann. Das ist keine Entweder-oder-Entscheidung. Deswegen bitte ich die Versammlung um Zustimmung zu diesem Antrag. Danke. Vielen Dank. Und jetzt bitte Contra. Ja, es steht ja im ersten Absatz drin, dass der ESM eben gegen Rechtsstaatsprinzipien und den Parlamentsvorhalt verstößt. Das Bundesverfassungsgericht hat das anders entschieden, wobei ich für diese Formulierung sehr viel Sympathie habe. Und er versucht dann eigentlich in so einer Mischung aus nationalstaatlichen Regelungen und EU-Regelungen das wieder zu reparieren. Also mir kommt er nicht so ausgegoren vor. Und wenn wir einerseits gesagt haben, dass wir eigentlich grundsätzlich Volksabstimmung über so etwas fordern und sagen, dass hier demokratische Prinzipien nicht eingehalten werden, glaube ich nicht, dass man ihn so reparieren kann. Und hege deswegen wenig Sympathie für diesen Antrag. Vielen Dank. Und jetzt noch ein Probeitrag. Also ich hege sehr viel Sympathie für diesen Antrag. Wir haben, das wurde gerade eben auch schon mal gesagt, eine ganz klare Position bezogen, in der wir gesagt haben, dass wir diesen ganzen ESM-Konstrukt undemokratisch finden. Wenn wir das tun, dann haben wir jetzt die Möglichkeit hier auch zu sagen, welche demokratischen Defizite sehen wir und wie können wir diese verdammt noch mal auch abbauen. Und das ist jetzt unsere Chance, das in diesem Antrag zu tun. Was Joachim sagt, ist natürlich völlig richtig. Das Ding ist scheiße auf Deutsch gesagt. Wir werden von der GmbH hier auch sicherlich reglementiert. Aber hier ist eine ganz klare Position, die wir als Piraten beziehen können, dass wir sagen, wir stehen ein für Demokratie und für Transparenz bei den Dingen, die die Europäer angehen. Und deswegen haben wir hier eine einmalige Chance, auch aus unserem Positionspapier eine klare, programmatische Ausrichtung zu gestalten für ein besseres, für ein transparenteres Europa. Und was die wirtschaftspolitischen Richtlinien angeht und Möglichkeiten, die wir noch haben, da haben wir gleich die Möglichkeit, beim WP 133 noch zu diskutieren und uns da auch noch mal viel klarer abzugrenzen gegen die ganzen Idioten der AfD. Vielen Dank. Danke auch von mir. Und jetzt kommt noch ein Kontrabeitrag. Transparenteres, demokratischeres Europa wurde schon genannt. Ich finde, dass es mit diesem ESM nicht möglich ist. Transparenz und Demokratie fordern wir. Der ESM ist so nicht umzubauen. Deshalb schlage ich vor, diesen Antrag abzulehnen und ein neues Gremium zu fordern, das diesen Kriterien genügt. Ich bin für diesen Antrag, weil es im Moment keinen besseren gibt. Die meisten wissen ja, dass ich Christian Jacken bin, Miterfinder von Liquid Democracy und Gegner dieser Euro. Christian, es herrscht ein Hausverbot gegen dich. Bitte entferne dich aus dem Saal. Die Security wird dich jetzt entfernen. Da du dich wieder in die Halle begeben hast, werden wahrscheinlich strafrechtliche Maßnahmen folgen. Ich informiere dich darüber, da du hier stehst. Das Hausverbot wurde vor allem verhängt, weil du hier Informationsmaterial verteilt hast, was nicht akzeptabel ist. So, jetzt kommt ein richtiger Probeitrag von jemandem, der sich in dieser Halle aufhalten darf. Okay, wir warten noch einen kleinen Moment. Bitte setzt euch hin. Wir sind hier nicht beim Fußballspiel. Bitte setzt euch wieder hin. Die Versammlungsleitung und die Orga haben das alles unter Kontrolle. Wir sind hier, um politisch zu arbeiten. Ja. So, die gute Nachricht. Alle jetzt im Raum befindlichen Personen haben kein Hausverbot gegen sich verhängt. Und damit kommen wir zum vorerst letzten, nein, zum vierten Probeitrag. Bitte noch mal darauf achten, dass derjenige vorne ist, der die wenigsten Redebeiträge hatte. Bitte schön, das Mikro ist vorne offen. Ja, also der ESM ist ja Teil der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Insofern war das ja jetzt bislang ein sehr, sehr guter Parteitag, weil wir ja fast in allen Bereichen Beschlüsse gefasst haben. Auch Wirtschaft und Finanzen wurde ja sehr gestern auch pro abgestimmt. Aus meiner Sicht war das auch eine Zweidrittelmehrheit. Und ich bin für diesen ESM, für diese Formulierung. Aber das löst unser Problem dieser Partei nicht. Wir brauchen hier noch etwas Griffiges, auch im Bereich Europa. Darum finde ich es prima und frage jetzt auch ein Meinungsbild, dass wir da sagen, wir brauchen einen Sonderparteitag, um eben die Blöcke noch zuzumachen, was eben Wirtschaft und Europa betrifft. Und da bitte ich euch einfach zu sagen, hier lasst uns heute noch mal eine Euwikon, die ja sehr, sehr positiv gewesen ist, da machen, um eben halt diese Lücke auszufüllen, da wir ja alle schon per Lime Survey und Liquid Feedback ja pro dieses Wirtschaftsprogramms gewesen sind. Also bitte denkt darüber nach und so weiter. Das ist eine Anregung, einen Sonderparteitag da zu machen. Also gerade ein kurzes Meinungsbild. Wer wäre dafür, dass wir das machen würden? Ja oder nein? Also ich werde so verfahren, dass du in deinen drei Minuten sagen kannst, was du möchtest. Und wenn dann Leute die Karten nehmen, dann machen sie das halt. Ich habe es ja jetzt vernommen, ist ja okay. Alles klar, wunderbar. Dann kämen wir jetzt zum letzten Kontrabeitrag. Den gibt es nicht. Dann hören wir noch einen vorerst letzten Probeitrag. Bitte schön, jetzt den Beitrag noch. Ich wollte nur sagen, ich möchte die Versammlung hier bitten, diesen Antrag zuzustimmen. Auch wenn einige sagen, er wäre wahrscheinlich noch nicht vollständig, aber den kann man immer noch vervollständigen. Aber wir haben dann eben schon mal ein Grundmuster da. Und der ESM muss bleiben. Wenn wir den ESM verlangen, dass der ESM abgeschafft wird, dann fangen die Verhandlungen in Europa im Gouverneursrat mit in die Regierung noch mal von vorne an. Und dann wird es wieder länger Zeit kosten. Und dann werden wieder irgendwelche Zeiten vergeudet. Und dann läuft das in Europa dann wieder finanzpolitisch auch nicht mehr weiter, weil alles ziemlich verunsichert ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von mir. Ich frage jetzt die Versammlung, ob sie weitere Redebeiträge hören möchte. Die grüne Karte für Ja, lila für Nein. Ich teile aber trotzdem noch mal als Info mit, dass da niemand steht. Also bitte die Karten dementsprechend clever hochheben. Das ist vorhaltig lila. Das heißt, die Debatte ist an der Stelle beendet. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Abschlussrunde. Kurze Durchsage noch vorher. Und zwar die Pressekonferenz. Ich weiß jetzt nicht genau welche. Irgendeine von den vielen Pressekonferenzen beginnt jetzt. Und es fehlen noch VIP-Piraten. Die Pressekonferenz beginnt jetzt drüben im Pressebereich. Und das Abschlussstatement bitte. Vielleicht ganz kurz zu den angemerkten Kontrapunkten. Es ist in der Tat so, dass es eine ambivalente Situation ist. Ist der ESM undemokratisch? Ja oder Nein? Wir haben in der Kontraschlange wohlgemerkt beide Argumente gehört. Einmal der Antrag würde darauf rumhacken, dass es sozusagen undemokratisch ist. Obwohl ja das Verfassungsgericht zugestimmt hat. Das zeigt die Ambivalenz des Themas. Und ich denke, an der Stelle ist die gewählte Formulierung genau die richtige. Einleitend zu thematisieren, dass es da Bedenken gibt. Aber dann den ESM nicht deswegen gegen einen verfassungsgerichtlichen Beschluss komplett ablehnen. Sondern zu demokratisieren. Das finde ich ganz toll. Und auf die eklare ähnlichen Situationen, die noch existiert haben, gehe ich nicht ein. Ich gebe nochmal Cornelia das Wort für ein Abschlussstatement. Ja, ich habe es leider nicht früher hergeschafft, weil ich ziemlich viele Termine habe. Natürlich ist der ESM scheiße. Die ganze Art und Weise, wie mit der Krise umgegangen wurde, ist einfach unmöglich. Und zwar ist der ESM deswegen scheiße, weil er undemokratisch ist, meiner Meinung nach. Weil er eben in der Art, wie es jetzt aktuell vorherrscht, intransparent ist. Und weil die Entscheidungen eben nicht mehr nachvollziehbar sind. Und das muss geändert werden. Alle Entscheidungen darüber, was mit dem Budget, mit den Budgets geschieht, die müssen einfach parlamentarischer Kontrolle unterworfen werden. Die Jahresbilanzen, die Abschlussberichte und auch die Prüfungsberichte. Da muss einfach hinterher nochmal jemand drüber gucken können, wer sind eigentlich die Gläubiger und wer bekommt da wo das Geld. Anders geht es nicht. Und deswegen haben wir diesen Antrag geschrieben. Und auch wenn ich persönlich, sagen wir mal, anders mit der Krise umgehen würde, ich denke, wir haben den ESM und dazu fordern, dass er, wenn wir den schon haben, er zumindest transparent und demokratisch sein muss. Das ist ein ganz, ganz zwingender Punkt und den sollten wir auch jetzt im Wahlkampf vertreten. Danke. Vielen Dank. Ich bitte schon mal die Antragsteller der Zeitumstellung auf die Bühne. Ansonsten kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag WP 111, Transparenz und demokratische Kontrolle des ESM. Bitte hebt jetzt eure grünen respektive violetten Stimmkarten, je nachdem, ob ihr dem Antrag zustimmen könnt. Vielen Dank. Das ist eine sehr eindeutige grüne Mehrheit. Damit ist der Antrag angenommen. Vielen Dank. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Wahlprogrammsantrag. Das ist der WP 076, EU-weite Abschaffung der Zeitumstellung. Die Antragsteller sich kommen. So, dann kommen wir jetzt zur Vorstellung der Karteninhaber mit den Stimmkarten 154 am Ende. Möge bitte nochmal die vorne abholen. Ansonsten jetzt die Vorstellung des nächsten Antrags. Entschuldigung, ich habe leider das nicht so ganz auf dem Screen gehabt, dass ich den Antrag noch vorstellen sollte. Ich mache das jetzt mal spontan. Die Zeitumstellung ist ein Thema, das uns alle betrifft. Zweimal im Jahr werden die Uhren umgestellt im Sommer, sodass im Prinzip gefühlt man eine Stunde früher aufstehen muss. Warum wird es gemacht? Es wurde gesagt, dass es gemacht wird, um Energie zu sparen. De facto ist es so, dass dadurch keine Energie gespart wird, sondern dass es riesige organisatorische Probleme gibt. In der Wirtschaft, im Logistikbereich, im Lebensmittelproduktionsbereich. Es gibt auch gesundheitliche Probleme, die Leute bei der Zeitumstellung haben. Wir haben uns schon öfters dafür eingesetzt, dass wir den Biorhythmus jedes Einzelnen achten möchten. Da gibt es auch eine ähnliche Position dazu. An der Stelle würde ich mich freuen, wenn wir uns dafür einsetzen, dass wir diese unsägliche Zeitumstellung abschaffen und dafür sorgen, dass wir eine Zeit haben, die sich daran orientiert, dass wir einfach das gemittelt am Tag haben. Wenn wir Arbeitszeiten haben, dann sollten diese Arbeitszeiten, wenn Leute im Sommer früher anfangen wollen zu arbeiten, dann muss es einfach mehr Kleidzeit geben, dass die Leute selbst entscheiden können. Dann können sie im Sommer gerne eine Stunde früher kommen. Das geht doch. Das ist kein Problem. Dazu muss man nicht die Uhr umstellen. Dazu muss man flexible Arbeitszeitregelungen machen, dass jeder es so machen kann, wie er es möchte. Ich will nicht lange reden. Bitte nehmt den Antrag an und sorgt dafür, dass wir uns als Piratenpartei für eine sinnvolle Änderung von einem politischen Ding einsetzen, das eigentlich überhaupt nicht notwendig ist, dass es wieder abgeschafft wird. Vielen Dank. Ganz kurz fürs Protokoll. Ich als Versammlungsleiter mit Hausrecht habe Jan Leutert und Thomas Mark das Recht gegeben, zur Not einen weiteren Piraten dieser Versammlung zu verweisen. So, dann jetzt bitte an die Mikrofone stellen, wenn ihr Fragen zu dem Antrag WP 076 habt. Bitte noch nicht die Pro und Kontra nach vorne. Bitte hebt mal jetzt die Arme, wenn das Fragen sind. Ich sehe einen am Kontra-Mikrofon. Eine Verständnisfrage, wie will das Wahlprogramm der Deutschen Piratenpartei andere Länder dazu bringen, die Sommerzeit abzuschaffen? Also wir möchten im Prinzip, dass wir uns auf EU-Ebene dafür einsetzen. Und der Bundestag kann ja durchaus auch darauf hinwirken, dass auf EU-Ebene Beschlüsse gefasst werden. Prinzipiell im Antrag steht auch drin, dass wir wollen, dass ein Referendum darüber durchgeführt wird. Also das ist schon an der Stelle so, dass wir das nicht einfach quasi als Politiker sagen wollen, wir möchten das jetzt unbedingt, sondern wir möchten natürlich auch die Bürger mit einbeziehen. Das steht ja im Antrag auch drin. Du hast auch noch eine Frage? Ja. Bitte? Wenn wir die Zeitumstellung abschaffen wollen, welche Zeit bleibt dann, Winter- oder Sommerzeit? Da gibt es tatsächlich zwei Module zu. Kannst du da nochmal runterscrollen? Also wir haben zwei, doch tatsächlich sind die konkurrierend, weil wenn wir Modul 2 und 3 annehmen, haben wir Widersprüchliches im Wahlprogramm stehen. Wir stimmen das modulmäßig ab und da könnt ihr euch entscheiden, was wir wollen. Ich würde allerdings sehr dafür plädieren, dass wir das Modul mit der Normalzeit annehmen, weil das die mitteleuropäische Zeit ist, die definiert ist im Endeffekt. Also den Modul 2, ich bin persönlich nicht für den Modul 2, das Modul 2 ziehe ich zurück. Kann ich, kann ich machen. Okay. So. In dem Antrag soll das Modul 2 zurückgezogen werden. Möchte das jemand übernehmen? Das ist der Fall. Das Modul wird übernommen. Ihr habt aber trotzdem mitbekommen, dass der Antragsteller selbst euch empfohlen hat, also der frühere Antragsteller euch empfohlen hat, das Modul 2 abzulehnen und das Modul 3 anzunehmen. Das war noch eine Info vom Antragsteller, das kann er ja gleich selber nochmal sagen. Ansonsten kommen wir jetzt zur Aussprache über den Antrag oder gibt es noch weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann machen wir jetzt mit dem ersten Konterbeitrag los. Bitteschön, ihr habt wieder drei Minuten Zeit. Zeit, genau, ich stehe hier. Ich finde die Idee von dem Ding gut, man kann es auch richtig machen mit UTC, das ist der Antrag, den ich gestellt habe, der nicht auf dieser Tagesordnung ist. Wir sollten aber auch bedenken, dass wir nicht so viel Zeit haben und ich glaube, bei dem Thema nicht so viele Argumente sind. Ich bin dagegen, weil es total ein Overhead macht, um irgendwie ein kleines Problem zu lösen, nämlich, dass man die Uhrzeit umstellt. Ich arbeite in einer Schicht, ich arbeite teilweise bis nachts um zwei und ich lebe in anderen Zeitzonen, man kann sich daran gewöhnen. Und ein Tag im Jahr oder zwei Tage, wo die Uhr umgestellt wird, so einen Aufwand zu treiben, ist totaler Unsinn. Vielen Dank und jetzt der Probeartrag. Hallo, ich möchte gerne appellieren, dass wir diesen Tagesordnungspunkt möglichst schnell abstimmen, weil als nächstes steht der wunderbare Europa Sixpack und den brauchen wir. Und deswegen wirklich, wenn nichts Neues zu sagen ist, vielleicht zusammensteifen und einfach abstimmen. Danke. Und Kontra, bitte. Okay, es ist ein bisschen undankbar, dass ich nach diesem Redebeitrag spreche, aber ich habe dazu tatsächlich inhaltlich was. Ich halte das Ganze und ich muss mich da voranschließen für eine grässliche Tool-Diskussion. Man versucht mit einer technischen Lösung ein soziales bzw. sozioökonomisches Problem zu lösen, nämlich das sozioökonomische Problem, dass Zeit und der Umgang mit Zeit verwendet wird, Hierarchien zu reproduzieren, Macht und Herrschaft zu reproduzieren und die freie Lebensgestaltung des einzelnen Menschen einzuschränken. Und ich würde auch gerne dafür plädieren, diesen Overhead zu vermeiden und die Probleme auf einer anderen Basis anzugehen, nämlich da, wo sie durch Menschen gemacht werden. Vielen Dank und Pro bitte. Ja, ich bitte auch, den Antrag unbedingt zuzustimmen, weil ich jedes Mal immer ärgere habe, wenn die Zeit umgestellt ist, die Uhrzeiten richtig einzustellen. Mir ist es auch schon mal passiert, dass ich dann halt eine Stunde zurückgestellt habe oder vorgestellt habe. Ich bitte einfach nur, diesen Antrag zuzustellen. Vielen Dank und Kontra. Ja, ich bitte euch, diesen Antrag abzulehnen. Ich gebe den Antragsteller recht, es sollte Energie einsparen, was nie gestimmt hat, stammt allerdings aus dem Ersten Weltkrieg, das ist etwas länger her, fast 100 Jahre. Ansonsten kann ich nur sagen, mir macht es Spaß, wenn es sonntagsabends richtig schön lange hell ist und ich mit meinen Freunden draußen sitzen kann, ohne Licht, ohne alles. Und ich möchte auch im Winter nicht unbedingt erst um 10 Uhr sozusagen ohne Taschenlampe aus dem Haus gehen müssen. Diese Zeitumstellung haben wir uns schon daran gewöhnt. Die meisten haben Funkwecker, die stellen sich eh automatisch um. Also, so ein Stress ist es auch nicht. Lehnt bitte diesen Antrag ab. Vielen Dank und Pro bitte. GO-Antrag auf Meinungsbild. Wer könnte diesem Antrag, also der im Modul, das der Antragsteller aufrechterhalten hat, zustimmen? Ich teile der Antragsteller mit, das ist sehr grün. Möchtest du trotzdem den Probeantrag halten? Ja, ich empfehle dem Antragsteller zu folgen und das Modul anzunehmen. Okay. Es gibt einen weiteren GO-Antrag, bitte. Redezeitbegrenzung auf eine Minute. Es gibt einen Antrag auf Redezeitbegrenzung auf eine Minute. Gibt es eine Gegenrede dazu? Eine formelle Gegenrede, dann bitte jetzt abstimmen. Das ist angenommen. Die Redezeit ist auf eine Minute begrenzt. Jetzt bitte der vierte Kontrabeitrag. Bitte schön. Das Modul 2 mit der Sommerzeit wurde zurückgezogen. Deswegen spreche ich mich hier gegen den Antrag aus. Das Modul 2 wurde übernommen, ist also auch gleich in der Abstimmung drin. Und der vierte Probeantrag, bitte. Ich stehe in der Ja-Reihe, weil ich für die Festlegung der Zeit auf eine feste Zeitzone bin. Wobei man das meiner Meinung nach auch nach Bundesländern getrennt abstimmen soll. Denn man sollte bewusst sein, dass in Berlin die Sonne etwa eine halbe Stunde früher auf und unter geht als in Köln. Aber ich persönlich bin für die Festlegung der Zeit auf Sommerzeit. Denn ich hätte gerade im Winter, hätte ich eigentlich ganz gerne abends die eine Stunde zusätzliches Licht. Morgens, wenn ich arbeite oder auf dem Weg dorthin, benutzt sie mir nichts. Vielen Dank. Und der vorerst letzte Kontrabeitrag. Ja, ich möchte auch gegen die aufrechterhaltenden Module plädieren. Wir haben einfach keinen Tagesablauf mehr, der um 12 Uhr seinen Höhepunkt hat. Wir stehen nicht morgens um vier auf und gehen nicht mit Sonnenuntergang ins Bett, sondern es hat sich sehr weit nach hinten verschoben. Also wäre ich dann auch dafür, das Modul 2 zu machen, aber nicht eben den Originalantrag, wie er jetzt vom Antragsteller vorgestellt wurde. Vielen Dank. Und der vorerst letzte Probeitrag. Ich unterstütze den Antrag. Es hat bereits mehrere allerdings nicht organisierte Vorstöße gegeben, die Sommerzeit wieder abzuschaffen. Die sind grundsätzlich abgebügelt worden mit den Worten, nein, das ist so beschlossen und es hat keiner sonst Interesse daran. Stellen wir das mal auf eine offizielle Basis als Wahlprogramm, dann sehen wir ja, ob es Unterstützung hat oder nicht. Und deshalb bitte ich, den Antrag zu unterstützen. Persönlich bitte ich besonders, das Modul 3 zu unterstützen, die Normalzeit. Denn ganz ehrlich, das Hauptargument für Modul 2 sind die längeren Abende, bei denen es dann hell bleibt im Hochsommer. Aber das weitet sich dann, dass es hell bleibt, auf nach 23 Uhr in vielen Fällen aus, in unseren Breitengraden. Und gemütlich am Grillabend wird es erst, wenn es dunkel wird. Ja, vielen Dank. Grillen können wir heute Abend auch noch. Und wir kommen jetzt zum Abschlussstatement. Bitte schön. Ich will nur kurz zwei Sachen sagen. Hier kam oft das Argument, dass, dann ist es ja irgendwie eine Stunde länger hell oder so. Es ist tatsächlich so, dass die Uhrzeit am Tag immer gleich lang ist. Und ich denke nicht, dass uns vorgegeben werden sollte, wie wir das quasi einteilen durch die Uhr, sondern die Gesellschaft, es ist schon richtig, dass es ein soziales Problem ist. Und das sollten wir auch sozial lösen und nicht dadurch, dass wir die Uhr umstellen. Dann möchte ich abschließend noch der AG Zeitfeststellung danken, die diesen Antrag mitentwickelt hat, die diesen entwickelt hat, die den vorangetrieben hat. Es ist tatsächlich so, wir haben nicht sehr viel Energie darauf verwendet. Wir haben uns irgendwie fünf, sechs Mal im Mumble getroffen und das war es. Also wir haben nicht viel Energie darauf verwendet. Also dann danke mein Statement. Bitte stimmt für den Antrag aus, auch für Modul 2. Danke. Tschüss. So, das war jetzt die vorgezogene Abschlussstatement-Regelformal. Muss ich nochmal kurz fragen, ob ihr noch weiter debattieren wollt. Natürlich könnt ihr das tun. Bitte hebt jetzt die grünen Karten, wenn ihr noch zehn weitere Statements hören wollt und die lilane, wenn ihr es nicht wollt. Da ist es eine lilane Mehrheit dagegen. Vielen Dank. So, wir stimmen jetzt über den Antrag ab. Bitte hebt die grünen Karten, wenn ihr den Antrag gesamt annehmen wollt, was der Antragsteller euch explizit empfohlen hat, nicht zu tun. Bitte hebt jetzt die lilane Karten, wenn ihr den Antrag nicht gesamt abstimmen wollt. Das hieße, wir würden über die einzelnen Module abstimmen. So, das ist eine lilane Mehrheit. Das heißt, der Antrag ist in seiner Gesamtheit abgenommen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Module. Modul 1. Bitte jetzt die grünen Karten heben, wenn ihr für Modul 1 seid. Und die lilane, wenn ihr dagegen seid. Sorry. Die Zweidrittelmehrheit ist klar erreicht. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über Modul 2. Bitte hebt jetzt die grünen Karten, wenn ihr für Modul 2 seid. Die lilane, wenn ihr dagegen seid. Auch das braucht eine Zweidrittelmehrheit. Die ist auch sehr deutlich nicht erreicht. Vielen Dank. Das Modul ist damit abgelehnt. Jetzt kommen wir zur Abstimmung über das dritte Modul. Bitte hebt jetzt die grünen Karten, wenn ihr für das dritte Modul seid. Die lilane, wenn ihr gegen das dritte Modul seid. Das ist auch eine Zweidrittelmehrheit. Die ist auch klar erreicht. Vielen Dank. Und jetzt die Abstimmung über das vierte Modul. Bitte hebt jetzt die grünen Karten, respektiert die lilanen, je nachdem, ob ihr für oder gegen das Modul seid. Auch das braucht eine Zweidrittelmehrheit. Auch die ist klar erreicht. Vielen Dank. Damit sind drei der vier Module angenommen. Wir kommen jetzt zur Behandlung des Antrags WP 133 EU Sixpack. Ich bitte jetzt die Antragstelle auf die Bühne. So, bitte jetzt die Vorstellung des EU Sixpack durch die Antragsteller. Hallo, ja da sind wir wieder. Das letzte Mal haben wir das Grundsatzprogramm zu Europa angenommen. Das war sehr schön. Das versuchen wir heute genauso gut zu machen. Ich mache einen Schnelldurchlauf. Dieser Antrag ist modular. Wir haben erstmal eine Präambel. Darin merken wir an, dass es an demokratische Legitimation fehlt in der EU. Wir sagen, dass wir diese EU bürgernäher gestalten wollen. Unter anderem durch die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Kommunikationsraums. Wir sagen, dass in der Gestaltung dieser EU bitteschön alle Menschen angemessen beteiligt werden sollen. Wir sagen, dass wir das Internet als Kommunikationsraum dafür benutzen wollen. Und weil es eben dieses Internet für uns so wichtig ist, um diese Gleichheit herzustellen, damit alle Menschen beteiligt werden können, wollen wir die Freiheit des Internets überall, wo nötig verteidigen. Modul 2, Demokratie. Wir wollen eine Verfassung. Das haben wir im Grundsatzprogramm gesagt. Wir wollen also dafür eine Versammlung, die diese Verfassung erarbeitet. Diese Verfassung soll demokratisch entstehen, soll die Bürger beteiligen. Wir haben ja in Island gesehen, dass sowas klappt. Und ich weise darauf hin, dass wenn wir das im Programm aufnehmen, dann haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, was das angeht. Die europäische Gesetzgebung. Wir wollen den Bürgern die Möglichkeit geben, darüber zu entscheiden. Es gibt schon eine europäische Bürgerinitiative. Die, die mich vielleicht mal auf der Potsdamer Konferenz gehört haben, wissen, dass die momentan, sag ich mal, suboptimal gestaltet wird. Und wir sagen, ja, bitteschön, europäische Bürgerinitiative, aber dann auch mit dem Initiativrecht, Bürger sollen Gesetze vorschlagen können. Wir wollen das gleich für das Parlament. Der europäische Parlament kann momentan keine Gesetze vorschlagen. Wir wollen, dass es das ändert. Wir wollen die Gewichtsverlagerung, sag ich mal, was die, also momentan entscheidet die Kommission. Das wollen wir ein bisschen ändern. Dann kommt ein Teil zur Wirtschaft. Die Krisenpolitik, gerade der jetzigen Bundesregierung, empfinden wir als undemokratischer Rückschritt im Integrationsprozess. Was wir sagen stattdessen, dass wir einen Marschallplan für Europa wollen, einen richtigen Aufbau- und Investitionsprogramm. Weiterhin wollen wir einen unabhängigen, effektiven europäischen Aufsichtsmechanismus für die Finanzwelt. Wir wollen Trennbanken, also Trennung von Geschäftsbanken zu Investmentbanken, damit die Leute das Risiko für Ursachen denn auch tragen. Den europäischen Fiskalpakt lehnen wir als demokratisch nicht legitimiert ab. Europäische Energiepolitik, wir sind für dezentral, wir sind für Netzneutralität, auch in der Energiepolitik. Wir sind für die Abschaffung jeglicher Subventionen und Beihilfen für alles, was fossil ist, alles, was Atom ist. Wir sind für die Aufentlegung des Energiequellenmix, damit die Leute wissen, was sie überhaupt kaufen. Damit das mit dem dezentralen Netz funktioniert, brauchen wir ein Smart Grid. Wir wissen, dass es Datenschutzbedenken gibt, das haben wir berücksichtigt, das steht auch drin. Dann kommen wir zur digitalen Agenda. Freie und gleichberechtigte Zugang zum Internet ist eine Grundvoraussetzung für die Teilhabe. Das wollen wir in der Grundrechtecharta sehen. Ebenfalls wollen wir die Kommunikationsinfrastruktur so stark entwickeln, dass auch alle Teilhabe haben können. Netzneutralität, natürlich jetzt auch für Telekommunikation, ist wichtig und muss gesetzlich verankert werden. Künstliche nationale Barrieren für Kulturgüter, schlecht, wollen wir weg haben. Monopolrechte an die Materialgüter, nur bitte, wenn es auch im Interesse der Allgemeinheit ist. Schaffung von Gemeingüter, wollen wir gefördert sehen. Kommons, bitte, her damit. Verhinderung von Kommunikation aus Gründe von Urheberrecht, bitte weg damit. Fair-Use-Klauseln ist das Stichwort. Ein europaweit einheitliches Datenschutzrecht wollen wir haben. Und zwar, wir nehmen einfach das Beste, was es national jeweils gibt und machen ein europaweites daraus. Datensparsamkeit und informationelle Selbstbestimmung sind die Stichwörter bei der Maßnahme. Wir wollen, dass die Datenschutzbeauftragte auch Sanktionierungsmöglichkeiten haben. Wir wollen, dass sie unabhängig sind. Wir lehnen alle Handelsabkommen ab, die durch die Hintertür eben solche Vorhaben entgegen gehen. Wir lehnen alles ab, was die Bevölkerung unter Generalverdacht stellt. Europäische Innsicherheitspolitik, eine Festung aus Europa ist nicht hinnehmbar. Das lehnen wir ab. Eine von Solidarität geprägte europäische Flüchtlings- und Asylpolitik darf einzelne Mitgliedstaaten nicht mit dem finanziellen, logistischen und administrativen Aufwand allein lassen. Danke. Okay, den Rest müsst ihr leider selber lesen. Tut mir leid. Ja, das können wir euch nicht abnehmen. So, das war es mit der Antragsvorstellung. Bitte oben bleiben. Wir kommen jetzt erstmal zu Fragen zum Antrag. Vielleicht können da noch Punkte geklärt werden, die jetzt nicht in der Vorstellung drin waren. Bitte hebt jetzt eure Hände, wenn ihr Fragen habt, weil ich habe schon das Gefühl, dass da wieder einige Pro-Contra-Beiträge in der Schlange sind. So, wunderbar. Das heißt, der junge Herr in Blau steht ganz am Anfang und stellt die erste Frage am Pro-Mikrofon. Ja, moin. In Muldrul 3 steht was von Rückabwicklung. Habt ihr euch um die Umsetzung schon Gedanken gemacht? Weil ich habe die Befürchtung, dass wir uns mit der Forderung zur Nase machen. Ja, da haben wir uns tatsächlich Gedanken zu gemacht. Es ist so, das geht hier um ein Wahlprogramm. Und wir möchten damit eine Wahl gewinnen und keinen Wirtschaftsrebellpreis. Und es geht darum, deutlich zu machen, dass wir die bisherige Rettungspolitik kritisieren, die einseitig zugunsten von Banken, von Gläubigern gelaufen ist und zulasten der Steuerzahler und der Allgemeinheit. Und ich glaube, da sind wir uns hier auch alle einig. Die Diskussion um den ESM eben hat das ja auch schön gezeigt. Und jetzt geht es einfach darum, diesen Gedanken dann auch konsequent nach vorne zu bringen, durchzudenken und zu sagen, okay, wenn wir diese Rettungspolitik kritisieren, dann wäre es doch schön, wenn wir dann auch die Gläubiger kennen, das gegebenenfalls rückabzuwickeln. Da steht das Wort gegebenenfalls. Das macht mir, es ist vollkommen klar, dass das nicht hundertprozentig klappt, aber man sollte diesen Versuch durchaus unternehmen. Und damit machen wir uns nicht zur Nase, sondern machen deutlich, dass wir hier konsequente Politik verfolgen. Ja, jetzt muss ich Schluss machen. So, vielen Dank. Weitere Fragen bitte am Pro-Mikrofon. Könntet ihr kurz auf Modul 3 runterscrollen, bitte? Und zwar den dritten Absatz ist das, in Modul 3. Die massenweise Finanzierung von Staatsschulden zweifelhaften Wertes, Europäische Zentralbank lehnen wir ab, ESM-Frage. Konkurriert das nicht zu dem, was wir eben beschlossen haben, zu dem ESM-Antrag? Danke. Nein. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wir haben da sehr, sehr viele, sehr, sehr konkrete Punkte drin zum Urheberrecht, zur Energiepolitik und so weiter. Ich habe nicht den Überblick über das, was wir im Moment im Programm stehen haben und was wir beschlossen haben. Habt ihr alle einzelnen Sachen geprüft, ob die sich nicht mit irgendwas, was wir schon im Programm stehen haben, auch von den heutigen Beschlüssen, überschneidet oder sogar widerspricht? Wir haben das mit Cornelia Otto eben noch, oder gestern war es auch diskutiert. Sie sah da auch kein Problem, sondern wir fanden, dass sich diese beiden Anträge sehr gut ergänzen, weil wir es hier tatsächlich etwas auf europäischer Ebene global abstrakt formuliert haben und der ESM-Antrag, den wir eben Gott sei Dank angenommen haben, das dann nochmal en detail ausformuliert. Von daher wunderbare Ergänzung, kein Widerspruch. Vielen Dank. Nächste Frage. Ja, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, ob es die Antragsteller für sinnvoll halten, Sachen, die wir in Bochum und auch hier beschlossen haben, nochmal reinzuschreiben. Und zweitens, ob die Antragsteller planen, diesen Antrag zurückzuziehen und ihn als hervorragende Grundlage für das Wahlprogramm zur Europawahl erneut zu stellen. Denn dort ist er meiner Meinung nach besser aufgehoben. Zu deiner zweiten Anmerkung. Die wird hier voll geteilt auf dem Podium. Das ist auch durchaus so angedacht, dass der weiter ausgebaut wird. Und ich sage nein. Ich glaube, dass der sehr gut hier in das Bundestagswahlprogramm passt. Weil eins muss uns klar sein. Das Thema Europa wird diese Bundestagswahl bestimmen. Darum werden wir nicht herumkommen. Und deswegen gehört diese Aussage von uns in das Programm rein. Ich möchte das nochmal an der Stelle ganz kurz. Wir haben nämlich noch 30 Sekunden eigentlich auch nochmal ergänzen. Wir haben gestern diesen Abgrenzungsbeschluss zur AfD gemacht. Das ist ja auch gut und absolut richtig. Aber ich fände es toll, wenn wir uns auch mal thematisch und inhaltlich zu solchen Parteien abgrenzen. Und das können wir damit tun. So, gibt es noch weitere Fragen? Eine, bitte. Ja, eine Frage auch zum Modul 3. Ihr schreibt dort, dass Banken Fremdkapital in Eigenkapital umwandeln dürfen. Ich sehe das als eine Art Enteignung der Gläubigen an. Seht ihr das ähnlich? Also grundsätzlich gilt Eigentum verpflichtet. Und diejenigen, die die Risiken eingegangen sind, die sie verursacht haben, die diese Krise zu verantworten haben, müssen auch in erster Linie zur Verantwortung gezogen werden und nicht die Steuerzahler. Noch eine Frage. Ich wiederhole meine erste Frage, die ist mir noch nicht beantwortet. Halten es die Antragsteller für sinnvoll, Dinge, die wir in Bochum beschlossen haben, ich gebe eine kleine Erinnerungshilfe, Datenschutz, oder hier beschlossen haben, eine kleine Erinnerungshilfe, Netzneutralität, an einer anderen Stelle mehr oder weniger genauso nochmal reinzuschreiben. Halten das die Antragsteller für sinnvoll? Ich weise dich darauf hin, dass Datenschutz, Urheberrecht, zum Teil auch Netzpolitik sehr stark harmonisierte Themen sind, die im Wesentlichen auch auf europäischer Ebene sich abspielen. Und der Punkt, dass wir dort ansetzen wollen, auf der europäischen Ebene und nicht nur auf der nationalen Ebene, an diesen Thematiken rumdoktern wollen, ist für mich eine wesentliche Aussage und auch eine Abgrenzung von anderen Parteien. Gibt es noch Verständnisfragen? Das war jetzt schon ein halber Redebeitrag. Das sehe ich nicht. Gut, dann, einen Moment. Okay, dann kommen wir jetzt zur Aussprache über den Antrag. Wir nehmen den ersten Kontrabeitrag. Bitte schön, du hast das Mikrofon für maximal drei Minuten. Vorweg möchte ich schicken... Sorry, es gilt immer noch die Redezeitbegrenzung von einer Minute. Wir haben die nicht wieder rausgenommen. Vorweg möchte ich schicken, dass ich hier selber an dem Antrag mitgewirkt habe. Ich bin mit dem Knopf nebeneinander gekommen. Bitte jetzt, hast du das Mikrofon. Okay. Ich habe an dem Antrag mitgewirkt, der hier vor euch liegt. Und ich hätte dem auch voll zugestimmt, wenn der ESM-Bereich nicht durchgegangen wäre. Aber hier heißt es in Modul 3, die massenweise Finanzierung von Staatsschulden, zweifelhaften Wertes über EZB und ESM, lehnen wir Piraten strikt ab. Eben haben wir gerade den ESM befürwortet. Ich fasse das mal zusammen. Da gibt es ein schönes Musikstück von Arno Tobak, das hieß 21st Century Skizoid Man. Ja, wir sind ein bisschen schizoid, wenn auf der einen Seite das eine machen, auf der anderen Seite das andere machen. Und deshalb würde ich sagen, diesen Antrag modular abstimmen und Modul 3, gerade wegen dieser Sache, ablehnen. Das ist die Nummer 1 zum ESM generell. Möchte ich noch sagen, diese Annahme des ESM-Antrages erinnert mich so ein bisschen an ein Lied von Franz Josef Degenhardt über den alten guten Sozialdemokraten, der permanent spricht und spricht und spricht, nur ändern. Das will er nicht. Das war die Minute. Sorry, wir haben dir aber noch 5 Sekunden extra gegeben. Die waren aber auch schon mit drin. Dann kommen wir jetzt zum ersten Pro-Beitrag. Bitte schön. Ja, es ist nun mal immer noch so, dass auf europäischer Ebene ganz viele wichtige gesetzliche Entscheidungen von den Regierungen getroffen werden. Deshalb müssen diese europäischen inhaltlichen Punkte in unser Bundestagswahlprogramm und in das Europawahlprogramm. Digitale Agenda ist, denke ich, ein No-Brainer. Breitbandausbau, Netzneutralität brauchen wir alles. Frontex abschaffen, verträgt sich super mit unserem asylpolitischen Antrag. Aber was auch ganz, ganz wichtig ist, ist die Präambel. Denn dort setzen wir uns positiv mit der EU auseinander. Wir sagen, dass wir für mehr supranationale Entscheidungen sind. Also Entscheidungen nicht von den Regierungen, sondern von den europäischen Bürgerinnen und Bürgern. Und ja, wenn ihr mit einem Modul, zum Beispiel dem Modul 3, nicht zufrieden seid, dann stimmt halt in der modularen Abstimmung für die anderen. Aber es kann nicht sein, dass wir ein europäisches Programm haben, in dem nichts anderes steht, als unsere Position zum ESM. Wir müssen uns für Europa positionieren. Auf die Sekunde und der zweite Kontrabeitrag. Ich möchte euch bitten, Modul 3 abzulehnen. Da steht drin, dass gegebenenfalls alle Rettungsmaßnahmen rückabgewickelt werden für die Banken sowie für die öffentlichen Haushalte. Zwar steht da gegebenenfalls, aber damit machen wir uns zum Affen, weil das ist unmöglich. Alles andere finde ich ausdrücklich super, aber dieser Teil ist zumindest in meinem Verständnis, möchte den Eindruck erwecken, dass wir genau wissen, wie wir die Bankenkrise in Europa lösen können. Das wissen wir meiner Meinung nach nicht und das wissen auch alle anderen Parteien nicht. Vielen Dank und der nächste Pro-Beitrag. Ich würde euch bitten, diesen Antrag in seiner vollen Gänze anzunehmen, zu den Einwänden, was den ESM anbetrifft. Wir müssen uns da klar positionieren. Wir müssen uns auch dafür positionieren, dass wir dieses Problem angehen wollen. Wir müssen eine Alternative zur AfD und zu anderen europakritischen und europaskeptischen Parteien schaffen. Wir werden mit diesem Wahlpunkt der AG Europa und Nico Kern punkten im Wahlkampf und ich bitte euch dafür, diesen Antrag komplett anzunehmen. Danke. Und Kontra, bitte. Der Antrag hat zwar viele interessante Ideen, die auch unterstützenswert sind, aber ich habe ein großes Problem mit Modul 4. Und das klingt zwar nach Beispiel Konsensmeinung, aber dort wird beispielsweise von atomarer Energieerzeugung gesprochen, von nuklearer Energieerzeugung, zwei komplett verschiedene Sachen. Und so wie das hier formuliert ist, lehnen wir beispielsweise auch europäische Forschungsverhaben wie ITER ab, sowas zu finanzieren oder Methoden, unseren Atommüll zu beseitigen. Wir brauchen Subventionen in der Forschung, auch wenn das bedeutet, dass die von der Physik her atomar sind. Vielen Dank und Pro. Ich möchte euch bitten, diesen Antrag anzunehmen und zwar, weil er erst mal auf unserem bereits beschlossenen Grundsatzprogramm zur Europa wunderbar aufbaut und zweitens unsere Kernthemen auf die europäische Ebene trägt, die teilweise sowieso schon auf der politischen Ebene Europa behandelt werden zurzeit. Das heißt, das ist auch der Ort, wo man dafür ansetzen muss in vielen Fällen. Danke. Vielen Dank und Kontra. Ich halte bei Modul 3 für bedenklich, dass Banken bei einer zu niedrigen Eigenkapitalquote ihr Fremdkapital in Eigenkapital umwandeln können. Es kam dazu auch gerade schon eine Rückfrage, die wurde meiner Meinung nach nicht ausreichend beantwortet. Vielen Dank und der vierte Probebeitrag. Glaus Sommerfeld, Landesbank Thüringen. Ich möchte euch wirklich bitten, diesen Antrag umfassend anzunehmen. Es wurde hier schon angesprochen, wir haben die Europawahl vor uns. Wir brauchen aber für die Europawahl eine Kandidatenaufstellung. Das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und wir sollten uns dort nicht wieder, wie es hier ist, vor der Wahl in die Bedrängnis bringen lassen, dass wir dann dort auch noch Programm machen müssen für die Europawahl, sondern dann haben wir schon Programm. Da können wir die Kandidaten aussuchen und übergangslos von dieser Bundestagswahl in die Europawahl rübergehen. Und haben bereits Programm und können dort im Wahlkampf jetzt damit Wahlkampf machen und im Europawahlkampf ebenfalls. Vielen Dank. Einen Kontrabeitrag gibt es nicht, also gibt es noch einen fünften und vorerst letzten Probeitrag. Ich möchte dazu aufrufen, das Paket anzunehmen. Es handelt sich insgesamt um ein prinzipiell proeuropäisches Paket, das aber auch mit Kritik an der real existierenden EU und ihren undemokratischen Strukturen nicht spart und zu einer grundsätzlichen Neustrukturierung und demokratischen Neugründung der EU aufruft. Bitte annehmen, wenn man Probleme mit dem Modul 3 hat, kann ich das verstehen. Der Punkt war sehr umstritten und es ist ein Kompromissmix reingekommen, der sicher besser hinzukriegen ist. Aber dann bitte nur Modul 3 ablehnen und alles andere annehmen, bitte. Vielen Dank. Das war der vorerst letzte Redebeitrag. Ich frage euch jetzt, ob ihr die Debatte fortführen wollt. Bitte hebt die grünen Stimmkarten, wenn ihr bis zu zehn weitere Redebeiträge hören wollt und die lilanen, wenn ihr das nicht wollt. Das ist eine eindeutige lilane Mehrheit. Die Debatte wird nicht fortgeführt. Danke an die weiteren Redebeitragsteller. Und jetzt kommen wir zu einem Abschlussstatement zu diesem Antrag. Okay. Ja, liebe Piraten, ich bitte euch, nicht überraschend allen Modulteilen zuzustimmen. Ich möchte mal kurz darauf eingehen, was zu Modul 3 angemerkt wurde mit der Umwandlung von fremden Eigenkapital, dass das irgendwie zweifelhaft ist oder das kam gerade so rüber, als würde es interpretiert, dass das ein Entgegenkommen an die Banken sei. Das ist genau andersrum. Das ist sozusagen eine Verpflichtung, die wir den Gläubigern dieser Finanzinstitute auferlegen. Und das ist auch nicht so, dass das jetzt eine ganz neue Erfindung sei, sondern das wurde bei vielen Rettungsmaßnahmen genauso gemacht. Zum Beispiel in Island wurde eine ganz andere Rettungspolitik gefahren. Und ich glaube, dass wir mit so einem Kurs viel besser klarkämen oder jedenfalls die Verantwortung gerecht verteilt würde. Und hier bitte jetzt nicht verunsichern lassen von so einzelnen Stimmen. Das ist, es ist machbar und ich bitte euch, guckt mal auf das Plakat darüber. Wir stellen das mal in Frage, das plakatieren wir. Aber wenn wir uns hier als kritische Partei positionieren wollen, dann bitte schreibt das nicht nur auf Plakate, sondern auch ins Wahlprogramm. Dankeschön. So, vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag WP 133 EU Sixpack. Wir stimmen jetzt erstmal darüber ab, ob wir den Antrag in seiner Gänze annehmen wollen. Wenn wir das nicht tun, können wir die sieben Module einzeln abstimmen. Bitte hebt jetzt die grünen Stimmkarten, wenn ihr diesen Antrag ganz annehmen wollt. Die lila nehmt, wenn ihr das nicht wollt. Eine Zweidrittelmehrheit ist notwendig. Bitte lasst die Karten oben, wir wollen uns sicher sein. Okay, wir sind uns einig, die Zweidrittelmehrheit ist erreicht. Das heißt, der Antrag ist in Gänze angenommen worden. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke euch. So, dann mache ich noch ein paar Durchsagen und dann übergebe ich auch die Versammlungsleitung an Tina. Die erste Durchsage, der Haupteingang wird auf das Ende dieser Halle verlegt. Der alte Eingang ist geschlossen. Das heißt, wenn ihr raus wollt, müsst ihr am Ende dieser Halle die Halle verlassen. Zweite Durchsage, Sebastian Nerz lässt mitteilen, dass alle Bundestagswahlkandidaten sich kurz vor, kurzum, also gegen 15 Uhr im Pressebereich treffen. Ich glaube, die Durchsage habe ich jetzt irgendwie zum sechsten Mal gemacht. Also um 15 Uhr alle Bundestagswahlkandidaten zum Pressebereich. Und dann möge der Entropy bitte zum Front Office kommen. Der Entropy bitte zum Front Office. Dann noch eine ganz kurze Durchsage und zwar fährt jemand innerhalb der nächsten Minuten nach Nürnberg und könnte jemanden mitnehmen. Der für die Partei einen Mietwagen abholen muss. Bitte am Infodesk melden, wenn jemand innerhalb der nächsten Minuten nach Nürnberg fährt. So, und dann übergebe ich mal die Versammlungsleitung an Tina, die dann an Maha übergibt. Ja, dann übergebe ich an Maha. So, ich kann ein Ergebnis verkünden, was hier schon länger ist, aber unverändert natürlich geblieben ist. WP 074, Asyl. Und zwar gab es 790 Stimmzettel, davon 765 gültige. Und das Ergebnis ist, dass alle Module, die Zweidrittelmehrheit erreicht haben... 1 bis 6 sehr deutlich und das siebte, vielmehr der siebte Punkt, also das sechste Modul mit 69,5 Prozent. Aber eben auch über der Zweidrittelmehrheit. Jochen. So, der Abstimmungsmarathon geht in die nächste Runde. Und zwar stimmen wir jetzt ab, über welchen der beiden bestbewerteten Satzungsänderungsanträge aus dem Modul 3a ihr endgültig abstimmen wollt. Es handelt sich dabei um den Satzungsänderungsantrag Nr. 27, SMV jetzt, GO später. Und den Satzungsänderungsantrag Nr. 035, SMV light. Die 027... Er hält auf dem Stimmzettel Nr. 14, der ist gelb. Die Nr. 1... Der Nr. 035... Die Nr. 2... Nachdem es eine Stichwahl ist, könnt ihr euch nur für einen entscheiden. Zu den Fragen kommen wir gleich. Also entweder 1 oder 2 ankreuzen. Ihr könnt auch einen leeren Stimmzettel abgeben, das ist dann eine Enthaltung. Aber endgültig abgestimmt wird dann über den Antrag, der die meisten Stimmen erhalten hat. So, ich sehe dich mit deinen beiden Armen wedeln. Bitte. Das ist eine Frage und kein GO-Antrag, ja? Verfahrensfrage. Super. Schieß los. Und zwar folgendes. Modul 2 ist eigentlich der weitreichende Antrag. Hardcore-SMV müsste der nicht vorher schon abgestimmt werden? Nein. Haben wir weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Also Nr. 14, entweder 1 oder 2. Kein Approval. Ganz deutlich. Wenn ihr beide Felder ankreuzt, ist die Stimme ungültig. Gut. Und auch noch zur Erinnerung, es ist keine Endabstimmung. Es braucht keine Zweidrittelmehrheit. Hier wird jetzt nur entschieden, welcher Antrag in die Endabstimmung kommt. Mike. Tina. An ist es. Okay, danke. Also ich habe eine Verfahrensfrage, ich habe sie eben vorne schon mal gestellt. Der SRA 040 wurde zurückgezogen, habe ich gehört. Heute Morgen, das habt ihr verkündet, um 13 Uhr irgendwas. Laut Protokoll wurde das vorher nicht gesagt. Es gab also keine Gelegenheit, den zu übernehmen. Deswegen möchte ich wissen, ob der noch zur Abstimmung steht. Bitte lies im Protokoll nach. Meine Leute haben im Protokoll nachgelesen und haben mir anderes mitgeteilt. Gut. Nächste Frage zu diesem Wahlgang. Nein. Es gibt keine Fragen mehr. Gut. Mir wurde vorhin vorgeschlagen, dass ich als einen Algorithmus, Load Balancing zu betreiben, Schlangen verbieten sollte. Dann schwirrt ihr nämlich frei rum und sucht euch irgendwann eine freie Urne. Das könnte das Ganze ein bisschen beschleunigen. So. Wahlhelfer. Bitte Urnen öffnen, hochheben und zeigen, dass diese leer sind. Wunderbar. Ihr könnt die Urnen runtersetzen, schließen. Die Ausgangsposition für diese Übung wieder einnehmen. Und dann eröffne ich jetzt die Abstimmung. Ihr dürft abgeben. Es ist anscheinend immer noch nicht angekommen. Es handelt sich hierbei um eine Stichwahl darüber, welcher der beiden Anträge in die Endabstimmung kommt. So. Bedeutet das, dass er gewählt wird und bedeutet das, dass er fertig ist? Ihr seid fertig. Wanderung wieder da. Ich sehe da hinten einen Winker. Ich sehe noch einen Winker. Ich sehe jemanden rennen. Ach, Kinder. Wählt ihr noch da hinten? Ja, ihr wählt noch. So, jetzt wird mir signalisiert, dass die Wahlhandlungen abgeschlossen sind. Und damit schließe ich diese Abstimmung und bitte meine Helfer auszuzählen. Gut, wir wollen unbedingt gerne eine Abstimmung, die wir vorhin gemacht haben, nochmal machen, wegen so Zeug. Ihr werdet gleich merken, worum es geht. Deswegen wäre es total bezaubernd, eure Aufmerksamkeit zu haben. Wir reden vom WP 076. Antrag auf EU-weite Abschaffung der Zeitumstellung. Es ist folgendes. Der hat erstmal einen Einleitungstext, der vorhin gar nicht mit abgestimmt worden ist. Und der hat drei konkurrierende Module, von denen zwei angenommen worden sind. Mit anderen Worten, wir werden jetzt den Einleitungstext abstimmen und dann werden wir die drei konkurrierenden gegeneinander abstimmen, bis wir einen davon haben. Gut, Moment. So, noch eine ganz kurze Ansage an alle Wahlhelfer. Bitte achtet auch auf die Nummern, die da drauf gedruckt sind, weil teilweise andere Nummern gleiche Farben haben. Wenn ihr eine falsche Nummer findet, ist es eine ungültige Stimmabgabe. Danke. So, ich bin wieder dran. Dem Antragsteller tut das leid, der war die ganze Zeit irgendwie im Backoffice und hat das vorhin nicht so mitbekommen. So, also, ich möchte mit euch zuerst dieses Modul 0 abstimmen. Die Piraten wollen die Zeitumstellung in der Europäischen Union abstaffen. Wer ist dafür bzw. dagegen, dieses Modul anzunehmen? Gut, dieses Modul ist angenommen. Jetzt ist das mit dem Konkurrierend. Ich stelle euch eure Möglichkeiten nochmal vor. Und Schritt 1, wir haben drei Module, ist Konkurrierend, also Approval. Ihr könnt für die, für die ihr dann abstimmen wollt, eure Stimme abgeben und zwei kommen dann in die Stichwahl. So, das Modul 1 ist, die nach der Abschaffung gültige Zeit soll durch ein Referendum ermittelt werden. Die weitere Ausgestaltung des Referendums ist noch zu bestimmen. Modul 2, die nach der Abschaffung gültige Zeit soll die Sommerzeit sein. Modul 3, die nach der Abschaffung gültige Zeit soll die Normalzeit sein. Gut, Modul 4 wurde angenommen und konkurriert auch nicht. Geht also so in Ordnung. Gibt es gerade Missverständlichkeiten oder kann ich die drei Module, die ich gerade genannt habe, gegeneinander abstimmen? Okay, Approval wäre es für Modul 1, Referendum soll noch ermittelt werden. Ja, wir machen eine Approval nur, ja stimmt, Lila kann runter. Gut, Modul 2, Abschaffung und gültige Zeit soll Sommerzeit sein, bitte jetzt. Und Modul 3, Abschaffung und soll noch Mahlzeit sein? Gut, wir werden 2 und 3 nochmal gegeneinander abstimmen. Modul 2 hat jetzt die Farbe grün, Modul 3 hat die Farbe lila. Eure Stimmabgabe bitte? Gut, wir werden also über Modul 3 abstimmen. Wer ist dafür, dass der Antrag, also das Modul 3, die nach der Abschaffung gültige Zeit soll die Normalzeit sein, angenommen wird? Oder abgelehnt, aber der ist angenommen. Danke. Gut, Dennis Plagge möchte bitte zum SKP kommen, Frontoffice. Und einen Gewinner habe ich auch noch, die 1,30648. So, mit einer kleinen Verzögerung können wir jetzt in den Themenbereich Gesundheitspolitik einsteigen mit dem WP 166, Sammelantrag Gesundheit. Ich hätte gerne einen Antrag, oder ja, Antragsteller hier oben. Hier stehen De Back, Birgit Piepgras, Daniel Mönch, Thomas Küplers und Bernd. Okay, es gibt ein bisschen Missverständlichkeiten zu dem Antrag. Wenn irgendein Antragsteller, ah ja, du möchtest mit mir reden, das freut mich sehr. Ich bin zwar nicht der Antragsteller formal, aber letzten Endes inhaltlich, weil die Texte übernommen worden sind aus dem, was die AG Gesundheit erarbeitet hat. Die sind aber alle schon im gemeinsamen Wahlprogramm drin. Das habe ich mittlerweile auch gehört, aber genau, ich hätte es eigentlich ganz gerne von einem Antragsteller bestätigt. Dafür bin ich jetzt hier. Der war auch schon mit dem 138 mit drin, wurde positiv abgestimmt und ist deswegen jetzt zurückgezogen. Vielen Dank. So, trotzdem die Frage, möchte den Antrag jemand übernehmen? So, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum nächsten. Okay, das ist der WP 078 Gesundheitspolitik. Der ist laut unserer Information auch zurückgezogen. Bitte Widerspruch, wenn dem nicht so sei. Gut, möchte den Antrag jemand übernehmen? Gut, dann machen wir hier auch weiter. Jetzt sind wir beim WP 042, Drogen- und suchtpolitisches Wahlprogramm der Piratenpartei. Antragsteller, Monopol, Heidehagen und andere. Könnte ein Antragsteller bitte auf die Bühne kommen und den Antrag vorstellen? Ihr habt jetzt die tolle Möglichkeit, euch zu beruhigen, bis der Antragsteller anfangen möchte zu reden. Sonst hört ihr den nämlich nicht. Antrag wird zurückgezogen, weil bereits vollständig im Programm enthalten. Möchte den Antrag, möchte den jemand übernehmen? Gut. Dem ist nicht so. 30 Sekunden reden. So, da wir von der SMV den Block 4 angenommen haben, ergibt sich dadurch automatisch, dass wir einen anderen Antrag an der Stelle jetzt behandeln, beziehungsweise dazwischen schieben müssen. Das ist der X011. Wir wünschen uns den auf Papier hier und der Antragsteller möge den vorstellen. Hallo, vielen, vielen Dank. Ihr habt den Satzungsänderungsantrag 3 angenommen, Basisentscheid und Basisbefragung. Ihr habt hier einen historischen Moment erlebt. Ihr habt das erste Mal ein direktdemokratisches Instrument eingeführt, was perfekt zu unserem Wahlprogramm passt. Damit können wir vorleben, dass wir für direkte Demokratie stehen. Wir können für moderne, direkte Demokratie und das selber umsetzen können. Wir machen es vor, was wir fordern. Und das ist Glaubwürdigkeit. Nun, zu diesem Satzungsänderungsantrag gibt es noch eine Ergänzung. Wir brauchen eine Geschäftsordnung dafür, also eine, die nennt sich hier Entscheidsordnung. Und das ist dieser Antrag. Da haben wir all die Anforderungen, die in der Satzungsänderung drinstehen, also die Rechte der Mitglieder sichern und die demokratischen Grundsätze festlegen. Die haben wir hier ausformuliert im Detail. Ich möchte jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil wir noch sehr viel Wahlprogramm haben. Und das ist, denke ich, vorrangig. Deswegen würde ich fragen, vielleicht als Meinungsbild, wer würde dem Antrag bereits jetzt zustimmen? Denn mit dieser Entscheidsordnung könnten wir bereits anfangen, das auszuarbeiten und ausprobieren. Und dann beim nächsten Parteitag mögliche Kleinigkeiten noch korrigieren. Also bitte ein Meinungsbild in die Versammlungsleitungen. Ja, ja, nein, Frage. Wer könnte sich zum jetzigen Zeitpunkt schon vorstellen, diesen Antrag anzunehmen? Genau. Ihr habt es gehört. Wenn ihr euch vorstellen könntet, den anzunehmen, grün, wenn nicht, lila. Das Meinungsbild sieht überwiegend positiv aus. Und ich weise auch noch darauf hin, den Antragsteller von Antrag Nummer 26, die SDMV. Diese Urnenabstimmung, die dort vorgeschlagen wird, ist bereits in diesem Antrag enthalten. Man kann das damit durchführen. Wir könnten uns einen geheimen Wahlgang sparen, wenn der Antragsteller den Antrag zurückzieht. Aber das ist seine freie Entscheidung. Deswegen, ich gebe jetzt in die Diskussion weiter. Na, als allererstes die Verständnisfragen. Du hast eine? Nein, dann. Ja, Verständnisfrage sind, ist irgendeine Art und Weise von Delegation in dieser Entscheidsordnung enthalten? Nein. Schon in der Satzung ist es ausgeschlossen. Man muss selber abstimmen. Man darf selber abstimmen. Und das ist eben direkt demokratisch. Welche Arten von Abstimmungen gibt es und unter welchen Bedingungen werden welche Abstimmungen durchgeführt? Also online und offline meine ich. Das konnte ich leider nicht rauslesen. Ja, also es gibt zum einen die geheime Urnenabstimmung. Das ist die sichere Variante. Und es gibt noch die Möglichkeit auch zur elektronischen Abstimmung. Aber nur, wenn niemand einen Antrag auf geheime Abstimmung stellt. Und auch nicht für Personenwahlen. Das heißt, wir können jederzeit auf geheime Abstimmung per Urne zurückgreifen. Aber wenn es einen Antrag gibt, der so hohe Zustimmung erreicht und wo niemand befürchtet, dass irgendetwas manipuliert werden wird, könnte man das auch elektronisch abstimmen. Das wären so die zwei Varianten. Mikro ist offen, du kannst. Verstehe ich, ist es jetzt richtig, dass wenn wir diese Variante jetzt annehmen würden, dass diese gesamte Variante von dieser SMV dann tatsächlich auch ab jetzt gültig wäre? Ja, wir könnten es umsetzen. Wir könnten es zum Beispiel auch nutzen, um alle Mitglieder, also nicht nur die, die hier sind, zu befragen, wie sie sich die Weiterentwicklung vorstellen. Und möglicherweise auch, was sie an diesen SMV-Anträgen, die hier auch noch zur Abstimmung stehen, kritisieren. So, dass wir beim nächsten Mal einen besseren Konsens finden können. Okay, also könnten wir auch praktisch bis zur Bundestagswahl noch eine bessere Online-Variante wuppen, sozusagen. Richtig, wir könnten auch kleine Fehler korrigieren. Wir könnten es verbessern und wichtige Entscheidungen treffen, wenn es notwendig ist, ohne einen so teuren Parteitag einzuberufen. Danke. In § 1 steht, dass Mitglieder rechtzeitig informiert werden. Wie lange ist rechtzeitig? Einen Moment. Das steht in, also die Fristen stehen in einem anderen Paragrafen, und zwar § 4, Ablauf und Fristen. Wann die Anträge veröffentlicht werden, also spätestens vier Wochen vor dem Stichtag, wo sie abgestimmt werden, müssen die Mitglieder informiert worden sein und können dann auch mit der Debatte beginnen und können auch konkurrierende Anträge einreichen. Also habe ich das richtig verstanden? Die Default-Abstimmung ist elektronisch und sobald eine Person meint, sie will geheim abstimmen, haben wir eine Urnenabstimmung. Nein, es gibt auch wie hier ein Quorum, in diesem Fall von fünf Prozent der angemeldeten Teilnehmer, also Akkreditierten quasi. Wenn die das beantragen, dann muss diese Abstimmung geheim durchgeführt werden. Beziehungsweise, wenn sich die Partei das nicht leisten kann, dann muss es natürlich am Bundesparteitag abgestimmt werden. Ja, habe ich die Entscheidsordnung richtig verstanden, dass es sich bei der elektronischen Abstimmung um eine pseudonyme Abstimmung handelt und das Ganze damit unter die Wahlcomputerproblematik fällt? Das hast du teilweise richtig verstanden. Die Wahlcomputerproblematik ist, dass per Computer geheim abgestimmt werden soll. Das ist hier ganz klar ausgeschlossen, schon in der Satzung. Das können wir nicht mit dieser Entscheidsordnung überschreiben. Es wird pseudonym abgestimmt, das heißt, jeder kann seine Stimme weiterhin zuordnen im Ergebnis und kann überprüfen, dass die richtig erfasst wurde. Und er bekommt auch einen Nachweis, dass er auch tatsächlich so abgestimmt hat. Denn es reicht nicht nur, dass man selber überprüfen kann, sondern dass man im Falle dessen, dass es falsch erfasst wurde, auch nachweisen kann, dass es falsch erfasst wurde. Das wurde bei vielen Lösungen nicht berücksichtigt und das haben wir hier auch konkret reingeschrieben. Das heißt, wenn wir das umsetzen wollen, dann muss auch das gewährleistet sein. Also die Teilnehmer können nicht nachprüfen, ob die anderen Abstimmungen alle richtig erfasst wurden. Nur meine eigene kann ich überprüfen. Ja, ich kann nicht, also es ist eben kein Klarnamensverfahren, beziehungsweise ich kann nicht aufdecken, wie die anderen abgestimmt haben. Ich kann sie natürlich befragen, wenn sie es freiwillig machen. Und das Schiedsgericht kann allerdings das dann überprüfen, wenn es Probleme gibt. Hat man allerdings, befürchtet man, dass hier irgendetwas manipuliert wird, kann man natürlich eine geheime Abstimmung beantragen per Urnenwahl. Und da ist es dann viel sicherer. Wie sind denn die Antragsrechte nochmal genau gestaltet? Also wer kann was beantragen und wie ist dann der Ablauf? Also wie habe ich zum Beispiel dann die Möglichkeit, wenn es dann einen Antrag auf Urnenabstimmung auf, weiß ich nicht, irgendwas gibt, was mich extrem stört? Wie kann man denn dann noch zum Beispiel einen konkurrierenden Antrag oder so einreichen? Vielleicht kannst du dann nochmal was erläutern. Ja, also man kann, wenn die Anträge, also erstmal werden Anträge so ähnlich wie hier eingereicht. Man braucht zumindest fünf Unterstützer, um einen Antrag erstmal offiziell einreichen zu können. Und dann kann man weiter Unterstützer suchen, bis man ein Quorum von zehn Prozent erreicht von den Angemeldeten. Zehn Prozent von was? Zehn Prozent der Angemeldeten, die überhaupt an so etwas teilnehmen wollen. Also die an einem Basisentscheid teilnehmen wollen. Quasi ist es wie ein, auch wie ein Parteitag, wo sich die Leute akkreditieren und das Quorum gilt dann relativ dazu. Und das, man kann also lange Zeit, drei Monate lang Unterstützer sammeln. Und wenn man innerhalb dieser Zeit oder innerhalb der letzten drei Monate genügend Unterstützer gefunden hat, dann kommt dieser Antrag zur Abstimmung. Es kann auch, der Bundesparteitag kann auch beschließen, dass ein Antrag abgestimmt werden soll. Also zum Beispiel, wenn wir hier einen Antrag nicht mehr behandeln konnten, dann können wir das da nachholen. Und wenn er dann zur Abstimmung steht, also zusammen mit anderen Anträgen, weil es immer sinnvoll ist, dass man mehrere Anträge abstimmt, dann kann man auch am Ende des Ergebnisses gleichzeitig verkünden. Das kann auch gleichzeitig in die Presse. Dann ist es so, dass die Mitglieder rechtzeitig informiert werden, dass der zur Abstimmung steht. Und man kann auch parallel dazu schon Konkurrenzanträge einbringen, sodass diese dann später zusammen abgestimmt werden. Und man kann bis zur Abstimmung beantragen, dass eine geheime Abstimmung stattfindet. Das sind also ähnliche Abläufe, wie man das hier am Parteitag auch kennt. Darf ich daran anschließend noch eine Frage stellen? Ich habe es blöderweise gerade zweimal zugelassen, deswegen werde ich es bei dir jetzt auch zulassen. Appelliere an der Stelle aber wirklich an alle danachgehenden eine Frage pro. Gibt es im Grunde genau, gibt es ein Mindestforum an akkreditierten Mitgliedern der Partei, damit diese Geschichte in irgendeiner Art und Weise beschlussfähig ist? Weil du hattest ja gesagt, man braucht zehn Prozent der Angemeldeten, um was einreichen zu dürfen. Ab wann ist das denn beschlussfähig? Oder ist das im Grunde genommen auch beschlussfähig, wenn sich schon zehn Leute angemeldet haben? Nein, also als die absolute Untergrenze gilt hier 500 Personen. Das heißt, ein relativ kleiner Parteitag. Ich denke, dass wir recht schnell viel mehr Leute akkreditieren. Es wird also immer angenommen, dass 500 an sich angemeldet sind und danach bemessen sich auch die Quoren. Wie lang sind die Abstimmungszeiträume? Dieser Abstimmungszeitraum ist in der Regel zwei Wochen. Falls man per Urne abstimmt, ist es normalerweise ein Tag, weil man die Urne meist nicht sicher verschließen kann. Das heißt, man kann halt nur an einem Tag das alles abstimmen. Wenn wir einen Weg finden, Urnen auch über mehrere Tage offen zu lassen und das manipulationssicher zu machen, dann könnte man die natürlich auch innerhalb von zwei Wochen abstimmen. Aber es ist eine Rückfrage. Ist es nicht der Antrag, in dem steht, dass eine Urnenabstimmung zwei Stunden dauert? Nein, das war der andere 26, der noch zur Abstimmung steht. Entschuldigung, ich mache jetzt mal wieder kurz das mit der Erinnerung an die Zeit und so. Ich sehe eine echt lange Fragenschlange. Wir haben keine Redezeitbegrenzung. Ich werde euch jetzt auch keine irgendwie vorschlagen oder so. Aber das wäre gerade so eine klassische Ja-Nein-Frage gewesen. Also versucht euch bitte knapp und konkret zu halten. Nächste Frage bitte. Bedeutet denn Textform, dass jedes Mitglied bei jeder Abstimmung einen Brief erhalten muss? Nein, Textform heißt eben explizit entweder E-Mail. Wir üben das nochmal mit den Ja-Nein-Fragen. Okay. Danke. Nächste Frage bitte. Ich habe jetzt gehört, es sollen mindestens 500 Leute angemeldet sein, bundesweit. Mir erscheint das fast ein bisschen wenig, um sagen zu können, dass das dann legitime Entscheidungen sind. Ja, habt ihr darüber nachgedacht, dass vielleicht nicht eine absolute Zahl hinzuschreiben, sondern vielleicht ein prozentuales Quorum, das aber meiner Meinung nach mindestens zweistellig sein sollte? Und wie steht ihr dazu? Das ist schwierig, weil sich diese Zahl wahrscheinlich ständig ändert. Man wüsste nicht welche, wir wissen ja momentan nicht mehr jetzt wirklich, wie viele Mitglieder wir absolut haben. Und es gibt solche und solche Zahlen. In dem Fall ist es einfach, eine feste Zahl zu setzen, an der dann auch die Leute, die das durchführen, das bemessen können. Man könnte das sicherlich in Zukunft eine noch bessere Lösung finden, aber wir fanden, das ist die einfachste, vernünftige Form momentan. Welche Software soll für die elektronischen Abstimmungen eingesetzt werden? Wo ist die Anforderungsdefinition für die Software? Und B, wo kommt die Masse der Menschen her, die Briefe eintütet und das dann auszählt? Lieber Nutella, auch wenn du A und B benutzt, das sind jetzt mehrere Fragen. Guter Trick, hat aber nicht geklappt. Dann sage ich einfach nein. Gut. Du wirst besser. Aber es gibt keine, also Briefwahl ist nicht vorgesehen. Komm, jetzt habe ich dich gerade gelobt. Okay, ich darf auch Meinungsbilder mit euch machen. Ich mache jetzt mal ein Meinungsbild mit euch. Findet ihr, also habt ihr für euch eure Meinung dazu, wie ihr diesen Antrag abstimmen wollt, jetzt abgeschlossen? Ich teile mir selber mit, dass das sehr, sehr positiv aussieht und nur sehr vereinzelte lilane Karten im Meinungsbild waren. Verständnisfrage? Verständnisfrage? Post oder wie läuft es dann? Das ist keine, ja, nicht einfach. Also es ist so, man hat eine Anfechtungsfrist, bis zu der man dieses Ergebnis anfechten kann. Und das Schiedsgericht kann dann auf diese Daten zugreifen und kann überprüfen, ob tatsächlich deine Bedenken stimmen. Und dann wäre diese Abstimmung ungültig. Das Ergebnis wäre ungültig. Und es müsste eben eine erneute Abstimmung stattfinden. Nächste Frage. Eine Frage ist irgendwie überlegt worden, wie mit, ja, sag ich jetzt mal, Karteileichen oder, sag ich mal, Systemleichen umgegangen wird, weil ich ja ein bestimmtes Quorum erreichen muss für gewisse Aktivitäten. Irgendwann ist dieses Quorum ja, sag ich mal, ab einer bestimmten Karteileichenzahl nicht mehr erreichbar. Also würde sich praktisch aufheben. Ist dafür irgendeine Lösung vorgesehen? Genau, das haben wir vorgesehen. Deswegen haben wir gesagt, ein Teilnehmer muss sich persönlich identifizieren, um teilzunehmen. Nur solche Leute werden praktisch überhaupt registriert. Und damit gewährleisten wir auch, dass da keine Sockenpuppen, sogenannte Sockenpuppen, virtuelle Mitglieder registriert sind. Soweit ich mitbekommen habe, von den Verwaltungspiraten ist es so, dass ein Großteil der Teilnehmer oder der Mitglieder nicht per E-Mail, also in der einfachsten Art der Textform erreichbar ist. Wie wollt ihr mit den vielen Briefeinladungen umgehen, die dann für die ganzen Benachrichtigungen, dass bald wieder eine Abstimmung ist, umgehen? Auch das haben wir bedacht. Für Leute, die sich nicht selbst angemeldet haben, ist es zunächst so, dass sie nur über die Termine an sich informiert werden. Und das kann bereits mit Einladung zum nächsten Bundesparteitag geschehen. Da kann man einfach für das nächste halbe Jahr die Termine angeben und kann es in einem erledigen. Für die zweite Sache, die Informierung der Mitglieder in Textform, wenn eine Abstimmung ansteht, ist es halt so, dass man hier auch explizit die Mitglieder nochmal fragen kann, willst du das per E-Mail oder per Brief erhalten? Das können wir aber halt, das ein bisschen kostet halt Demokratie. Und so viele Mitglieder sind es offensichtlich nicht, die per Brief informiert werden wollen, denn ich habe gehört, dass es nur noch ein winziger Teil ist. Nächste Frage, GO-Antrag? Ja. GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf eine Minute, sowohl für Fragesteller wie Antwortenden. Gut, gibt es Gegenrede? Wenn ihr grün zeigt, sind das dann formale Gegenreden? Okay, mir zeigt jetzt bitte eine deutliche Gegenrede, ansonsten ist das Ding angenommen, ohne dass ich euch fragen muss. Das ist eine deutliche formale Gegenrede. Gut, dann stimme ich das jetzt ab. Möchtet ihr den GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf eine Minute annehmen? Das möchtet ihr. Damit ist die Redezeit sowohl für Frage als auch für Antwort auf eine Minute begrenzt. Hier wieder der Appell an die Menschen am Mikro, auf ihre Minute da oben zu achten. Die ist nämlich ziemlich schnell rum. So, nächste Frage bitte. Ich habe noch mal eine Frage zu den Pseudonym-Abstimmungen. Es gibt Pseudonyme-Abstimmungen, die online geschehen sollen. Dann gibt es aber noch das Recht, eine geheime Abstimmung zu beantragen. Es wurde so erklärt, dass die Pseudonyme dafür gebraucht werden, dass man selbst seine eigene Stimme nachvollziehen kann, aber die anderen dann irgendwie nicht. Warum braucht es noch die Möglichkeit, eine geheime Abstimmung zu beantragen, wenn es bereits Pseudonyme gibt? Der Unterschied zwischen Pseudonym und Geheim ist, dass bei Pseudonymen kann man immer noch die Zuordnung zwischen Person und Stimme oder Stimmabgabe überprüfen und also herstellen. Bei einer geheimen Stimmabgabe, also anonymen Stimmabgabe, ist das getrennt. Und das kann man laut Bundesverfassungsgericht auch bisher nur mit Urnen erreichen. Nur dort ist es wirklich nachvollziehbar, dass jeder Schritt, also ohne Sachkenntnisse nachvollziehbar, dass jeder Schritt sauber durchgeführt wurde und nicht geschummelt wird. Ja. Welche Software soll eingesetzt werden und existiert sie schon? Also für die elektronischen Abstimmungen soll das simpelstmöglichste verwendet werden. Man könnte im Prinzip Lime-Service verwenden, aber das ist viel zu komplex. Es reicht etwas ganz Simples, was wir innerhalb weniger Tage programmieren können, wenn wir den Auftrag hier erhalten. Kannst du einem Nicht-Akademiker Paragraf 6 Absatz 2 in einfachen Worten bitte erklären? Ja. Hier geht es um eine, das ist eine Bewertungswahl mit Enthaltungsmöglichkeit. Wir kennen bereits das Approval-Voting und in einigen Landesverbänden wurde in Aufstellungsversammlungen Bewertungswahl verwendet, um auch Listenkandidaten zu wählen. Das heißt, man kann Stimmen kumulieren. Man kann jedem Kandidaten nicht nur eine Stimme geben, ja, nein, sondern man kann auch bis zu zum Beispiel drei Stimmen vergeben. Und danach, nach der Punktzahl, wird dann bewertet, welcher Antrag oder welche Person die meiste Zustimmung hat. Das ist auch hier sehr sinnvoll, das einzuführen, weil auch bei den konkurrierenden Anträgen findet man manche akzeptabel, aber manche findet man besser und das wird hiermit erreicht durch dieses Verfahren. Nächste Frage, bitte. Lieber Antragsteller, wie willst du verhindern, dass jetzt durch diese ganzen Prüfaufträge, weil ich gehe davon aus, da wird jetzt jede Debatte, wird danach angefechtet über Schiedsgericht, wie willst du verhindern, dass man im Prinzip Schiedsgericht brauchen, das Full-Time 24-7 arbeitet? Das Schiedsgericht kann sich sicherlich auch Helfer nehmen. Grundsätzlich ist es, also wenn man Ur-Abstimmung durchführt, ist es auch schon so, dass man von vornherein Helfer oder Kontrolleure dabei haben sollte. Wer gegen oder für einen Antrag ist, sollte dann auch vor Ort, wo abgestimmt wird, gleich Überprüfung, gleich melden. Da muss man gar nicht erst das Schiedsgericht angerufen werden. Aber das ist ein grundsätzliches Problem, was man bei allen Abstimmungen hat, auch hier am Parteitag. Demokratie kostet halt etwas ein bisschen, aber dafür gewinnen wir halt auch mehr Zeit für Entscheidungen. Habe ich dich vorhin richtig verstanden, dass wenn ich mich jetzt in dem System anmelde, richtig mit klaren Namen, so wie es vorgesehen ist, danach aber nie mehr an dem System teilnehme, dass ich damit die Prozentzahlen schwieriger mache zu erreichen, sprich ich das System dadurch treuen kann, dass ich mich einmal regulär anmelde und danach nicht mehr an dem System teilnehme. Ja, nein, Frage. Nein. Danke. Nächste Frage. Mich interessiert, wie dieser Text zustande gekommen ist und welche Rückkopplungsmechanismen gegenüber der Basis ihr bisher dazu verwendet habt. Zum Beispiel war es im Liquid, ja, nein. War es in anderen Liquid Democracy oder ähnlichen Medien? Bist du dir dessen bewusst, was eine Verständnis- und was eine Inhaltsfrage ist? Du hast da jemanden neben dir stehen, der dir das, glaube ich, auch noch so super erklären kann. Also bitte Verständnis, Inhaltsfragen? Ja, ich sehe es als Verständnisfrage, wenn ich für mich entscheiden soll, ist das ein Antrag, der vorher liquiddemokratisch rückgekoppelt wurde oder ist er das nicht? Das ist für mich eine Verständnisfrage. Das ist eine streng genommen eine Prozessfrage. Antragsteller darf trotzdem kurz antworten. Darf ich ja, nein oder? Du darfst ja, nein. Ich sage vielleicht. Du bist großartig. Weiter. Hast du ein Team, das die Briefeinladung versendet und die Urnen auszählt und bewacht? Das ist Briefeinladung. Das Ganze läuft genauso wie bei Bundesparteitagen. Es gibt freiwillige Helfer. Wenn es nicht genügend freiwillige Helfer gibt, dann kann das auch nicht stattfinden und dann wird es auf den Bundesparteitag abgestimmt. Es ist eine freiwillige Sache. Gut. Nächste Frage. Ich habe eine Verständnisfrage, gegebenenfalls eine Nachfrage. Die Verständnisfrage ist, habe ich das durch Lektüre des Antrags und des Basisantrags 003 richtig verstanden, dass wir mit diesem System sonstige Anträge fassen können? Ja, das wäre das, die Nachfrage wäre, das bedeutet, wir wären in der Lage, innerhalb des Systems durch das Beschließen von sonstigen Anträgen die Geschäftsordnung des Systems zu ändern? Ja. Danke. Ich bin, ich äußere mich jetzt nicht pro oder contra, weil das. Dann lass es einfach und lass den Nächsten vor. So, noch Verständnisfragen? Ich habe eine Verständnisfrage, weil ich habe mir jetzt hier diese Antrag durchgelesen. Tritt dieser Antrag, die Entscheidungsordnung sofort in Kracht, wenn wir jetzt darüber entscheiden und ist somit auch anwendbar für unsere nächste Entscheidung über dieses SMV-Modell, was wir noch entscheiden werden? Ja. Danke. So, Fragerunde ist hiermit beendet. Jetzt übergebe ich mal an den Wahlleiter. Wir werden, um durchzukommen, jetzt auch an solchen Punkten, wenn wir von einem Prozess zum anderen übergehen, wie jetzt Frage zu Pro- und Kontrarunde, wenn wir Wahlergebnisse haben, diese auch verkünden und das wird jetzt passieren. Und Wahlgänge durchführen, ja. Ja, ich habe hier kein Eingang. Ich wurde daran erinnert, dass nicht alle die Geschäftsordnung gelesen haben. Wir befinden uns gerade im Paragraf 11, Absatz 2 und der entscheidende Satz für das gleich zu verkündende Ergebnis ist, der Antrag mit weniger Stimmen gilt als abgelehnt und scheidet aus. Es sind 886 Stimmen abgegeben worden, davon waren 864 gültig. Auf den Satzungsänderungsantrag 27 entfielen 401 Stimmen. Auf den Satzungsänderungsantrag 35 entfielen 397 Stimmen. Und ja, wir haben öfters und gründlich gezählt und gecheckt. Das ist das Ergebnis. So, ich bin jetzt aufgestanden, weil es jetzt darum geht, einen weiteren Wahlgang durchzuführen, und zwar die endgültige Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag mit der Nummer 27. Es ist eine ganz einfache Ja-Nein-Abstimmung. Und der Antrag braucht eine Mehrheit von zwei Dritteln, dass wir nicht diskutieren müssen. Zwei Drittel bedeutet doppelt so viele Ja- wie Nein-Stimmen. Als weiteren Hinweis an euch, ich habe ganz, ganz viele Stimmzettel mit der Nummer 15 jetzt gerade eben wieder gefunden. Ihr könnt ihn wegschmeißen. Ich erinnere euch jetzt daran, bitte achtet genau darauf, dass ihr einen Stimmzettel von eurem Block abtrennt. Kann das, ist das so schwer? Ich meine, ich schaue drauf, ich sehe, es ist die Nummer 16, der ist rot. Wenn mein Stimmblok danach nicht die Nummer 17 in blau oben hat, habe ich etwas falsch gemacht. So, Wahlhelfer, bitte schon mal in Position gehen. Und jetzt bitte ich den Jan Läutert, kurz einen Schritt zur Seite zu gehen, damit ich sehen kann, ob irgendjemand an das Mikro kommt, der Fragen stellen will. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ihr scheint lernfähig zu sein. Super, ich mag das. Genau. Eins ist Ja, zwei ist Nein. Beides angekreuzt ist ungültig. Die Nummer 16, der ist rot. Liebe Wahlhelfer, öffnet die Urnen, hebt sie hoch, zeigt sie her, dass diese leer sind. Nehmt die Urnen wieder runter, macht sie zu, stellt euch daneben. Urnen runter und zumachen. Und liebe Wähler, wenn ihr hier Pulke bildet und so, glaube ich, beschleunigt das nicht. Wenn ihr ein bisschen in Bewegung seid, tut das einerseits eurem Kreislauf gut, andererseits ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr an einer unbeschäftigten Urne vorbeikommt, größer als wenn ihr rumsteht. Gut, damit eröffne ich jetzt diese Abstimmung. Einmal der Wahlleiter bitte dringend ans Front Office. Einmal bitte den Wahlleiter dringend ans Front Office. Es ist mal wieder soweit. Ich hätte gerne den JVD an der Bühne. Der Jurist vom Dienst zur Bühne, bitte. Danke. Jetzt also der letzte Aufruf, ohne Vorwarnung, diesmal leider. Bitte verhaltet euch sehr auffällig, falls ihr noch einen... ... den ihr abgeben wollt. Ah, dort hinten. So, jetzt noch einmal. Da hinten wird immer noch gewählt. Also, wenn ihr aufhört zu winken, dann nehme ich an, dass ihr fertig seid. Hinter der Bühne will noch einer wählen. Gut, seid ihr jetzt fertig? Klasse. Damit schließe ich die Stimmabgabe und bitte, meine Helfer auszuzählen. So, da bin ich wieder. Wir sind bei der Pro- und Kontra-Rede zum Antrag X011. Wenn meine Assistentin mich hört, wäre ich total glücklich, wenn sie wieder zu mir kommt. Und wir würden mit der Kontra-Rede anfangen. Da steht aber gerade keiner, obwohl da vorhin lange Schlangen waren. Da kommt... Okay, ich habe gesehen, dass du etwas von mir möchtest. Jetzt lauf bitte Richtung Mikro, damit ich weiß, was du von mir möchtest. What? Gut, dann kommt ein GO-Antrag. Gelten noch die eine Minute von den Fragen? Okay, dann braucht es nicht. Gilt noch? Gut, dann jetzt der erste Pro-Beitrag. Ich bin immer noch ein bisschen perplex, dass wir uns vorhin mit einer Zweidrittelmehrheit dezentrale Ur- und Ur-Abstimmung ins Programm geschrieben haben. Aber gut, jetzt ist es so. Und jetzt, wo wir das gemacht haben, bitte ich doch darum, jetzt auch die entsprechende GO anzunehmen, dass wir damit jetzt auch wirklich gleich loslegen können und entsprechende Erfahrungen sammeln. Ich sehe da sehr viele Probleme auf uns zukommen. Ich kann mir das noch nicht so wirklich vorstellen, wie wir in ländlichen Regionen, in Kleinst-KVs, Urnenabstimmungen durchziehen, rechtssicher. Aber ich sage trotzdem, wir haben uns ins Programm geschrieben, lasst es uns ausprobieren. In diesem Zusammenhang wollte ich aber eigentlich, und da bin ich jetzt zu spät sagen, wenn wir das ausprobieren, dann könnten wir das mit den Online auch machen. Ich hoffe, ihr habt für den 27er gestimmt. Und wenn nicht, nachher kommen noch Hardcore-SMV-Anträge. Und ich glaube, die Risiken bei denen sind kleiner als bei dem, was wir hier beschließen. Nimmt beides an. Gut, Contra? Ja, das Ansinnen an sich, das finde ich ja sehr löblich. Und das klingt auch alles sehr, sehr toll. Nur die Sache ist die, erstens habe ich eine generelle Abneigung, Dinge auf Parteitagen zu beschließen, die ich, zumindest auf Bundesparteitagen, die ich im Liquid vorher nicht gesehen habe. Und jetzt weiß ich nicht, ob es mein Versäumnis ist, ob das schon ganz lange ganz woanders anschaulich einsehbar war oder ob das tatsächlich hier überstürzt beschlossen werden soll. Und in letzterem Fall würde ich empfehlen, dass wir das heute nicht beschließen. So, jetzt bin ich erst mal dran. Ich habe hier eine Durchsage. Ein Gilles Bordelet, WP133. Möge sich bitte beim Frontoffice melden. Und Jochen hat auch was. So, liebe Wahlhelfer, irgendwelche Trolle haben diesen Block durchgeblättert und geschaut, welche Stimmzettel noch die gleiche Farbe haben und haben wohl geglaubt, ihr merkt das nicht. Also, schaut auf die Zahl, die draufsteht. Vielen Dank. So, der nächste Probeitrag. Denkt an eure Minute und dass ihr auch selber auf den Bildschirm guckt. Ja, ich möchte euch bitten, diesen Antrag X11 anzunehmen. Denn durch die Ausprägung der GO, die noch beschlossen werden kann, die auch innerhalb des Systems beschlossen werden kann, kann man auch genau das abbilden, was jeder Einzelne von euch will. Ihr könnt also im Nachgang noch dafür kämpfen, dass ihr das bekommt, was ihr wollt. Unabhängig davon, ob wir jetzt diesen S-A027 annehmen oder nicht. Danke. Moment, du stehst immer noch bei Contra. Du möchtest noch mal eine Minute. Nicht unbedingt. Ich würde gerne erst mal ein Meinungsbild einholen. Kann ich das hier mündlich hiermit beantragen? Machst du kurz die Arme hoch, sagst du das andere Kopf mal? Ja, mach's. Super. Dankeschön. Und zwar möchte ich gerne von den Anwesenden wissen, wie viele von euch haben denn diesen Text, den wir da beschließen oder nicht beschließen wollen, komplett gelesen? Bitte mit grün, ansonsten bitte mit lila, wäre mein Ansinnen. Ich glaube, da wären Sie auch selber drauf gekommen. Ja, machen zwar gerade nicht so viele mit, aber es sieht eher positiv aus, wobei es halbe, halbe etwa ist. Gut, nächster Pro-Punkt. Ah, da ist ein Contra. Na dann. Ich hätte gerne ein Meinungsbild darüber, wer der Meinung ist, dass es gut ist, ein System einzuführen, wo die Software noch nicht mal ansatzweise definiert ist, aber das zu beschließen. Ich hätte gerne, dass ihr mir GO-Anträge auch als solche anzeigt und nicht tut, als werdet ihr Contra aussagen. Gut, ihr habt das Meinungsbild gehört? Gibt es Gegenstimmen? Sehr stark positiv. Gibt es einen Contra-Beitrag? Wenn nicht, macht euch von diesem Mikro wächst. Ihr verwirrt mich. Also ich halte es für leicht wahnsinnig, ein System einzuführen, was den Trollen die leichteste Möglichkeit macht, es kaputt zu machen, was in der BGS für potenziell geeignet ist, einen gigantischen Personalaufwand zu erzeugen. Ohne, dass man das Personal dafür hat und sich darauf zu verlassen, dass das Personal schon irgendwo herkommen wird. Gerade in Berlin, wo man von Urnenabstimmung gar nichts hält. Und dann auch noch ein System einzuführen, was eine Software hat, wo man sagt, wir werden irgendeine Software nehmen, die wird sie schon finden. Das ist unausgegorener, kann es eigentlich nicht sein. Pro, bitte. Darf ich? Du darfst. Gut, also, ich kann nicht im Moment, sorry. Dann einfach Platz machen, den nächsten. Nee, ich muss warten, bis ich hier Ruhe habe. Gut, also, bitte nehmt diesen Antrag an. Es geht um eine Geschäftsordnung. Wenn wir die hier annehmen, dann haben wir eine funktionierende SMV, sobald die Software geschrieben ist. Ja, die Software haben wir noch nicht. Wir können die Software erst entwickeln, wenn wir wissen, was wir entwickeln wollen. Deswegen ist der Antrag auch so wichtig. Also, nehmt ihn bitte an. Er ist sehr, sehr gut. Wir haben da Urnenabstimmungen, die geheim und sicher sind. Wir haben aber auch Online-Abstimmungen, die eine sehr, sehr gute Balance haben. Die haben einerseits eine sehr gute Kontrolle, in dem stichprobenartig geprüft wird, dass Leute, die nicht abgestimmt haben, auch nicht als abgestimmt in der Liste stehen und sind dadurch sehr, sehr gut. Wir haben ein ähnliches System mit weniger Kontrollen in Hessen bereits in der Praxis eingeführt. Diese Wahlen, die wir hier machen, sind auch nicht sicher. Da gibt es auch Manipulationsmöglichkeiten. Wir haben hier gerade das mit zwei Stimmzetteln gesehen. Das, was wir hier haben, ist sehr gut. Bitte macht das so. Vielen Dank. So, insgesamt ist die Versammlung ja leise. Dann trotzdem die Bitte, die Redenden an den Listen nicht abzulenken. Kontra, bitte. Ich kann nur empfehlen, die Entscheidungsordnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht anzunehmen. Große Teile der Partei hatten nicht wirklich die Gelegenheit, daran mitzuarbeiten. Und gerade bei so einem Dokument ist es sehr wichtig, dass auch über einen längeren Zeitraum die möglichen Probleme untersucht werden können. Ich halte es außerdem für sehr problematisch, dass mit dieser Entscheidungsordnung das System seine eigenen Regeln selbst festlegen kann. Dadurch kann es ein Eigenleben entwickeln und das sollten wir vermeiden. Pro? Ich muss sagen, wie ich es das erste Mal davon gehört habe, habe ich aber auch Vorbehalte gehabt. Aber verdammt. Erstens, wir haben auch Urnen. Das ist wirklich, also, im Prinzip die zentrale Basisentscheidung. Wir haben es bereits in der Satzung stehen. Lasst es uns versuchen, wenn es nach hinten losgeht. Ja, mein Gott, mit der SMV ist es das Gleiche. Das kann auch nach hinten losgehen. Irgendwas muss man halt einmal machen. Du hast dir Striche machen und vergleichen lassen, dass die, die hinter dir nicht öfter, also weniger oft geredet haben als du? Merkst du was? Gut. Ja, ich möchte noch mal sagen, dass das jetzt hier doch alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt ist. Und ich finde schon, dieser GO-Antrag, der war auf dem Radar vieler Menschen so nicht drauf. Und darum sollte man da auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was da genau drinsteht, die Verfahrensweisen und natürlich auch die Tools und so weiter. Also, etwas alles unausgegoren. Darum finde ich, man sollte das jetzt erst mal zurückstellen, um zu sagen, wir nehmen da noch eine Bedenkzeit. Und man muss ja sagen, der nächste Bundesparteitag ist ja bald da. Und dann verdichten wir das mit einer ganz klaren Linie, die wir ja vorher dann bestimmen können. Und darum bin ich halt auch gegen diese Geschichte momentan. Tschüss. Pro? Nur zur Info, jeweils noch ein Pro, ein Contra. Ich bitte euch, den Antrag anzunehmen. Wichtig ist das, was am Ende bei rauskommt, nämlich, dass wir zwischen den Parteitagen verbindliche Beschlüsse fassen können. Es darf nie wieder passieren, dass wir ein ganzes Jahr verstreichen lassen, ohne uns, um die Programmatik dieser Partei zu kümmern und auch Beschlüsse zu fassen. Und mit diesem Antrag ist das möglich. Lasst es uns ausprobieren. Bitte, bitte, bitte nehmt diesen Antrag an. Es ist ein gut durchdachtes Regelwerk, meiner Meinung nach. Und was an Verbesserungen gemacht werden kann, das können wir dann weiterentwickeln. Allemal besser, als gar nichts zu haben. Noch ein Contra-Beitrag in dieser Debatte? Also das Einzige, was mich daran stört, ist, dass Urnenwahl in einem Zwei-Mann-KV nicht geheim sind. So, jetzt die Frage an die Versammlung. Wir haben fünf Pro, fünf Contra gehört. Möchtet ihr die Debatte weiterführen oder an dieser Stelle beenden? Weiterführen, grün, beenden, lila. Die Debatte ist an dieser Stelle beendet. Danke. Dann hat der Antragsteller jetzt ein Schlusswort. Ich versuche mich kurz zu fassen. Vorstufen dieser Entscheidungsordnung waren bereits auch in Liquid Feedback mit den anderen SMV-Beiträgen. Aber bekanntlicherweise in Liquid Feedback haben solche Anträge keine Chance, weil die Leute halt eben SMV wollen. Deswegen wurde es ja nicht beachtet. Wir schreiben hier auch nur die Anforderungen einer Software rein, nicht eine direkt eine Software. So macht man das in der Softwareentwicklung. Man schaut sich erst an, was man will und dann sucht man sich die passende Lösung. Dann wollen wir mit diesem Antrag gerade dieses Henne-Ei-Problem lösen. Die einen wollen eine perfekte Lösung, die sie dann abstimmen können, annehmen können. Die anderen sagen, wir müssen diese perfekte Lösung erst einmal durch Erfahrung finden. Wir machen das hier mit einer Übergangslösung, wo wir uns Schritt für Schritt voranwagen können von sicheren Systemen in weniger sichere Systeme und das verbessern. Das können wir mit dieser Entscheidsordnung. Diese Entscheidsordnung kann deswegen auch mit per Basisentscheid verändert werden, weil wir alles Wichtige, was die Mitglieder schützt, bereits in der Satzung haben. Und die Satzung ist das, was zählt. Die Entscheidsordnung kann die Satzung nicht überschreiben. Genau das ist hier dieses Konzept, was wir gewählt haben. Das Wesentliche, das Wie, muss in die Satzung, nicht in die Entscheidsordnung. Es muss auch nicht in KVs durchgeführt werden, das steht nirgendwo. Es ist stattdessen so, wir haben bei der Urnenwahl gesagt, es soll nur dezentral sein, das kann also auch in einer gewissen Region sein und es müssen mindestens zehn Stimmen zusammen sein, damit es ausgezählt werden kann. Ansonsten werden die Urnen zusammengeführt. Und das heißt, wenn jetzt einige Leute sagen, ja, wir verwagen das mit der SMV, was juristisch noch viel riskanter ist, dann sollten Sie auch so mutig sein, diese Entscheidsordnung anzunehmen, denn hier sind wir wirklich auf alle Einwände eingegangen und haben versucht, eine Lösung zu finden, die alle bekannten Probleme zumindest erst mal ausschließt. Danke. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. die Abstimmung dieses Antrags. Ah, ein GO. Ja. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir bis jetzt alle Anträge, die sich mit Mitgliederbeteiligung außerhalb von Parteitagen beschäftigt haben, geheim abgestimmt haben, das ist eine Geschäftsordnung, in der es auch genau darum steht, stelle ich den Antrag auf geheime Abstimmung. Ihr kennt das schon. 20 grüne Karten und es wird geheim abgestimmt. Ich würde irgendwie Leute, die oben stehen, versuchen, dass die wieder versuchen, mitzuziehen. Es sind definitiv mehr als 20, damit wird geheim abgestimmt. also, wie ihr mitbekommen habt, läuft gerade noch eine geheime Abstimmung. Das heißt, die andere muss jetzt einen Augenblick warten und ich übergebe die Versammlungsleitung jetzt an Flo. Wir müssen noch ein paar Abstimmungen machen. Wir haben noch eine ganze Menge Programmanträge. Frage, gerade sind wir im Programmantrag im Bereich Außenpolitik. WP 170 wurde zurückgezogen. Will den niemand übernehmen? Weil schon den 138 enthalten. Also macht es keinen Sinn, ihn zu übernehmen. Ich muss formell trotzdem fragen. Als nächstes bitte ich die Antragsteller von WP 10 Friedenslogik statt Sicherheitspolitik Präambel Vorschlag Außenpolitik auf die Bühne. Hallo. Okay, kann ich loslegen, ja. Also, Kriege sind für uns lange her. Sie sind weit weg. Wir haben kein richtiges Gefühl mehr, wo eigentlich Krieg ist. Wir können es nur noch aus den Medien und aus Erzählungen kennen wir Kriege. Die wenigsten von uns haben selber einen Krieg erlebt. Es existiert stattdessen ein Sicherheitsdenken. Immer mehr Dinge werden unter Sicherheitsaspekten gesehen. Frieden ist nur noch ein Wert unter anderem. Er muss mithalten mit wirtschaftlichen Werten, mit Sicherheitsbedürfnissen. der Antrag WP 010 will klar eine Priorität setzen. Also, Friedensdenken ist wichtiger als Sicherheitsdenken. Er benennt auch die Menschenrechte, um die es uns geht. Das sind nämlich alle Menschenrechte, die in der UNO-Charta festgelegt wurden, in der UNO-Menschenrechtscharta von 1948, auch bekannt unter allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Das ist die Resolution 127a. da geht es unter anderem also das Recht auf Nahrung, das Recht auf Lebensunterhalt, das Recht auf medizinische Versorgung, auf Wohnung, soziale Leistungen. Und ich denke mal, das sind wichtige Sachen. Ich will nur noch mal einen Artikel von diesen 30 Artikeln vorlesen. Also, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist auf alle Fälle lesenswert, aber den einen Artikel 19 will ich mal vorlesen. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie ihrer über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Ich denke, mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, da bewegen wir uns auf alle Fälle auf einem Gebiet, wo wir Piraten uns identifizieren können. Deswegen will ich jetzt nicht lange, noch länger Worte fassen, sondern plädiere dafür, PA, also WP 010 zuzustimmen. Danke. An dieser Stelle sehe ich, dass wir ein Ergebnis haben. und deshalb übergebe ich an den Wahlleiter. So, ja, es ist ausgezählt worden, es gab 924 abgegebene Stimmen, davon sind 918 gültig und das Ergebnis ist wie folgt, mit Ja stimmten 589, also 64,2%, mit Nein 322, also 35,1%, das heißt, der Antrag hat die Zweidrittelmehrheit knapp verfehlt. Wenn ich das richtig sehe, bräuchte ich jetzt hier einen Wahlleiter für die Durchführung der nächsten geheimen Abstimmung. Ja. Liebe Leute, wir haben noch mal Spaß mit der Endabstimmung vom Block 3b. Das ist welcher Antrag? Versammlungsleitung recht. Ich warte darauf, dass man mir den Antrag reinreicht, dass ich die Antragsnummer verlesen kann. Ansonsten, wir haben exakt dasselbe, was wir gerade eben getan haben. Wir haben die Endabstimmung über einen Antrag. Wir haben im Block 3b ohnehin schon approvalmäßig zwei Anträge gegeneinander abgestimmt. Da haben wir oder nicht. Also exakt dasselbe, was wir im Block 3a gerade gemacht haben, machen wir jetzt wieder im Block 3b. Verständnisfrage? Ja. Verständnisfrage? Wenn wir das hier jetzt mit Ja abstimmen, bedeutet das, dass wir dann zwei SMV-Anträge in der Satzung haben? Sehe ich das richtig? Ja. Danke. Die aber nicht zwingend konkurrieren. Also nicht zwingend. Deshalb werden sie ja jetzt auch getrennt abgestimmt. Wir haben Stimmzettel 17. Der ist blau und es reicht nicht irgendeinen blauen Stimmzettel einzuwerfen. Es muss der 17er sein. Die Wahlhelfer passen auf. Wir lassen uns da jetzt nicht trollen. Ich habe die Nummer. Das ist der Satzungsänderungsantrag 26. Der wird jetzt abgestimmt. Er braucht eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt doppelt so viele Ja wie Nein einstimmen. Gibt es noch Fragen? Dann fangen wir mal an, wenn es keine Fragen gibt. Wahlhelfer bitte an die Urnen. Macht sie auf, hebt sie hoch, zeigt sie her. Vielen Dank. Könnt sie wieder runter tun. Verschließende und wieder runter tun. Liebes Publikum, könnt ihr bitte meine Helfer und mich arbeiten lassen. Dazu gehört auch uns zu nerven, sprich ansprechen. Urnen runter und verschließen bitte. Gut, es schaut startklar aus. Damit bitte jetzt stimmt auch das BIMA-Bild, hoffe ich. Dann kann ich die Abstimmung eröffnen. Ihr könnt loslegen. Eine kurze Durchsage, der Philipp hier vorne, der junge Mann, der winkt, benötigt noch zwei oder drei Helfer für die Durchführung des BPD. dieser Tag neigt sich dem Ende zu, dieser Wahlgang auch. Eine Wanderurne ist wieder da, zweite Wanderurne ist auch wieder dort, wo sie hingehört. Die dritte Wanderurne, die hat die Nummer 37, das ist da hinten, das kann ich gerade nicht sehen. Die ist noch nicht wieder da, also habt ihr noch ein paar Augenblicke Zeit. Sehr schön, die dritte Wanderurne kommt gerade wieder zurück in die Halle. Ich freue mich immer, die so wiederzusehen, denn dann kann ich anfangen, irgendwie euch aufzufordern, euch komisch zu verhalten, falls ihr noch abstimmen wollt. Ich sehe zwar alles Mögliche an komischem Verhalten, ach ja, auch Wahlhelfer dürfen. Allerletzter Aufruf zum Dritten. Dort vorne wird noch gewählt. So, der Herr Polkert ist jetzt auch fertig. Gut. War es das? Nein, immer noch nicht? Als ob es einen Preis gäbe für den letzten abgegebenen Stimmzettel. Ist der jetzt abgegeben? Das schaut so aus, als ob der abgegeben sei. Damit schließe ich jetzt diese Abstimmung und bitte, meine Helfer auszuzählen. Kannst du ins Mikro noch reinsagen, dass ich weitermachen darf? Das muss ich immer dazu sagen. Tut mir leid, ich dachte, das wüsstest du mittlerweile. Du darfst. Ich bitte sogar darum. Okay, wir befinden uns in der Behandlung des Programmantrags WP 10. Der Antrag wurde soeben vorgestellt. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag auf Feststellung der Konkurrenz zwischen dem Antrag WP 10 und dem Antrag WP 96. Ich frage die Versammlung, ist sie der Meinung, dass diese beiden Anträge konkurrieren? Und bitte um das Kartenzeichen. Ich sehe so wenige Karten, dass ich keine Mehrheit in irgendeine Richtung erkennen kann. Mehr steht hier leider auf diesem GU-Antrag auch nicht drauf. WP 96 ist AG Außen- und Sicherheitspolitik, Einleitung Außen- und Sicherheitspolitisches Programm. Wer ist der Meinung, dass diese beiden Anträge konkurrieren oder nicht? Ich bitte um das Kartenzeichen. Gut, die Versammlung ist der Meinung, dass diese beiden Anträge konkurrieren. Ich bitte den Antragsteller des WP 96 auf die Bühne, um diesen Antrag vorzustellen. Hallo zusammen. Im WP 96 ist die Einleitung unseres außenpolitischen Programms, wie wir es in der AG Außensicherheitspolitik zur Empfehlung stellen. Es geht darauf ein, dass Veränderungen der internationalen Beziehungen durch die Digitalisierung einfach aufgenommen werden, also entsprechend besetzt werden müssen. Weiter geht man darauf ein, dass Symptome von Konflikten an der Wurzel bekämpft werden müssen, sowie in der Präventionspolitik, auch bei der Terrorismusbekämpfung muss eine Präventionspolitik angewandt werden. Das ist im Grunde alles. Ja, das wäre es auch. Ich will euch auch nicht weiter aufhalten. Präventionspolitik würde ich noch ein bisschen ausführen. Ja. Ich würde dazu gerne noch ein bisschen ausführen. Präventionspolitik heißt in dem Sinn, dass man halt vorher reingeht, sich Konfliktherde anguckt, wie man damit nicht militärischen Mitteln vorher agieren kann, mit Entwicklungspolitik und andersweitiger Unterstützung. Weiterhin ist es ein Antrag, den wir halt im Rahmen des Piratenkodex gehalten haben, an dem wir uns ja ganz stark in der Außensicherheitspolitik orientieren. Wir wollen damit halt erreichen, dass wir uns sehr stark auch an den Menschenrechten orientieren, weil wir das halt eben für gegeben halten. Ja, das ist, sag ich mal, der Kern des Ganzen. Das ist halt eben menschenrechtsorientiert, dass es sich am Piratenkodex orientiert und dass wir halt damit eine Präventionspolitik verfolgen, dass es halt eben nicht zum militärischen Eingreifen kommen muss überhaupt. Weil Piraten sind friedlich. Wir wollen, dass wir mit friedlichen Mitteln Konflikte lösen, dass wir die Konflikte überhaupt nicht erst entstehen lassen. Und das wollen wir verfolgen. Das wollen wir als Einleitung haben. Und ich bitte euch, diesen Antrag dementsprechend zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, gibt es Fragen zu diesen Anträgen? Dann bitte ich euch, zum Kontramikro zu gehen mit den Fragen. Oh, ich sehe einen GO-Antrag am Pro-Mikro. Ja, das Pro-Mikro ist offen. Ja, hallo. Also ich möchte einen GO-Antrag stellen auf Begrenzung der Frage, Rednerzeit. Und der Antwortenzeit auf eine Minute. Gibt es da Gegenrede? Ich sehe eine Gegenrede. Dann kommt es zur Abstimmung. Ich bitte um das Kartenzeichen Begrenzung der Redezeit auf eine Minute. Dieser Antrag ist angenommen. Dann bitte ich den ersten Fragensteller am Kontramikro. Ja, und zwar zum WP 010. Habt ihr euch bei der Erstellung von Antisemiten beraten lassen? Das kann ich verneinen. Hallo. Der Antrag, der wurde ursprünglich von Jenny-Louis Becker in Liquid Feedback gestellt, hat dort eine Mehrheit von 78 Prozent bekommen. Dann wurde er für das gemeinsame Wahlprogramm eingereicht, hat dort auch eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Danach haben wir ihn noch leicht bearbeitet in der AG Friedenspolitik, aber es hat überhaupt nichts Antisemitisches drin. Es ist von keinem Antisemiten bearbeitet worden. Also das halte ich für eine Verleumdung. Entschuldigung. Gibt es weitere Fragen zu diesem Antrag? Okay. Ebenfalls an die Antragsteller von WP 010. Nachdem wir eben gehört haben, dass Sie euch nicht von Antisemiten beraten lassen, wie kommt es dann zustande, dass der bekannte Antisemit-Joe Menschenfreund immer noch als Mitantragsteller geführt wird, warum konntet ihr nicht unterbinden, dass der damit draufsteht? Joe Menschenfreund ist Mitglied der AG Friedenspolitik und ich habe noch keine antisemitische Äußerung von ihm gehört. Also das ist eine Verleumdung. Also ich meine, man kann sich natürlich über die Politik von Israel unterhalten. Man kann da manches gut, manches schlecht finden. Da geht es aber in dem Antrag überhaupt nicht darum. Und es wurde auch niemals diskutiert, dass jüdischer Glaube irgendwo, es ging niemals um das Thema jüdischen Glaubens bei uns in der AG Friedenspolitik. Und ich halte es für eine Verleumdung und ich bitte den Parteitag, nicht nach solchen Fragen die Entscheidung zu beeinflussen. Über diesen Text WP 010. Entschuldigung. Darf ich die Versammlung bitten, Fragen zu Anträgen zu stellen, beziehungsweise Fragen in der Debatte, sich dann auch auf die Anträge zu konzentrieren und nicht auf die Antragsteller. Dankeschön. Personaldebatten hatten wir am Freitag. Sehe ich weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Debatte über diesen Antrag und beginnen mit einer Gegenrede. Geht das ein bisschen schneller? Das Mikro ist offen, geh ran. Trau dich, das beißt auch nicht. Ja, ist das jetzt Gegenrede oder Gegenrede zu irgendwas, was ich nicht mitbekommen habe oder Kontrabeitrag? Kontrabeitrag. Okay, gut. Also zum Stichwort Verleumdung. Bitte betrachtet mich hier durchaus als ein Sprachrohr aus Nahmittelost. Ich habe in meiner Studentenzeit mit der CISNO gegen das Schahregime gekämpft. Mir ist der SAVAG sehr wohl bekannt. Ich stand mit weichen Knien schon vor der Grenze Basagan mit Flugblättern im Auto. Ich habe im Libyenkrieg an vorderster Front bei den sogenannten Cyberwarriern gekämpft gegen das Kadhafi-Regime. Ich weiß, was das heißt. Krieg und Blut und Tod und Angst und Vergewaltigung. Ich gehöre zu dem Team, das zu Syrien gerufen wurde, um ebenfalls selbstverständlich aufseite der Demokraten gegen die Diktatur Assads zu kämpfen. Ich weiß auch, was das bedeutet. Und ich glaube, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Verstümmelungen und wie viel Brutalität und Blut ich schon gesehen habe. Und deswegen sage ich euch eins. So, deine Zeit ist um. Ich bitte alle Redner in der Redeschlange zum Antrag zu sprechen. Es ist immer noch keine Personaldebatte. Es geht um inhaltliche Anträge. Eine Pro-Rede, bitte. Piraten. Ich bin der Eintrittspirat. Wir sind jetzt an einem Moment, wo die Grünen waren bei der Entscheidung, sind sie für den Kosovo-Krieg, ja oder nein. Eine Entscheidung, die die grüne Partei zutiefst gespalten hat. Wir können jetzt entweder für Krieg sein und Gewalt rechtfertigen oder eben nicht. Und zwar enthält der WP 10, egal wer auch immer Arbeit oder gestellt hat, vier wichtige Punkte. Frieden, die Ablehnung der vernetzten Sicherheit. Das bedeutet, dass man sagt, euch geht es gut. Wir sichern Ressourcen durch Militär, was einfach nicht richtig ist. Es geht um den Schutz von Menschen. Das nächste ist zivile Krisenprävention und dass wir dafür einstehen, keine Gewalt anzuwenden. Bitte seid für Frieden, lehnt das ab, denn es ist Responsibility to Protect. Das heißt, wir setzen Gewalt an, um Gewalt zu stoppen. Das funktioniert aber nicht, weil man nicht Menschenrechte gegeneinander aufwiegen kann. Es wurde gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass die Grünen sich da beinahe drüber gespaltet über den Kosovo-Antrag und so. Und wenn wir uns jetzt für pazifistisch quasi erklären und irgendwann im Bundestag sitzen und Stellung beziehen müssen und dann vielleicht Leute doch zu einem anderen Schluss kommen wollen, dann haben wir das gleiche Problem wie die Grünen. Deswegen würde ich den 010 ablehnen. Du stehst am Mikro, das Mikro ist offen. Die Pro-Rede, bitte. Die Zeit läuft auch schon. Ich wollte meinen Punkt an eine andere Stelle bringen. Menschenrechte werden auch in Deutschland verletzt. In Deutschland werden intersexuelle Menschen, falls sich jemand gefragt hat, wer da von unseren Vorständen begrüßt wird, genital verstümmelt. Es hat mit Menschenrechten zu tun. In Deutschland werden die Menschenrechte missachtet von intersexuellen Menschen. Niemand weiß das. Deshalb würde ich euch gerne erzählen, was intersexuellen Menschen ist. Es tut mir leid. Wir reden gerade über Außenpolitik, beziehungsweise Friedenspolitik, nicht über Deutschland. Ich bitte die nächsten Redner, zu den Anträgen zu sprechen. Dankeschön. Der zweite Pro-Beitrag, dann bitte. Ja, hier wurde ja eben gerade irgendwie die Behauptung aufgestellt, dass es hier einen Antragsteller gäbe, der Antisemit wäre. Ich habe mir eben gerade mal die Belege dafür von denjenigen, die das behaupten, zeigen lassen. Wir reden immer noch nicht über die Antragsteller, sondern über den Antrag. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist, zu verstehen. Dein Mikro ist aus, ich verstehe dich nicht, selbst wenn du so laut brüllst, wie du nur kannst. Nein, es ist nicht in Ordnung, Leute zu diskreditieren. Ich warte immer noch auf den Versuch einer Pro-Rede. Vielleicht schaffst du das ja, zum Antrag eine Pro-Rede zu halten. Es sind zwei Anträge, oder? Mir konnte hier vorne niemand erklären, für welchen Antrag ich jetzt pro reden darf. Für einen der beiden. Ah, okay. Ich spreche dafür, dass diese beiden Arbeitsgruppen irgendwann mal zusammenarbeiten. Wir haben hier in der Partei einen Krieg zwischen zwei Arbeitsgruppen. Und wenn kalte Krieger anderen Leuten erklären wollen, in fremden Ländern, wie Frieden geht, dann beweisen wir gerade, wie es nicht geht. Dann eine Kontra-Rede, bitte. Kontra, dein Mikro ist auf. Danke. Für mich ist es schwierig, die Anträge wirklich konkret nachzuvollziehen, weil mir nicht klar geworden ist, was sie tatsächlich bedeuten. Ich habe eine Friedenslogik statt Sicherheitslogik. Friedenslogik ist für mich, dass, wenn Streitkräfte vorhanden sind, dass sie sich für die Menschen in dem Land, wo sie zu Hause sind, auch einsetzen. Ich habe dann mal auf der Bundeswehr-Homepage schnell nachgeguckt. Es waren über 150 Einsätze, die die Bundeswehr im Katastrophenschutz, im Rettungsschutz und sonst wo gebracht hat. Und ich kriege damit einfach nicht auf die Reihe, dass das reine Sicherheitspolitik ist. Ich glaube, dass da ein gutes Stück Leistung Friedenspolitik bereits aktiv von der Truppe geleistet worden ist. Ich glaube auch, dass die Ausformulierung der Anträge teilweise nicht in die Richtung geht, die wir wirklich brauchen, weil die Richtung, die für uns wichtig ist, ist Menschenrecht, Menschenwürde und die Gleichbehandlung von Menschen an jeder Stelle. Im Sinne von friedlich. Tut mir leid. Zeit. Und eine Pro-Rede, bitte. Wir haben an dieser Stelle die Chance, die einzige Friedenspartei neben den Linken zu sein. Alle anderen haben sich da bereits disqualifiziert. Tut mir leid, das wurde mir an Infostellen schon häufiger gesagt. Die Grünen sind mittlerweile eine Kriegspartei, die Linken sind noch glaubwürdig, aber kann man leider auch nichts machen. Nehmt den BP-010 an, gegen eine Weltpolizei, gegen Kriege. Und es ist mir völlig egal, wer ihn gestellt hat. Und Kontra. Okay, also ich bin gegen den BP-010, weil ich als Pazifist mir trotzdem die Möglichkeit aufrechterhalten will, dass eine Bundestagsfraktion der Piratenpartei Sanktionen gegen diktatorische Regime, die einen Genozid vorbereiten, zustimmen kann. Ich will nicht im Bundestag Abgeordnete sitzen haben, die sagen, naja, wir sind eine Friedenspartei, darum darf jetzt Volksgruppe A die Volksgruppe B abschlachten, weil wir wollen ja eine Friedenslogik durchsetzen. Jetzt werfen wir ein bisschen mit Wattebäuschen und fühlen uns wohl dabei und ziehen sich die zweite Friedenspartei neben der Linkspartei. Das hilft mir nicht, wenn irgendwo Menschen getötet werden. Wir müssen uns da entscheiden. Das bedeutet nicht, dass wir Kriege unterstützen. Danke sehr. Bevor wir zum nächsten Antrag kommen, eine wichtige Durchsage. Es wurde wichtiges Eigentum von Petr Jukov gefunden. Petr möchte bitte beim Antragsbüro mit einem gültigen Lichtbildausweis vorbeikommen. Dann kriegt er sein wichtiges Eigentum wieder. Danke. Jetzt Pro bitte. Ja, ich möchte mich in diesen Fragen auch nicht auf eine Logik beschränken müssen. Ganz einfach, deshalb würde ich in Relation einfach den 96er wählen. Und der fünfte Kontrabeitrag bitte. Ja, liebe Leute, bitte nehmt den WP 96 an und lehnt den 010 ab. Er besteht fast nur aus Geschwurbel und den Rest gibt ihm dann der letzte Satz, der da lautet, wir setzen uns dafür ein, dass von Europa aus der weltweite Frieden vorangetrieben wird. Sorry Leute, das ist neokoloniale Denkweise. Am europäischen Wesen muss die Welt nicht genesen. Darüber hinaus könnte ich es auch mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass eine Piraten-Bundestagsfraktion will, dass wir alle tatenlos zusehen, wenn irgendwo auf dieser Welt ein Genozid stattfindet. Danke. Und eine Pro-Rede. Ja, ich möchte mich auch für den Antrag 96 aussprechen, weil es gibt nun mal das Recht auf Selbstverteidigung. Und zur Selbstverteidigung gehört nicht nur die Verteidigung meiner Person, wenn ich angegriffen werde, sondern ich habe auch das Recht einzugreifen, wenn andere Personen angegriffen werden. Und ich muss sagen, ich habe, wenn ich stärker bin, sogar meiner Meinung nach die Pflicht. Und diese Pflicht jetzt hier abzusetzen, also zu sagen, der stellen wir uns nicht, ist alles okay, finde ich völlig daneben. Ich muss die Möglichkeit haben und auch die Politiker müssen die Möglichkeit haben, wenn ein Angriff auf Personen stattfindet, diesen auch abzuwehren. Gut, dann frage ich die Versammlung, ob sie zehn weitere Debattenbeiträge hören will und bitte um das Kartenzeichen. Ja oder nein? Dann ist die Debatte hiermit beendet und ich bitte die Antragsteller für ein kurzes Abschlussstatement auf die Bühne. WP 10 fängt an, dann WP 96. Du hast eine Minute. Okay, also die Bundeswehr ist natürlich gern gesehen, wenn sie Katastrophenhilfe macht und so weiter, das soll auch kein Antrag gegen die Bundeswehr sein. Es soll einfach das Friedensdenken fördern und so weiter, dass wir uns klar positionieren. Und ich denke, ihr könnt euch alle mal hier die Anträge anschauen. Schaut die euch an, bevor ihr abstimmt und schaut auch mal, das ist leider noch nicht gefallen, bei WP 96. Das sind drei Liquid-Feedback-Initiativen in einem Antrag, also drei Einleitungen in einer. Und da kann man nicht modular abstimmen, man muss das komplett abstimmen. Also schaut euch den Text an, bevor ihr Ja sagt. WP 96, den Antragsteller bitte zum Abschlussstatement auf die Bühne. Ja, also zu unserem Antrag sind jetzt, zum WP 96 sind jetzt viele Sachen schon gesagt worden. Das ist auch kein Antrag, der auf Kriegstreiberei gehen soll. Es ist ein Antrag, der halt uns Möglichkeiten geben soll, in der Welt zu agieren, aber halt friedlich, mit friedlichen Mitteln, der auch der Digitalisierung Vorschub leistet. Wir wollen uns nicht verhalten wie eine Weltpolizei. Darüber sind wir alle einig, waren ja auch schon immer. Wir haben auch einen Grundsatzprogrammantrag Außenpolitik angenommen, der das bescheidet. Dieser Teil, den wir hier dem Wahlprogramm der Außenpolitik veranstellen wollen, der bestätigt das nochmal für das Wahlprogramm. Deswegen bitte ich um eure Zustimmung dazu, dass wir uns halt für eine friedliche Außenpolitik, die Deutschland in der Welt einsetzen kann, einsetzen wollen. Und ja, ich bitte um eure Zustimmung. Vielen Dank. Es kommt jetzt zu einer Stichwahl zwischen den beiden konkurrierenden Anträgen. Ich bitte um die grüne Karte, wenn ihr den WP 10 abstimmen wollt. Ich bitte um die violette Karte, wenn ihr den WP 96 abstimmen wollt. Ich sehe eine deutliche Mehrheit für den WP 096. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag WP 096. Ich bitte um das Kartenzeichen. Dieser Antrag benötigt eine Zweidrittelmehrheit. Die Zweidrittelmehrheit hat der Antrag erreicht. Er ist hiermit angenommen. Und jetzt haben wir ein formales Problem. Wir sind am Ende der Tagesordnung, allerdings nicht am Ende der Dinge, die wir machen müssen, bevor wir diesen Bundesparteitag beenden können. Es stehen noch zwei geheimen Abstimmungen aus. In diesen beiden geheimen Abstimmungen müssen die Zettel noch abgegeben und ausgezählt werden. Das dauert ungefähr zwei Stunden. Dann ist 19 Uhr und dann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem die meisten von euch nicht mehr nach Hause kommen. Deshalb schlägt die Versammlungsleitung hiermit vor, dass wir jetzt noch ein paar dringende sonstige Anträge behandeln. Wenn die jetzt in der Auszählung befindliche geheime Abstimmung ausgezählt ist, wird das Ergebnis verkündet. Danach wird der Wahlleiter zwei Abstimmungen gleichzeitig stattfinden lassen. Ein Verfahren, das er heute Vormittag abgelehnt hat, weil es ihm wirklich kompliziert vorkommt und es auch wirklich kompliziert ist. Wenn diese Zettel abgegeben sind, kommt danach nur noch so das übliche Ende. Ich bitte die Versammlung um das Kartenzeichen, ob ihr mit diesem Vorgehen einverstanden seid. Ich sehe eine deutliche Mehrheit. Eine kleine Durchsage vom Wahlleiter. Die Stellvertreter, die ich da unten im Feld sitzen habe, Bereichsleiter, steht mal ganz kurz auf und winkt, dass die Versammlung euch sehen kann. Einmal, zweimal. Hallo. Dort hinten und dort vorne ist auch noch einer. Wink mal. Wir haben diese ganze Halle in Blöcke eingeteilt. Aus Personalmangel musste ich zwei, nein sogar drei von acht Blöcken schließen. Das heißt, für die kommende Abstimmung ist es verdammt wichtig, dass alle Blöcke voll besetzt sind. Wer noch helfen will, geht bitte zu einem der Leute, die gerade aufgestanden waren, fragt, ob er alle notwendigen Wahlhelfer hat, die auch lange bleiben können. Und ja, hilft. Es wäre super. Ich will das Ding hier auch zu Ende bringen. Ich bitte Alios zur Bühne. Es geht um die Vorstellung deines sonstigen Antrags. Okay, liebe Versammlung. Jetzt bin ich sauer. Ich erfahre gerade eben, dass einer meiner Stellvertreter im Internet zurzeit einen riesigen Shitstorm über sich ergehen lassen muss, weil er hier vorne stand und einem Piraten, der eine Mindermeinung vertreten hat, auch das Recht, diese Mindermeinungen zu vertreten, eingeräumt hat. Wenn wir hier vorne stehen, machen wir uns niemals die Meinung eines Teilnehmers der Versammlung zu eigen. Zumindest bemühen wir uns stark. Ich finde es eine bodenlose Frechheit, dass Teilnehmer dieser Versammlung jetzt auf einem Versammlungsleiter rumreiten, nur weil dieser neutral war, auch Menschen gegenüber, die eine andere Meinung vertreten als ihr. Wir sind die Piratenpartei, wir wissen alle, dass wir schwierige Mitglieder haben und diese schwierigen Mitglieder haben immer noch ein Recht auf eine Meinungsäußerung auf diesem Parteitag, ob es euch passt oder nicht. Unser Job als Versammlungsleitung ist es, das zu ermöglichen. Dankeschön. Auch du sprichst nicht auf die Bühne hoch. Du gehst zum Frontoffice. Alios, bist du jetzt da und kannst deinen Antrag vorstellen endlich? Okay, dann bitte ich den Empire auf die Bühne. Okay. So. Ich stelle euch heute den Antrag vor. Die friedliche Assimilation der grünen Jugend. Der Antragstext lautet wie folgt. Die Piratenpartei Deutschland betrachtet die grüne Jugend als ihre zweite Jugendorganisation. Es herrscht in der grünen Jugend eine denkbar größtmögliche Übereinstimmung der Mitgliederbasis mit den Juppies. Die meisten Vorstandsposten der grünen Jugend sind von Juppies besetzt. Außerdem hat es in der grünen Jugend in der Vergangenheit gute programmatische Arbeit für die Piratenpartei gegeben. Diese Arbeit wollen wir honorieren und erheben die grüne Jugend zur zweiten Jugendorganisation der Piratenpartei Deutschland. Gibt es Fragen zu diesem Antrag? Ich sehe keine Fragen, ich sehe aber eine Pro-Rede. Dein Mikro ist offen. Achso, du hast eine Frage. Okay, dann stell die Frage erst. Also ich weiß zum Beispiel, dass die grüne Jugend morgen versuchen wird, dem Landesjugendring Thüringen beizutreten. Heißt das, wir sitzen dann auch im Landesjugendring Thüringen? Ja. Ich habe eine Frage. Muss die grüne Jugend dem auch zustimmen? Das ist noch festzustellen. Wir Juppies haben Geldprobleme, die grüne Jugend nicht. Teilen die dann? Das geht alles in den Besitz der Juppies über. Okay. Dann haben wir jetzt eine Pro- Nein, ich sehe sogar eine Kontra-Rede. Dann fangen wir wie immer mit einer Kontra-Rede an. Das ist jetzt bestimmt ein ganz cooles Gefühl und ich finde das auch sehr lustig. Aber es ist erstens Symbolpolitik und ein klarer Ausdruck von Arroganz, das so zu tun. Eine Pro-Rede. Ich muss meinem Vorredner da sehr klar widersprechen, dass wir uns dazu herablassen, finde ich, zeigt, wie großzügig wir Piraten sind. Ich stehe hier eigentlich nur über den Hilfen, damit wir das Ding schnell abstimmen können. Und eine Kontra-Rede. Ja, ich wollte fragen, ob die grüne Jugend schon von ihrem Glück weiß und ob wir genug Juristen bei uns haben, um deren Erklage abzuwehren. Ich denke schon. Nur kleines Statement, ich sage nur mehr Juppies für das Land. Und Kontra. Entschuldigung, ist dieser Antrag ernst gemeint oder ist das Realsatire? Ich weiß das nicht. Guckt bitte in die Begründung. Die sagt alles. Also für mich ist der Antrag sehr ernst gemeint. Wir arbeiten auf kommunaler Ebene sehr stark, zum Beispiel in Würzburg mit der grünen Jugend zusammen. Da ergeben sich immer thematisch sehr interessante Diskussionen, auch gerade im Bereich Hochschulpolitik. Und allein deswegen, ich werde dem Antrag zustimmen. Und ja, die grüne Jugend ist uns wirklich sehr nah verbunden, auch thematisch. Und deswegen Pro. Und Kontra. Ich möchte daran erinnern, dass das, was nachher bei der Aktion mit den Stimmkarten rauskommt, auch tatsächlich offizielle Position ist. Und diese Position auch wirklich offiziell ist. Bedenkt das bitte, wenn ihr euch entscheidet, welche Stimmkarte ihr heben möchtet. Vielen Dank. Und Pro. Ich finde es so großartig, dann morgen zu den Grünen bei uns im Stura gehen zu können, sie zu fragen, ob sie sich jetzt auch Piraten nennen. Wir dürfen, wir können mit diesem Antrag, und da ist es wirklich ernst gemeint, auch wunderbar zeigen, dass dieses, du darfst nur in einer Partei sein, totaler Schwachsinn ist. Ich sehe, Jan Leutert, wanderst du da, okay, dann sehe ich keine Kontrareden mehr und eine Prorede noch. Also eben wurde ja erwähnt, dass das Arroganz wäre und Symbolpolitik. Und wenn das zutreffen sollte, was ja bei den Grünen üblich ist, dann würde es ja insofern wieder passen. Also ist ja dann okay. Gut, das waren fünf Proredene und vier Kontraredene. Die Kontraschlange ist allerdings erschöpft. Ich frage die Versammlung jetzt, ob sie genug Debatte gehört hat, ja oder nein? Ich habe noch nicht genug Debatte gehört. Ich habe auch noch nichts gehört. Okay, ich stelle die Frage, wie sonst auch immer. Wollt ihr weiter debattieren, ja oder nein? Okay. Wir sehen eine Mehrheit für nein. Dann kommen wir zur Abstimmung über den X034. Ich bitte um das Kartenzeichen. Dieser Antrag braucht eine einfache Mehrheit. Dieser Antrag hat die einfache Mehrheit sehr deutlich erreicht. Ich heiße die Grüne Jugend als unsere Zweitjugendorganisation Willkommene. Wir kommen zum sonstigen Antrag X036. Dieser Antrag wurde gestellt von der Antragskommission. Ich bitte, Niki, ihn euch vorzustellen. Ja, ist ein bisschen Formalsache. Wir würden gerne, weil wir nicht über alle Themenbereiche sprechen konnten an diesem Wochenende, gerne euer Votum dafür, dass wir in den Teilen, wo wir in der vorgegebenen Wahlprogrammstruktur jetzt nichts abstimmen konnten, die Position aus dem Grundsatzprogramm mit ins Wahlprogramm übernehmen dürfen. Gibt es Fragen zu diesem Antrag? Ja, dann geht doch bitte zum Mikro. Bin ich doch schon. Ist das dann nicht ein Programmänderungsantrag, wenn wir Sachen in ein Programm schreiben? Also, Grundsatz würde über Wahlprogramm stehen. Wir haben das auch schon mit einem Juristen vor Ort geklärt. Das geht also. Und wir möchten eigentlich nur einfach noch euer Votum dazu haben, dass wir das so machen können. Damit das Programm auch vollständig ist und die Themen nicht fehlen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Antrag? Das sehe ich nicht. Ich sehe auch niemand in der Pro- oder Kontraschlange. Dann würde ich jetzt zur Abstimmung kommen und bitte um das Kartenzeichen zu diesem Antrag. Vielen Dank. Wir können uns selbst Raubmord kopieren und haben ein vollständiges Wahlprogramm. Und jetzt übergebe ich die Versammlung wieder an den Wahlleiter, weil wir haben ein Ergebnis und kommen zur nächsten Abstimmung. Dann verkünde ich jetzt das Ergebnis über die Abstimmung bezüglich SEA 026. Die sind ausgezählt. Es sind abgegeben worden 803 Stimmen. Davon sind 798 gültig. Und das Ergebnis sieht wie folgt aus. Auf Ja fielen 450 Stimmen, das sind 56,4%. Auf Nein 339 Stimmen, das sind 42,5%. Da es sich um einen Satzungsänderungsantrag handelt, muss der zwei Drittel erreichen. Das hat er nicht. Damit ist er nicht angenommen. So, liebe Versammlung, liebe Wahlhelfer, liebe stellvertretende Wahlleiter da draußen. Ihr habt bisher einen super Job gemacht. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr ganz genau zuhört. Wir haben noch zwei geheime Abstimmungen. Und zwar zum einen die Endabstimmung über den Block 2 von gestern Abend. Dort ist Satzungsänderungsantrag 10 vorne gelegen. Wenn ihr den annehmen wollt, müsst ihr ihn mit zwei Dritteln bestätigen. Und die geheime Abstimmung über den sonstigen Antrag X 011. Es sind beides. Bitte hört mir jetzt genau zu, damit ich nachher nicht alles dreimal oder wie Freitagabend siebenmal sagen muss. Ich werde versuchen, nein, ich werde diese Abstimmungen parallel durchführen. Und zwar folgendermaßen. Stimmzettel Nummer 18 schmeißen wir mal wieder weg. Auch, weil ich schon zu viele davon habe. Die Stimmzettel 19, Fliederfarben und 20, Hellgrün, sind ausreichend kontrastreich genug, dass ich sie gemeinsam in einer Urne einsammeln kann und als ersten Auszählschritt auf zwei verschiedene Stapel von meinen Wahlhelfern aussortieren lassen kann. Die Helfer werden dann den Stimmzettel 19, Satzungsänderungsantrag Nummer 10, zuerst auszählen, die Ergebnisse ihren Bereichsleitern übermitteln und dann sich wieder hinsetzen und die Stimmzettel Nummer 20, die bis zu diesem Zeitpunkt in einem Umschlag überwintert haben, den ihr am besten am Körper tragt, liebe Wahlhelfer, auszählen und schauen, dass sie baldmöglichst das wieder an ihre Bereichsleiter übermitteln. Das gibt mir die Gelegenheit, heute noch alle anstehenden geheimen Abstimmungen durchzuführen. Wie zu erwarten, sehe ich bereits den ersten Frager. Ja, Verfahrensfrage. Wie wird sichergestellt bei diesem Verfahren, dass Leute nicht statt zwei Stimmzetteln vielleicht drei oder vier einwerfen, von denen einige dann von anderen Stimmblöcken stammen könnten und so die Wahl manipulieren? Dieses Problem hatten wir in leichterer Form ja auch schon bei den vorherigen Wahlen die Gefahr, aber hier sehe ich die Gefahr dann doch deutlich extremer. Wie wird das verhindert? Bitte, liebe Versammlung, faltet die Stimmzettel so und zeigt den Wahlhelfern, bevor ihr sie einwerft, dass ihr zwei habt, dann ist die Kontrolldichte nämlich genauso groß wie bei vorherigen Wahlgängen. Vielen Dank. Habe ich noch eine Frage? Werden die Stimmzettel vorher gezählt, die nicht ausgezählt gleich ausgezählt werden, damit sichergestellt wird, dass sie nicht unkontrolliert am Körper getragen werden und da eventuelle Manipulation stattfindet? Das ist eine sehr gute Idee. Liebe Wahlhelfer, habt ihr das verstanden? Ihr zählt die Stapel zuerst nur durch, wie viele es sind und bei den Zwanzigern, bevor er sie in einen Umschlag steckt, schreibt ihr auf den Umschlag, wie viele Zettel drinnen sind. Gut. Kurze Frage. Ja. Kurze Frage. Wäre es nicht möglich, das beides auf einem Stimmzettel durchzuführen, indem man 1, 2 für die Satzungsänderung nimmt und 3, 4 für X11, für die Geschäftsordnung? Nein. Gibt es noch eine Frage? Ja, dann geht zum Mikrofon bitte. Könnt ihr auch kleine Menschen zum Mikrofon vorlassen, wenn sie Fragen haben? Jan? Okay, gut. Aber, ja, Johannes. Eine Frage. Können die Stimmzettel vielleicht so gefaltet werden, dass die Stimmzettelnummer und die Farbe dabei noch ersichtlich ist, sodass sichergestellt ist, dass nicht zwei grüne Stimmzettel eingeworfen werden von einer Person? Es wäre sehr wünschenswert, wenn, das ist eine gute Idee, hat die Versammlung das begriffen. Ihr könnt die Stimmzettel so falten, dass man das Abkreuzfeld nicht sieht, aber die Kopfzeile. Ich weiß, das ist ein bisschen Koordinationsbedarf. Und leider ist auch keine Knicklinie angezeichnet, aber einfach, wir nehmen die Unterkante des Stimmzettels, legen sie unter die Titelzeile und drücken dann fest. Das müsste machbar sein. Habt ihr das alles begriffen? Entweder ihr habt nicht zugehört oder nur sehr wenige von euch haben das Verfahren begriffen. Ich bin gerade irritiert. Aber höchstwahrscheinlich hat das auch was damit zu tun, dass ungefähr gefühlt die Hälfte der Versammlung hier links vorne bereits an der Urne steht und in der Schlange munter schnattert. Wir sind noch nicht so weit. Könnt ihr dann zumindest irgendwie schon ruhig sein? Wenn ihr schon nutzlos in der Gegend rumsteht. Danke. 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 Halt, Moment. Das ist ein Originalstimmzettel. Du machst mir hier kein Kreuz. Also, wir machen das noch mal im Video vor. Ihr kreuzt das an. Das mache ich jetzt noch nicht wegen Wahlgeheimnissunson-Gedöns. Und dann legt ihr das so an, dass man die Stimmzettelnummer noch sieht und die Farbe und faltet das. So wollen wir das haben. Das kriegen wir doch hin. Wir sind doch geraten, oder? Und so sieht das dann aus. Und so sieht das dann aus. Nächste Woche dann Origami für Fortgeschrittene. Gut. Dann könnt ihr dort vorne, die hier rumsteht, alle mal so ein bisschen zurückgehen, sagen, dass ich da meine Helferlein sehe. Wahlhelfer an die Urnen. Gut, weil es noch nicht einmal auf der Bühne angekommen ist. Stimmzettel 19 ist Satzungsänderungsantrag Nummer 10 Hardcore-SMV. Ja, nein. Enthaltung. Enthaltung ist nichts ankreuzen. Ihr könnt Fragen stellen. Stimmzettel 20 ist X 011 der zum Satzungsänderungsantrag irgendeinem gehört. Drei. Vielen Dank. Enthaltung ist einfach den Stimmzettel leer lassen. Ihr habt jeweils die Möglichkeit. Ja, nein. Enthaltung. So. Jetzt aber hoffentlich. Wahlhelfer an den Urnen. Öffnet diese, hebt sie hoch, zeigt sie her, dass sie leer sind. Die werden gleich ganz voll werden. Wahlhelfer verschließt die Urnen, nehmt sie zuerst runter, verschließt sie dann. Und die Wahlhelfer Hallo. Ich will noch was sagen. Und wenn ihr gegen Miteinander redet, dann hört ihr mir nicht zu. Und das mag ich nicht. Das führt nämlich nachher wieder nur zu unnötigen Fragen, die mir gestellt werden, während ich arbeite und keine Zeit habe, zu erklären. Die Wahlhelfer kreuzen bitte auch die Felder 19 und 20 auf den Jahrkarten ab. Wenn einer nur einen Stimmzettel abgeben will, dann kann er auch nur einen Stimmzettel abgeben. Wir haben Wahlfreiheit, das bedeutet auch, dass ich die Freiheit habe, mich von der Wahl fernzuhalten. Gut, die Urnen sind eigentlich schon geschlossen und stehen bereit. Damit eröffne ich jetzt die letzte Stimmabgabe und wünsche euch allen viel Erfolg dabei. Noch eine kleine Klarstellung. Natürlich sollen beide Zettel in die Urne. Wenn ihr beide abgeben wollt, wohin denn sonst? So, ich sehe, dass zwei Wanderurnen wieder da sind, das dritte Wanderurne auch wieder da sind. Jahr Nummer 37. Ah, die ist auch schon wieder da. Alle Urnen sind wieder da. Ich sehe schon hektisch winkende Menschen. So, jetzt sehe ich immer noch hektisches Winken. Noch mal, hoffentlich ein letztes Mal. Gibt es noch irgendwo? Da sind die Daumen nach oben. Wunderbar. Das schaut alles super aus. Damit schließe ich diese Stimmabgabe und bitte meine Helfer auszuzählen. In einem ersten Schritt natürlich die Stimmzettel voneinander trennen, wie ich das gerade gesagt hatte. Dann bitte ich Versammlungsleitung kommt, dann kann die jetzt nämlich weitermachen. So, als allererstes eine Durchsage. Ich bitte alle Helfer der Versammlungsleitung, die Dienst im Antragsbüro, Frontoffice, Backoffice, zur besonderen Verwendung oder andere Dienste für die Versammlungsleitung gemacht haben, zum Antragsbüro beziehungsweise zum Frontoffice zu kommen, um dort die Namensliste zu unterschreiben, damit ihr auch eure Fahrtkosten erstattet bekommt. Dann habe ich den Hinweis, dass am 1.6. der International Piracy Day ist. Es sind alle aufgefordert, Aktionen zu Netzthemen zu machen. Der 17.7. ist eine bundesweite Demo gegen Altersarmut. Und dann findet am 25. bis 31. 7. das Juppi-Camp statt. Weitere Informationen dazu findet ihr unter http www.camp.junge-piraten.de Dann haben wir noch ein paar Stimmkarten gefunden. Wenn ihr die als Souvenir mit nach Hause nehmen wollt, könnt ihr sie euch im Antragsbüro abholen. Aber wir werden keine weiteren Anträge mehr behandeln. Dann bitte ich jetzt den Kungler auf die Bühne, der euch was zu BDA sagen will. Ja, vielen Dank für die kurze Aufmerksamkeit. Ich habe eine gute Nachricht. Wir waren hier nämlich am Rande dieser Veranstaltung politisch tätig. Wir haben sage und schreibe 602 Unterschriften für die Sammelklage gegen die Bestandsdatenauskunft hier gesammelt. Vielen, vielen Dank an euch. 602 Das ist eine andere Baustelle. Ich übergebe diese Unterschriften hiermit offiziell an den Beschwerdeführer, der auch die erste Bestandsdatenauskunft bereits vom Bundesverfassungsgericht erfolgreich zu Fall gebracht hat, an Patrick Breyer. Vielen Dank, Patrick, dass du für uns die Bürgerrechte antrittst. Vielen Dank, lieber Kugner, vielen Dank, liebe Piratinnen, Piraten, die geholfen haben, diesen Unterschriftenstand zu bestücken. Ihr könnt auch weiterhin Unterschriften sammeln für die Sammelverfassungsbeschwerde. Im Internet findet ihr unter Stopp BDA auf der FAQ-Seite zum Herunterladen ein Formular, wo ihr an Wahlkampfständen zum Beispiel weiter Unterschriften sammeln könnt, um zu stoppen das Gesetz zur Bestandsdatenauskunft, was in dieser Form aus meiner Sicht klar verfassungswidrig ist. Wir wollen nicht, dass unsere Passwörter unter völlig ungeklärten Voraussetzungen eingesehen werden können. Wir wollen nicht, dass unsere Internetnutzungsdaten und IP-Adressen ohne richterlichen Vorbehalt schon bei Verdacht eine Ordnungswidrigkeit durchgeschnüffelt werden kann. Wir wollen und das steht auch im Wahlprogramm jetzt drin, dass ein Freiheitspaket verabschiedet wird, was die Einschränkung unserer Bürger und Freiheitsrechte der letzten Jahre und Jahrzehnte wieder rückgängig macht. Vielen Dank. Und zu eben kommt die Unterschrift 603. Wenn ihr auch noch nicht unterschrieben beziehungsweise den Brief daheim noch nicht abgeschickt haben solltet, am Ausgang, da sind immer noch die Laptops aufgebaut, Patillon ist auch da, wir nehmen gerne noch weitere Unterschriften entgeben. Danke euch. Und noch ein Tipp für all die, die das zu Hause machen wollen. Wir haben hier in der Halle festgestellt, dass Piraten das Wort Briefmarke nicht kennen. Die wissen nicht, dass man eine Briefmarke braucht, um sie auf einen Umschlag zu kleben. Falls sie es wissen, wissen sie nicht, wo man die herbekommen kann. Jetzt die Lösung für alle Piratinnen und Piraten, eine SMS an die Nummer 22 1 22 schicken, das Wort Brief hineinschreiben. Ihr bekommt einen Zahlencode, der aus drei vierstelligen Ziffern besteht. Diesen Code schreibt ihr rechts oben auf den Briefumschlag und dann könnt ihr es in jeden Briefkasten stecken, zumindest den von der Deutschen Post AG und der Brief kommt an und ihr habt Porto per SMS geholt. Ist das eine Sache? Also, wenn ihr es zu Hause ausfüllt, klebt die Briefmarke drauf, schickt es ein. Es funktioniert nur, wenn ihr den Zettel auch per Briefpost einsendet an den Anwalt. Vielen Dank. 22 1 22 SMS Kurz Nummer. So, dann wollte der Bufo eigentlich hier noch kommen. Der Bufo ist aber noch nicht da. Ich nutze dann die Gelegenheit, mich bei allen Helfern dieses Bundesparteitags zu bedanken. Ich habe hier eine Liste, die ist fünf DIN vier Seiten lang, mit Namen. Ich werde diese Namen jetzt nicht alle vorlesen. Okay, vorlesen. Main Orga, Florin Dölscher, Michael Ebner, Matthias Schrademark, Huger, Volker Münch, Kim Ort. Technik Audio Tobias McFerrin, Günther Mayer, Achim Bohl, Walter W. Weber, Ronald Trotzka, Alex Verstel, Johannes Ton, Technik Netzwerk, Patrick Rauscher, Marc Neis, Lukas Martini, Chiara Tumelay, André Wolski, David T. Laubner, Florian Zumkeller, Quast, Kevin Fleischer, Technik Video, Martin Landwehrmann, Technik Stream, Sebastian Greiner, Silvan Stein, Ansgar Flack, Thomas Hübner, Lara Pseni, Pascal Renault, Mike Nauheim, Technik Strom, Uwe Krüger Winnaertz, Vorort Information Teresa Kienlein, Gloria Bauer, Florian Ackermann, Markus Heinze Maren Kammler, Florian Breik, Dietmar Hölscher, Fabian Gieser, Anna Lang, Marius Brey, Detlef Netter, Christian Kubisch, Dominik Konrad, Andreas Kölbl, Sandra Tietke, Vorort Sicherheit, Thomas Marc Göbel, Janin Lorenz, Angelika Reschka, Gregor Kraus, Christian Groß, Thorsten Müller, Carsten Ries, Stefan Kornberger, Stefanie Schöllhammer, Vincent Tenhardt, Hans Peter König, Kevin Oelze, Larsi Matti, Sebastian Mohr. Der Sicherheit danke ich an dieser Stelle nochmal ganz gesondert. Sie hat mir an mehreren Stellen im Sprichwörtlich den Arsch gerettet. Vorort Erste Hilfe, Hermin Killewald, Felix Sangbusch, Ferdinand Sedlmayr, Florian Dunkel, Klaus Kleppig, Boris Benke, Sasa Raber, Martin Klim, Peter Lütkow. Catering. Einmal der Gecko-Squad aus Berlin, bestehend aus Michael Karek, Katrin Kirchert, Antje Jericho, Matthias Tege, Simon Kowalewski, Mirko Bramann. Die AG Catering des Landesverbands Thüringen, Peter Minisleib, David Reinhardt, Getränkeverkauf, Babak Tubis, Thomas Messerer. Presse. Presseleitung. Anita Möllerring, Andreas Burg, Markus Dränger, Michael Rudolf, Astrid Semm, Martina Flasch, Tobias M. Eckrich. Presseakkreditierung. Raphael Warzecher, Sven Seele, Volker Neubert, Wilm Schumacher. Assistenz Bufo, Stefan Tege, Christian Schinkel, Ingo Sauer, Klaus Sommerfeld, Christian Reidel, Christian Bethke. Presse Contents. Sebastian Reible, Thorsten Kran, Uwe Stein, Andreas Ströhle, Volker Müller, Christopher Schrage, Claudio Bog. Presse Bilder, Olaf Konstantin Krüger, Markus Sümnig, Presse Betreuung, Ursula Hielscher, Vincent Eppelt, Gilbert Oltmann, Steffen Kollmorgen, Stefan Hansen, André Presse, Nicole Britz, Tom Jaster, Philipp Noske. Presse Presse Zentrum, Harry Henssler, Jan Kastner, Edmund Gulbis, Sven Schanak, Presse Leifticker, Nils Lohmann, Klaus Hilgefelder, Presse Betreuung, Betreuung der internationalen Gäste, Gregory Engels, Fotios Amantidis, Thomas Gaul, Sandra Zecchio, Mike Saunus, Jens Stomber, Kinderbetreuung, die AG Kibe des Landesverbands Brandenburg, Martin Plaswig, Friedrich Schumann, Jürgen Feucht, Ablauf Akkreditierung, Sven Schumacker, Henrik Stiefel, Irmgard Schwenteck, Nadine Krämer, Viktor Hoffmann, Jörg Franke, Sebastian Beidlich, Bernd Schreiner, Thorsten Fröse, Thomas Berger, Carolin Hinz, Warnhild Götze, Konstanze Berg, Alexander Zinser, Franz Rauchfuß, Sören Oberhöfer, Lukas Pieper, Uwe Elsingen, Der Nati, Gordon, Thomas Manuel Schneider, Ablauf Versammlungsleitung, Versammlungsleitung, Jan Leutert, Versammlungsleitung, Backoffice, Andreas Krämer, André Wolski, Alexander Magnus, Bernhard Kern, Benjamin Killewald, Birgit Simon, Christian Schwarz, Claudia Frick, Falk, Peter Hirschler, Georg Müller, Kevin Honka, Justus Wingert, Johanna Dorothea, Ludwig, Marco Kampe, Markus Brechtel, Manuel Schneider, Michael Kittlaus, Olaf Finkbeiner, René Maie, Salom und Dominik, Stefan Kornberger, Yves Yandek, Bert Knob, Maik Nolte, Roman Ladeck, Andreas Zeidler, Max Mischor, Daniel Düngel, Christoph Stellner. An dieser Stelle mein besonderer Dank an die Ordnungsmaßnahme Maik Nolte. Vor Ort Wahlleitung Joachim Bokor, Martin Hase, Wahlhelfer André Neuhauser, Philipp Schnabel, Antragskommission, Veronique Schmitz, Silvia Plössenau, Klaus Kleppig, Protokoll, Jens Wohlfahrt-Schicke-Uffmann, bekannt als Draflo. Ich weiß, dass ich an dieser Stelle mehrere Leute vergessen habe, weil das allein die Liste ist von Freitagabend. Diese Liste ist im Verlauf des Bundesparteitags deutlich länger geworden. Ich verzeihe bitte die Helfer, die ich jetzt vergessen habe, auch wenn mir einige schon nachgereicht werden, hierfür um Verzeihung, dass wir diese Liste nicht ständig aktualisiert haben. Dieser Bundesparteitag war spitze. Vielen, vielen Dank an die vielen, vielen Helfer, die diesen Bundesparteitag ermöglicht haben. und jetzt möchte ich so richtig fetten Applaus hören. Halt, 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 halt. Machen wir das Mikro auf. Hallo. Schön, dass ihr klatscht. Wir haben vier Leute vergessen. Die haben wir nicht genannt. Das sind die, der Florian Brokhor, der Marco Golper, die Tina Otten, der Fabio Reinhardt, die haben die Versammlung geleitet die ganze Zeit. Die haben sich jetzt nicht selbst vorgeladen. Dank dem doch mal auch, bitte. Und Tazun hat unsere persönlichen Assistenten vergessen. Lara Lemke, Daniel Riebe, Ulrike Friedrich, Miriam Seifert. Auch ohne diese wäre diese Versammlung nicht möglich gewesen. Ich danke euch. Und ich hatte im Verlauf des gesamten Parteitages 140 Wahlhelfer. Das ist so ein Stapel Papier. Krasse Herde. Ich darf euch noch was vom Gecko-Squad ausrichten. Wir haben noch, also die haben noch Brotlaibe übrig. Sie würden sich sehr freuen, wenn Ihnen die abkaufen würdet. Erstens haben sie das Geld schon ausgegeben und es wäre großartig, wenn sie es nicht umsonst ausgeben. Zweitens ist Essen wegschmeißen scheiße. Ein Brotlaib kostet zwei Euro, drei Brotlaibe kosten fünf Euro. Gibt es vorne beim Gecko-Squad. Und während wir auf die Ergebnisse der Auszählung warten, mache ich wie Freitagabend die Saal-Mikros auf. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Also falls jemand aus der Ecke Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg kommt, am 25. Mai ist in Karlsruhe eine Nazi-Demo wegen den NSU-Prozessen. Wir beteiligen uns an einer Gegendemo. Es wäre ganz toll, wenn ihr euch an einer Gegendemo beteiligen könntet. 25. Mai in Karlsruhe. Okay. Ich nutze die Gelegenheit. Wir suchen für den Jan Leutert eine Mitfahrgelegenheit, die A66, Frankfurt-Main-Fulder-Lang. Wenn da jemand langfährt und den Jan Leutert mitnehmen möchte, wäre das total super. Der ist ein ganz angenehmer Gesprächspartner. Der ist nicht immer Ordnungsmaßnahme. Die Tina würde auch mitkommen. Die Lara möchte noch mit zwei Leuten nach Regensburg. Dann hat mich die Orga gebeten, euch zu sagen, dass bevor es euch langweilig wird, könnt ihr die Stühle, auf denen ihr sitzt, diese blauen und roten Stühle, da hinten auf Stapel stellen. Die Bierbänke und Biertische müssen hier vorne zusammengeklappt, gestapelt werden. Vielen, vielen Dank. Die Kabel, die sich auf den Tischen befinden, am besten einfach aufrollen. Vielen Dank. Oh, ich habe vergessen, euch die Mikros aufzumachen. Jetzt sind sie offen. Ah, Mist. Ich habe den Hamburger Bus mit Zwischenstopp in Hannover vergessen. Der steht seit 17 Uhr auf dem Parkplatz bereit und alle Piraten, die dort mitfahren, werden Gebetene, sich schnellstmöglich dorthin zu begeben, dass der Bus abfahren kann. Vielen Dank. Ansonsten muss ich mich noch bei der Feuerwehr bedanken. Ich muss mich auch bei der örtlichen Polizei bedanken. Die haben uns auch geholfen. Abschließend von der Akkreditierung. Es waren 1.262 Piraten auf diesem Bundesparteitag akkreditiert. Vielen Dank euch allen, dass ihr da wart. Vielen Dank für das geile Wahlprogramm. Viel Spaß im Wahlkampf. Mikro ist offen. Hol doch nicht so. Liebe Leute, vielen Dank erstmal für das ganze positive Feedback. Auch die Jungs vom Getränkeausstand haben sich ganz toll alle gefreut. Die Jungs von der AG Catering sind glaube ich alles essen, alle Würste los geworden und auch bei uns ist es wirklich sehr schön gelaufen und wir freuen uns auch über alles Lob. Die Rezepte werdet ihr in Kürze bei uns auf der Webseite finden und wenn ihr euch mal eine Veranstaltung überlegt habt, für die ihr gern Catering braucht, dann meldet uns euch bei uns irgendwie so. Das nächste Mal findet ihr uns in Dresden auf der Häkel und Queercon und ansonsten gute Heimfahrt. Ich habe eine Durchsage für alle, die am Fracking interessiert sind. Der unkonventionellen Erdgasförderung, bei der mit Gift unser Wasser und unsere Böden bedroht werden. Es haben sich gestern Nachmittag einige Piraten hier getroffen, die an dem Thema aktiv sind und wir wollen uns vernetzen und wir wollen das Thema, das im Bundestagswahlkampf eine wichtige Rolle spielt, mit unseren Positionen begleiten, die ja auch bereits abgestimmt sind in Bochum, seit Bochum im Programm stehen. Es gibt eine Bundesarbeitsgemeinschaft Umwelt und der werden wir uns anschließen, sofern wir nicht dort schon Mitglied sind. Wir werden zur Kommunikation die Mailing-Liste der Bundes-AG Umwelt benutzen. Jeder, der am Thema Fracking interessiert ist, sollte diese Mailing-Liste abonnieren. Wir werden auch im Wiki eine Unterseite Fracking im Bereich der AG Umwelt anlegen. Es gibt einen Flyer, den der Nordrhein-Westfälische Landesverband bereits im letzten Jahr ausgearbeitet hat. Der wird etwas überarbeitet und dann bundesweit einheitlich zur Verfügung stehen. Wir wollen auch Wahlplakate mit dem Thema Fracking machen für die Gegenden, die vom Fracking bedroht sind. Die Initiativen hatten am letzten Wochenende eine geschlossene Strategiekonferenz in Korbach abgehalten. Die wollen sich an der Bundestagswahl und auch an der Europawahl beteiligen. Und die werden am 31. August, das ist ein Sonnabend, einen bundesweiten Aktionstag zum Fracking durchführen. Und den sollten wir massiv unterstützen. Diese Initiativen sind natürlich parteipolitisch neutral, aber sie haben keine Angst, sich mit Parteien zusammen an Infoständen oder so zu beteiligen. Die Stimmung bei den Initiativen ist die, dass es zwei Parteien gibt, die gegen Fracking sind. Das sind die Linken und wir Piraten und dass alle anderen mehr oder weniger rumeiern oder wie die FDP die Fracking-Partei Deutschlands sind. Wir werden uns auch um weitere Verbündete kümmern, alle die, die Wasser benutzen, die Brauereien, Getränkehersteller, die unteren Wasserbehörden, die Redezeit und wir werden also und ich bitte alle, die an dem Thema interessiert sind, diese Informationen weiterzugeben an Piratenkontakte und weitere Netzwerke. Danke. Es wurde ein Laptop gefunden, ein Thinkpad von Lenovo, was scheinbar einem Manuel Schneider zu gehören scheint, wenn man dem Login glauben darf. Er möge sich bitte beim Frontoffice melden. Ich habe von meiner Freundin eine SMS bekommen, die sagt, ich sehe aus, als Seichentopf mit Rouge reingefallen. Ist nicht schlimm. Feminine Ader würde manchen Kerlen ein bisschen besser stehen, wo wir beim Thema sind. Wir machen dieses Jahr bei drei Dutzend CSDs mit bundesweit. Und ich würde noch mal gerne alle von euch bitten, die Wiki-Seite CSD, die heißt nur genau so, CSD, drei Grußbuchstaben zu besuchen, festzustellen, was in der Terminliste steht, hinfahren, mitmachen oder dafür sorgen, dass bei euch, da wo ihr seid, das stattfindet und jemand organisiert. CSD im Piraten-Wiki, bitte seht es euch an, macht mit, das ist sehr wichtig. Dankeschön. Ja, noch eine Aktion, also jetzt an diesem Donnerstag tagen ja die Funktionäre der Telekom zur Drosselkom. Niedersachsen hat da einen sehr schönen, leicht verständlichen Flyer entworfen zur Netzneutralität und zur Drosselkom, den man auch sehr gut im Wahlkampf noch verwenden kann. Wir werden ihn an die Bundes-SG-Gestaltung weitergeben, die ihn dann auch ins Bundesdesign packen wird und er wird dann bald für euch alle verfügbar sein. Dieser Flyer wird auch wahlkampftauglich sein und ja, haltet die Augen offen. Danke. Oh, ich darf wieder. Ja, ich wollte einfach nur ein paar Grußworte loswerden. Ich möchte zum einen meinen Landesverband, der jetzt kaum noch hier ist, grüßen. Ja, liebe Brandenburger, wir haben einen Bundestagswahlkampf vor uns, wir haben einen Landtagswahlkampf vor uns und wir rocken das, das weiß ich. Das Zweite ist, ich möchte unseren zwar zurückgetretenen ehemaligen Landesvorsitzenden, ich weiß, er guckt den Stream und ich weiß, er wird auch die Aufzeichnung gucken. Firefox, danke, dass du für uns da warst und immer noch da für uns bist. Wäre schön, wenn du wieder in den Landesvorstand zurückkommen könntest. Ja, und sonst grüße ich auch alle, die hier anwesend sind und ganz großen Gedanken geht es nochmal an die Versammlungsleitung. Ihr habt das richtig super gemacht und Dankeschön. Ich wollte noch mal, falls noch nicht geschehen, den Gebärdensprachendolmetschern danken und allen, die sich dafür einsetzen, dass sie hierher kommen. Ich möchte alle darum bitten, darauf hinzuweisen, dass wenn wir in den Bundestag kommen, dass dann endlich alle Sitzungen Gebärdensprachendolmetscht werden müssen, weil wir dann eine Abgeordnete haben, die das braucht. Und da müssen wir hinkommen. Mein weiterer Punkt ist, wer mitentwickeln möchte am Litwit-Feedback, es haben sich ein paar Leute getroffen, auch an die, die jetzt zu Hause sitzen. Wir vernetzen uns über die Diskussionsseite Litwit-Feedback im Wiki. Danke. Ja, am 31. Mai und 1. Juni ist in Frankfurt wieder Blockupy. Wer vorhat, dort hinzugehen, wir stellen dort offizielle Demo- Beobachter, das heißt Access-All-Areas, nur eine limitierte Anzahl von Ausweisen, aber wer dort Demo-Beobachter oder Demo-Beobachterin werden möchte, kann gerne twittern an Pirathaus und wenn ihr dort eingekesselt seid oder sonst wie Situationen eskalieren, auch twittern an Pirathaus und wir gucken, was zu tun ist. Wenn jemand hier mit abbaut, die Kabel bitte rallfrei wickeln, das heißt so halten, einmal so normal, die zweite Wendung mit Daumen und Zeigefinger rückwärts und eine Schlaufe legen, dann wieder eine vorwärts und so weiter. So, ich nutze die Veranstaltungspräsentationslinie hier, um auch noch mal, ich habe es ein paar Leuten natürlich schon gezeigt, auf die Verkehrswendekonferenz in Düsseldorf hinzuweisen, die von der Piratenfraktion NRW veranstaltet wird, vom 24. Mai Freitag 18 Uhr in zwei Wochen bis Sonntag 26. Mai mit sehr vielen Vorträgen. Wir beginnen mit Professor Monheim am Freitag und werden dann den ganzen Samstag Vorträge haben und Veranstaltungen, Workshops und am Sonntag eine Art Barcamp, also offene Workshops zum Thema ÖPNV, Fahrscheinlose ÖPNV, Verkehrswende, Verkehrsinfrastruktur, Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur, Radschnellwegen und so weiter. Wir müssen mal eine Durchsage korrigieren, die AG Catering Thüringen hat noch Bratwürste und möchte die gerne loswerden, also bitte kauft euch welche. Also nicht nur loswerden, die liegen draußen auf dem Grill und warten auf euch, also hopp. Ja, nochmal die Bitte, bitte nehmt doch eure Stühle mit vor, baut farblich sortierte Zehnerstapel, dann würde uns wahnsinnig viel Aufwand abnehmen, da können wir nämlich auch gleich mit dem Abbau vom Netzwerk und vom Strom beginnen. Vielen Dank. Der Landesverband in Rheinland-Pfalz hat am 25. und 26. Mai einen Landesparteitag in Neustadt an der Weinstraße. Deswegen werden wahrscheinlich nicht viele aus Rheinland-Pfalz zu der Nazidemo gehen können. Wer aber aus der Gegend pirateige Ideale unterstützen möchte und ein Signal setzen möchte gegen rechts, der sollte auf jeden Fall da sein. Vielen Dank. Ja, nachdem wir jetzt auch relativ viele Beschlüsse in unseren Kernthemen gefasst haben, wird es ja an der Zeit sein, die dann jetzt auch in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Und die nächste besonders gute Möglichkeit dafür ist am 1. Juni 2013 zum International Privacy Day. Da geht es um Themen wie INDEC, BDA, Data Retention etc. Ich möchte, dass jeder von euch an diesem Datum am 1.6. auf die Straße geht, eine Aktion macht mit Infoständen, mit Flyern. Danke. Ja, hallo. In Sachsen-Landert machen wir auch das mit den Kernthemen. Wir machen, wir nennen das CoCon, das ist Ende Juli, Anfang August geplant. Wir werden Sachen dran nehmen, wegen dem wir uns irgendwann mal gegründet haben vor ein paar Jahren. Und das wird ein ziemlich geiles Wochenende. Also kommt vorbei. Die Internetadresse ist cocon.piraten-lsa.de. Danke. Hallo, wo wir schon mal beim Thema Demos sind. Am 16.05. Drosselkom-Demo bei der jährlichen Auktionärsversammlung der Telekom vor der Langsarena in Köln. Und heute um 19 Uhr noch im AG Netzpolitik im Mambel-Orga-Treffen. Da würden wir uns freuen, wenn ganz viele kommen und uns unterstützen. Dankeschön. Ein Hinweis für die Leute, die hier mit abbauen. Netzwerkkabel, Steckdosen, Verlängerung, all das Kabelzeugs. Bitte in die vordere linke Ecke unter dem Erste-Hilfe-Schild. Machen wir dort einen schönen Haufen. Dort zortieren wir es dann aus. Danke. Ich grüße alle Piraten, die es nicht schaffen konnten, hierher zu kommen und die das alles im Stream verfolgt haben. Noch ein wichtiger Hinweis. Die Kabel, die hier in der Mitte quer liegen, bitte noch nicht abbauen. Da läuft noch der Stream drüber. Danke. Hallo Mami, alles Gute zum Untertag. Bitte keine roten Kabel abbauen, da haben wir noch das Wahlhelfer-Netzwerk. Wir brauchen das noch. Wir wollen bloß mal winken. Flo, Flo Bokor, bitte auf die Bühne, damit wir hier weitermachen können und ein Ergebnis verkünden können. Okay, ich erfahre, wir haben ein Ergebnis. Ich übergebe die Versammlung zur Ergebnisverkündung an den Wahlleiter. Gut, das ist jetzt die Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag Nr. 10, Hardcore-SMV. Teilgenommen haben 762 Wähler. Davon haben 758 gültig gewählt. Ja, stimmten 398. Das sind 52,5%. Nachdem es ein Satzungsänderungsantrag ist, hätte er zwei Drittel erreichen müssen. Da ist er nicht hingekommen. Damit ist der Antrag abgelehnt. So, und wir erfassen jetzt weiter für den nächsten Wahlgang, der den sonstigen Antrag X-011 betraf. Und die Versammlungsleitung darf wieder. Und die Versammlung hat wieder ein offenes Mikro. Einfach vorne ans Mikro gehen und Dinge sagen. Dankeschön. Hallo. Torben. Torben aus Niedersachsen. Du wolltest mit dem Hamburger Bus fahren und alle warten gerade auf dich. Wenn du das hörst, lauf schnell zum Bus, sonst fahren wir ohne dich. Danke. Hallo. Also, ich habe hier noch so nicht ganz zehn Free-Music-Sampler mit GEMA-freier Musik. Wenn jemand welche haben möchte, bitte gerne vorbeikommen. Hallo. Ich möchte die Karo Mahn-Gausewig grüßen. Die hat gestern geheiratet und konnte deswegen nicht zum Parteitag kommen. Aber sie ist mit dem Ergebnis des Parteitags sicherlich zufrieden. Hallo. Wir haben noch einen Platz im Auto. Wer nach Karlsruhe mitfahren will, regulärer Preis 15 Euro, Sozialtarif nach eigenem Ermessen. Wir stehen da vorne. Test. Die Matten bitte auch aufgerollt vorne in die Ecke bringen. Die Stolpermatten, die hier aufgeklebt sind am Boden. Danke. Danke. Ich hätte auch noch mal eine Mitfahrgelegenheit in Richtung Kassel über A3 und A7. Da haben wir zwei oder drei Plätze auf jeden Fall noch frei. Wer Interesse hat, kann gerne mitfahren. Hallo, hallo. Ah. Ich könnte noch zwei Plätze Richtung Magdrettwitz anbieten, über Weiden, falls da jemand mitmöchte. Jeder darf gerne noch Müll wegräumen. Der Müll stört uns beim Abbauen. Flaschen auf den Tischen und solche Sachen. Hallo, hallo. Meine Stimme kennt ihr noch nicht so gut. Ich war gerade da oben auf der Versammlungsleiterbühne. Ich wollte mich bei euch bedanken, dass ihr gerade beim letzten Wahlgang noch so unglaublich diszipliniert wart und ruhig und aufmerksam und es so gut funktioniert hat. Ja, ich suche noch jemand, Ralf. Ralf Hönecke aus Braunschweig. Am besten, wir treffen uns im Pressebereich. Ich wollte meine Ex-Freundin grüßen und ihr danken, dass sie mich verlassen hat, sodass ich Zeit für den BPT habe. Ich habe auch noch einen Platz anzubieten nach Hildesheim in Niedersachsen. Ich weiß nicht, wo wir vorbeikommen, Autobahn. Wenn da irgendwer mitmöchte, einfach melden. Ich bin da vorne an der Bühne. Zwei Plätze nach Dortmund im Autofrei. Ich bin Pirat. Einer unter vielen Piraten. Also habe ich den ersten Mal verhabilisiert. Das ist der blüchste Passierplatz. Der größte Passierplatz. Der größte Passierplatz. Und der größte Passierplatz. Wir haben uns für dieses Jahr unglaublich viel vorgenommen, obwohl eigentlich nur eines. Wir wollen das politische System, die Demokratie und damit diese Welt positiv verändern. Dazu müssen wir in den Landtag und wir müssen in den Bundestag. Und wir sind bereit dafür, bis auf eines. Leider brauchen wir Geld, sehr viel Geld. Mindestens eine Million Euro, eine Eins mit sechs Nullen. Dafür haben wir Pirate Starter ins Leben gerufen. Unsere Spendenplattform für den Wahlkampf. Sie baut auf Crowdfunding, dem neuen Tool für Zusammenarbeit und für das gemeinsame Finanzieren. Ich bin Pirate Starter, weil sich die Welt nicht von alleine verändert. Schließ dich an und sei auch du ein Pirate Starter. Werde Teil von etwas Großem und Einzigartigen. Ich bin Pirate Starter, weil die Piratenpartei die einzige Hoffnung ist, endlich wieder Ehrlichkeit und Bürgernähe in die Politik zu bekommen. Aber bringt das überhaupt etwas? Ja, denn nur dadurch, dass es uns gibt, haben wir schon viel erreicht. Und wenn wir in den Parlamenten sitzen, erreichen wir noch mehr. Piraten wirken bereits durch die nackte Anwesenheit in Sachen Transparenz und gegen verdeckten Krümmel. Wir haben bereits vier Parlamente geändert. Wir haben unsere Themen gesetzt. Seit es uns gibt, spricht jeder von Transparenz, Netzpolitik, Basisdemokratie, Urheberrecht, bedingungslosen Grundeinkommen, Geschlechterpolitik, Neustart in allen Politikfeldern. Wir wollen gesellschaftliche Teilhabe für alle und ein faires Miteinander statt Egoismus und Ausgrenzung. Wir setzen dabei auf unser positives Menschenbild von Teilhabe, Freiheit und dem Wandel zur Wissensgesellschaft von morgen. Übrigens dort, wo wir in den Parlamenten sitzen, wirken Piraten in Sachen Transparenz, wie zum Beispiel in Sachen Berliner Flughafen. Und wir sind sehr viele. Wir sind längst eine weltweite Bewegung geworden. Ich bin Pirate Starter, weil wir alle Piraten sind. Schaffen wir es in dem Bayerischen Landtag, sind wir auch ziemlich sicher im Bundestag. Doch dafür brauchen wir mindestens eine Million Euro. Was machen wir mit dem Geld? Wir werden so transparent und effektiv, aber auch kostensparend einen großartigen Wahlkampf hinlegen. Wir werden Plakate drucken, die Innenstädte beflyern, Radio- und Fernsehwerbung machen, Videospots produzieren und viele virale Aktionen starten. Vor allem aber werden wir mit unseren Themen punkten. Und deshalb brauchen wir dich. Denn nur gemeinsam sind wir stark und können die chancengleiche, basisdemokratische und solidarische Gesellschaft wahr werden lassen. Für jeden Einzelnen. Ich bin Pirate Starter, weil ohne Geld wenig geht. Auch kein Wahlkampf. Sei ein Teil davon. Werde auch du ein Pirate Starter. Ich bin Pirate Starter, weil Bürgerrechte mir das Geld wert sind. Ich bin Pirate Starter, weil ich mehr gesunde Politik haben will. Ich bin Pirate Starter, weil wir mitten in einer digitalen Revolution sind und die Piratenpartei die Antwort dafür ist. Ich bin Pirate Starter, weil ich finde, dass jede Form der Familie zählt. Ich bin Pirate Starter, weil wir der Arzt sind, der Divisionen sammelt. Ich bin Pirate Starter, weil Freiheit keine Randnotiz ist. Ich bin Pirate Starter, weil ich möchte, dass Menschen sich in unserer Gesellschaft unabhängig von vorgeschriebenen Rollen entfalten können. Ich bin Pirate Starter, weil ich möchte, dass meine Kinder in einer besseren Welt leben. Ich bin Pirate Starter, weil Laptop und Widerhosen noch keine digitale Revolution machen. Ich bin Pirate Starter, weil ich mit der momentanen Politik nicht zufrieden bin und ich denke, dass die Piraten es schaffen können. Ich bin Pirate Starter, weil Vieh-Klein-Vieh-Macht auch nennen. Ich bin Pirate Starter, weil ich's kann. Ich bin Pirate Starter, weil auch meine Enkel noch freie Bildung haben sollen. Ich bin Pirate Starter, weil die Antworten auf die Herausforderung der Zukunft nur bei den Piraten geboren werden. Ich bin Pirate Starter, weil Piraten schon immer den coolsten Wahlkampf machen. Ich bin Pirate Starter, weil die sind jung und brauchen das Geld. Ich bin Pirate Starter, weil Politik viel, viel bunter werden muss. Ich bin Pirate Starter, da ich mit meinen Themen die Piratenpartei aktiv mitgestalten kann. Ich bin Pirate Starter, weil die Piraten die Utopiepartei sind. Ich bin Pirate Starter, weil ich den Piraten-Themen mal so richtig Gewicht verleihen will. Ich bin Pirate Starter, weil die Menschen eine neue Politik brauchen. Ich bin Pirate Starter, weil es Zeit wird, dass sich was ändert. Und wo ist die Münze? Ich bin Pirate Starter, weil die anderen Parteien mir auf den Sack gehen. Ich bin Pirate Starter, weil die Piraten die einzige Partei sind, die für die Zukunft betätzt. Ich bin Pirate Starter, weil es Zeit wird, die Politik zu verändern. Ich bin Pirate Starter, weil was anderes kommt mir eigentlich in die Tüte. Ich mache die Mikros jetzt noch nicht auf, weil dann können die schon abgebaut werden. Die Auszählung nähert sich einem Ende. Es sind 36 von 37 Wahllokalen ausgezählt. Was war das für ein Zwischenruf? Ich habe extra darum gebeten, dass das Video ausgemacht wird, damit wir, sobald das Ergebnis vorliegt, es verkünden können. Wir machen jetzt also so ein bisschen was mit dem Aufräumen. Mit ohne Musik und bei leise. Dann hört ihr nämlich, sobald das Ergebnis da ist, obwohl ihr aufräumt. Okay, wir haben noch eine ganze Menge Durchsagen wegen Mitfahrgelegenheiten. Die können einfach hier hoch auf die Bühne kommen. Ja, und wir haben noch eine Durchsage vom Fundbüro. Genau, also wir haben jetzt hier vorne mal das provisorische Fundbüro aufgemacht. Wenn ihr Herrenlose oder Damenlose Technik oder sonstige Gegenstände findet, die nicht aussehen, als ob sie irgendwie von der Orga sind, bringt sie bitte hier vor. Wir haben schon ein Nokia-Netzteil von einem alten Nokia, eine Waschtasche und ein Damenpulli. Wenn ihr weitere Dinge findet, bitte hier vorkommen oder auch abholen, wenn sie euch gehören. Hallo, von der Netzwerktechnik. Uns fehlt noch so ein Cisco-Router. Hat den irgendjemand gesehen? Wenn den jemand findet, dann bitte da vorne an der Tür hinkommen mit dem Teil am besten gleich. Ich warte da jetzt ein paar Minuten. Dankeschön. Hallo, ich bin Christian aus Dresden und ich suche eine Mitfahrgelegenheit nach Dresden heute Abend. Ich bin Universalist.de auf Twitter. Mein Avatar sieht mir ähnlich. Und ja, wer mich retten kann vor dem Sachsenbus, der möge sich bitte bei mir melden. Danke. Liebe Versammlung, wir haben ein Ergebnis. Ich reiche das Mikro an den Wahlleiter zur Ergebnisverkündigung. So, bei der letzten geheimen Abstimmung haben 758 Teilnehmer teilgenommen, 755 davon haben gültig gewählt. Der sonstige Antrag X-011, Geschäftsordnung, hat 467 Stimmen auf sich vereinen können, hat damit deutlich mehr als die notwendige 50 Prozent erreicht. Gut, das war's für mich. Kommt gut nach Hause. So, hiermit schließe ich diesen Bundesparteitag. Kommt gut nach Hause, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns hin im... Was war das? Aber das ist jetzt auch schon wurscht, weil es ist geschlossen. Vorbei. Zu spät. Keine Geschäftsordnung mehr. Keine GO-Anträge. Nein. Kommt gut nach Hause. Vielen, vielen Dank für den schönen Parteitag. Und danke fürs Aufräumen. Vielen Dank.